Er ist Kleinkünstler, Autor und nach Meinung der Zeit der wohl einflussreichste linke Intellektuelle, war Poetry Slammer sehr erfolgreich und hat die jetzt international bekannte Lese-Düne gegründet und die Kängurukroniken. Wir wollten gerne ein Interview mit ihm machen, er gibt aber keine Interviews, er nickt immerhin. Also der Deal ist, er interviewt jetzt uns. Guck mal, ich habe fast ein ganzes Buch an Fragen. Oder anders gefragt, muss in jedem Artikel zur Klimakrise am Ende auch noch ein Wirtschaftslobbyist zu Wort kommen? Lest ihr die Kommentare unter euren Artikeln? Ja. Guck mal, da habe ich eine gute Frage dazu. Sollte man Facebook zerschlagen? Meine eigentliche Frage ist ja, mit rechten Reden oder keine Plattform bieten. Hat die Presse der AfD zu viel Raum eingebräumt? Kommen wir zu dem eigentlichen Thema, kommen wir zu Snowden, ja. Genau. Du hast die abonniert. Ich habe die abonniert. Ich war das. Ich bin der Trump-Bump. Für mich ein kritisches Gedankengut. Ist das ein positiver Punkt der Globalisierung? Vielleicht war das Netz auch ein sehr großes Versprechen und es ist zu wenig davon eingelöst worden. Das ist ja die Frage, ob ich mich daneben benehme oder ob die Welt nicht daneben ist und ich mich korrekt benehme. Herzlich willkommen zu Allesgesagt, dem unendlichen Podcast mit einer Folge, von der wir selber nicht genau wissen. Ui. Wir haben einen ganz besonderen Gast, er ist aus vielen Gründen ganz besonders, aber auch aus einem, er gibt keine Interviews. Ja. Herzlich willkommen, Marc-Uwe Kling. Hallo. Ist ein guter Start eigentlich, ne? Genau. Man hört eigentlich nur euch beide reden jetzt in zwei, drei Stunden. Jochen Wegener. Wir müssen erklären, wie es hier zu kam. Jochen, willst du erst erklären? Das ist übrigens Christoph Ahmend, der Chefredakteur des Zeit Magazins. Und das ist Jochen Begener, der Chefredakteur von Zeit Online. Und Marc-Uwe Kling ist Kleinkünstler, Autor und nach Meinung der Zeit der wohl einflussreichste linke Intellektuelle. Und wir wollten gerne ein Interview mit ihm machen, er gibt aber keine Interviews. Das letzte formale Interview, das wir ausgebuddelt haben, ist von, ich meine 2010 oder 2011, danach verstummte er. Also in Interviews. Stimmt doch, Marc-Uwe. Ungefähr. Und jetzt ist es aber so. Jetzt habe ich eine Frage beantwortet. Verdammte Axt. Deshalb eine Grundbedingung von Marc-Uwe, er kommt, aber es ist diesmal alles anders. Also die Vorgeschichte ist sogar noch komplizierter. Wir haben dann, man muss ihn erst vorstellen, damit man versteht, die komplexe Tragweite dieses Podcasts. Jochen, entschuldige uns jetzt schon. Willst du unseren Gast vorstellen? Ich stelle mal den Gast kurz vor, damit alle wissen, wie kompliziert alles heute ist. Ja, das stimmt wirklich, das stand in der Zeit der wahrscheinlich einflussreichste linke Intellektuelle. Warum ist das so? Dazu gleich. Und du kannst ja ja oder nein, könntest du sagen, oder? Ich kann allerhand sagen. Also 82 in Stuttgart geboren, ist also aus Stuttgart, das haben wir hier öfter leider. Leider sagt er nur, weil er Badener ist. Deswegen ist es nicht das erste Mal. Und ist erst mal als, also hat studiert und so wie man das macht in Berlin oder dann doch nicht zweimal abgebrochen. Und war Poetry Slammer, sehr erfolgreich, hat auch Preise gewonnen. Und hat vor vielen Jahren schon in Berlin die ziemlich, in Berlin ziemlich bekannte, jetzt international bekannte Lese-Düne gegründet, wo er ziemlich regelmäßig auftritt. Mehrmals im Monat. Er nickt. Er nickt. Immerhin. Und hat dann auch als Kabarettist und so weiter sich versucht. Und hat so nebenbei, sage ich jetzt mal, ich weiß es gar nicht so genau, aber es gab eben dann irgendwann ein Buch, das glaube ich auch ein bisschen aus dem Bühnenprogramm entstanden ist, die Kängurukroniken. Und das kennt man entweder und ist sozusagen dieser Religion verfallen oder man kennt es überhaupt nicht. Das habe ich festgestellt. Das Ding hat, glaube ich, viele Millionen, also zumindest mehr als eine Million Exemplare verkauft. Ich gucke Marc-Uwe an. Marc-Uwe. Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber es ist viel. Ziemlich viel, ich weiß, das Hörbuch offiziell über eine Million stand im Spiegel letzte Woche. Dann muss es stimmen. Das muss ja stimmen, die haben ja diese Dokumentation. Und unter anderem auch danach hat er noch was geschafft, also diese, er hat glaube ich vier Bände von den Kängurukroniken. Ah, wir haben übrigens, Marc-Uwe, wenn du möchtest, du trinkst ja keinen Kaffee, aber es gibt Star Wars. Die nehme ich mit. Nee, nee, die kann man im Internet bestellen. Gibt es sogar auf Amazon, aber Amazon benutzt du sie ja nicht. Ist das schon auch bei eurem Merch-Shop dabei? Nee, stimmt, das wäre aber eine gute Idee. Harrison Ford verteilt auf drei Tassen. Ja, schön, dass du den Merch-Shop erwähnst. Wir haben nämlich einen Merch-Shop. Die Adresse des Merch-Shops, liebe HörerInnen, ist shop.spreadshirt.de slash alles-gesagt. Da kann man unter anderem dieses schmucke, biodynamische Sweatshirt, was ich heute trage, mit einem alles-gesagt-Logo in grau, sehr schick bestellen. Aber auch eine Küchenschürze, Babystrampler, Kaffeetassen in gelb mit dem alles-gesagt-Logo. Hier steht auch einer auf dem Tisch. Demnächst auch Star-Wars-Tassen. Entschuldigung, wir verquatschen uns öfter, was ja okay ist, weil Marc-Uwe heute eh nichts sagt. Er nickt wieder. Er nickt. Und dann, also Marc-Uwe hat noch Quality Land geschrieben. Da kommt, soviel ich weiß, ich bin nämlich, ich habe eine dieser kostbaren Karten ergattert. Quality Land zweiter Band müsste bald rauskommen. Im Oktober kommt es raus. Haha, und es gibt eine geheime Untergrundlesung in Berlin, zu der man 20 Sekunden lang Karten kaufen konnte. Ich habe vier davon ergattert und werde zwei Tage lang bei dieser Lesung sein mit verschiedenen Menschen. Und mit viel Wein oder so, das Überleben, er liest dann ein neues Hörbuch. Ich bin auch sehr gespannt. Also ich werde das ganze Buch vorlesen. Wir wissen das, wir wissen das. Ja, ja. Es ist, glaube ich, apokalyptisch lang. Also es ist länger als, selbst als dieser Podcast. Es ist eigentlich nichts überlegt. Das ist viel länger als dieser Podcast. Hast du schon mal einmal Probe durchgelesen? Es ist ungefähr so lang wie das erste. Ah, okay. Ja. Das habe ich auch schon vorgelesen, ja. Also das ist, weiß ich nicht, zehn Stunden. Zehn Stunden, ja. Ach, naja, zehn Stunden. Marc-Uwe hat wirklich, man kann sich das, wenn man das nicht weiß, weil es gibt wirklich Menschen, die ihn nicht kennen und Menschen, die ihn verehren. Und die Welt zerfällt quasi da in zwei Hälften. Alle, die ihn verehren, versuchen natürlich in diese Lesungen reinzukommen, die kurz mal auf Facebook angekündigt werden. Ich glaube, Jochen will nur seine, die Preise für die. Nee, die ist ja ausfällig. Ich weiß nicht, das habe ich schon verstanden. Ich habe einen ziemlich Trappatrick angewandt, um vier Tickets zu kaufen. So, und dann schreibt er noch Kinderbücher, nehmt mal und so weiter. Er tritt auf mit Bands, die heißen sowas wie die Pommesgabeln des Teufels. Das ist nicht meine. Ich weiß, ich weiß, aber da mit denen, also ich fand nur den Namen so gut. Das finde ich besser als den von deiner Bandarbeitsgruppe. Zukunft heißt die, glaube ich. Ja. Das ist natürlich nicht ganz so toll wie die Pommesgabeln. Du kannst auch gerne noch andere gute Bandnamen sagen, mit denen ich nichts zu tun habe. Auch Superbandnamen. Stimmt es eigentlich, dass du die, ja, nein, reicht für dich, dass du die Hälfte deiner Einnahmen an soziale Projekte spendest? Das habe ich mir nur mal notiert, aber ob das wirklich. Das war bei der letzten Tour zu Quality Land haben wir das so gemacht. Okay, er spendet die jetzt relativ viel. Auch die Gage von Auftritten werden dann so versteigert an soziale Projekte auf der Bühne und so. Also versteigert nicht, aber. Also nicht abgestimmt, Entschuldigung. Interessant, wie geht das? Wir machen mehr. Marco ist der erste Gast, der pünktlich war in diesem, also der, ich glaube, zehn Minuten zu früh. Das haben wir selten. So, und jetzt, ach so, und die Kängurukroniken kommen ins Kino, wollte ich noch erwähnen. Und was ich auch noch erwähnen wollte. Sehr lustig übrigens. Wir haben es schon gesehen. Wir durften schon einmal vorhinschauen. Wir haben schon heimlich schon mal geguckt. Was ich tatsächlich die ganze Zeit verpennt hatte und jetzt erst in der Vorbereitung mitbekommen habe, die Quality Land Rechte sind an HBO verkauft worden. Also diesen fiesen, kapitalistischen, amerikanischen Konzern. Stimmt das gar nicht? Doch, doch, das stimmt. Haha. Ich finde ja, also, ich meine, das war ein Angebot, das konnte, also wie im Paten ein Angebot, das man nicht ablehnen konnte. Verstehe. Ich muss ja sagen, ich finde ja Pay-TV in der Form überhaupt nicht schlimm. Ich finde Free-TV schlimmer. Warum? Warum? Naja, also, weil beim Pay-TV zahlst du für das Kulturprodukt und du bist wirklich der Rezipient der Kunde und das Produkt ist auf dich geschneidert. Das soll möglichst gut sein. Und beim Free-TV, ich meine, das brauche ich euch ja nicht erklären, bist du natürlich nicht wirklich der Kunde, sondern der Kunde sind die Werbetreibenden, die dir ihre Botschaften vorsitzen. Und deswegen ist die Qualität auch so, ich meine, die Qualität ist ja einfach deutlich höher der Serien. Stimmt. Es gibt auch noch öffentlich-rechtliches Fernsehen. Ja, aber es funktioniert nicht. Also man kann quasi sagen, okay, man lehnt das komplett ab, einen Film zu machen oder eine Serie. Fällt mir schwer, dazu mag ich das alles zu sehr. Gucke ich selber zu viele Serien. Gott, ich gebe ja ein Interview. Nein, nein, aber ja. Die machen sehr gute Serien einfach. Das stimmt. Also, ja. Sprich. Ich wollte nur sagen, Journalismus ist ja ein bisschen ähnlich gerade. Viele journalistische Geschäftsmodelle kippen von Free-TV auf Pay-TV und wir merken tatsächlich auch einen Effekt. Der ist aber kompliziert. Also, es heißt nicht, dass alles jetzt nur noch fantastischer, ich sag mal, wir machen nicht nur noch Zeitdossiers, sondern wir machen sehr viele Geschichten anders als früher, wo die Leute haben, dafür lohnt es sich Geld auszugeben. Und das ist ein völlig anderer Journalismus. Insgesamt hebt es, glaube ich, die Qualität des Online-Journalismus. Mit Pay-TV, tatsächlich. Ein bisschen, ja. Mit Abos, ne? Ja. Und man macht sich plötzlich auch in spezielle Zielgruppengedanken, was ich bei Netflix zum Beispiel ganz spannend finde, ist, dass es ja, dass so für ganz, also man merkt ja richtig, das ist jetzt nicht für mich, das ist aber für diese Zielgruppe gepierste 26-jährige Leute aus Friedrichshain ist das genau das Ding, ja. Und das lohnt sich für die offensichtlich irgendwie diese Leute anzusprechen. Was ist mit der Vorstellung? Ich wollte nur sicher gehen. Also das Problem ist, der Podcast endet jetzt quasi, weil der Marc-Uwe natürlich keine Interviews gibt und dann haben wir ursprünglich, man muss die ganze Geschichte erzählen, haben wir ja gesagt, wir laden ihn auch gar nicht ein, sondern das Känguru, weil die berühmteste Figur, muss man ja sagen, neben Marc-Uwe, in den Büchern von Marc-Uwe ist das Känguru. Und im Film demnächst auch. Und das Känguru hat dann den Vorschlag gemacht, es stellt die Fragen, nicht Marc-Uwe. Jetzt hat es doch keine Zeitung. Wie immer, aber es ist das Känguru, es ist immer das Gleiche. Du bist überpünktlich, also viel zu pünktlich, muss man ja sagen. Also es ist nicht ganz so schlimm wie Al Pacino im Irishman, aber ich bin schon ungefähr nah dran, also ich komme noch dahin. Wenn ich so alt bin, dann bin ich auch so zickig, wenn jemand unpünktlich macht. Das heißt, das Känguru hat zuerst zu dir gesagt, hey, ich gehe. Das Känguru hat gesagt, ich mache das und dann hat er gesagt, ja, ich kann doch nicht. So, und jetzt bin ich hier und habe aber die Fragen dabei und werde euch interviewen. Das war der Deal mit dem Känguru, den jetzt Marc-Uwe, für den jetzt Marc-Uwe einstellt. Wir müssen noch ganz kurz sagen, bevor wir das vergessen, weil wir das letztes Mal nicht gesagt haben, Produktion dieses fantastischen Podcasts ist natürlich in den Händen von Maria Lorenz. Sag mal, hallo, Maria. Hallo. Und wir bedanken uns bei unseren beiden Mitarbeiter, bei unserer Mitarbeiterin und Mitarbeiter Hanna Schraven und Vincent Mank, die die Archiv und Recherche, wie es früher immer hieß. Wie bei, was war das? Nicht TKKG, sondern? Drei Fragezeichen. Drei Fragezeichen. Ich habe nie diese Überspiele gemacht. Bob Andrews. Also der Deal mit Marc-Uwe Kling, der noch nie seit vielen Jahren ein Interview gegeben hat, ergibt auch keins, sondern er interviewt jetzt uns und wir haben eigentlich dem Känguru zugesagt, jetzt steht er hier halt. Aber sag mal, nur kurz, Jochen, eine kurze Frage. Wenn jetzt Marc-Uwe uns interviewt. Wir sind die Gäste. Dann sind wir ja die Gäste. Das heißt, das Schlusswort kommt von uns. Oh. Dürft Marc-Uwe. Das ist das, was ich nicht bedacht habe. Dürfen wir jetzt ein Schlusswort wählen? Das heißt, wir denken uns jetzt ein Schlusswort aus. Ja. Wir müssen allerdings ein Schlusswort wählen, habe ich gehört, das nicht so zufällig im Gespräch unterkommt. Kennst du das mal, so Worte im Kopf? Das Wort ist Razzupaltuff. Das habe ich nämlich tatsächlich seit Jahren im Kopf. Das ist auch eine Reminiszenz an eine Person, die heute hier ist, weil das sagen die ständig in diesen Büchern. Also kannst du das nochmal erklären? Razzupaltuff. Ja, das ist ein Wort, das ich definiere. Ausgedacht hat, dass man fluchend rufen kann, wenn man merkt, dass man ganz schön verarscht worden ist. Das könnte ein gutes Schlusswort sein. Und das ist dann so nur wie bei, also sozusagen du oder ich, einer von uns beiden. Einer von uns beiden darf das Schlusswort sein. Also, da haben wir die Spielregeln jetzt einigermaßen klar. Liebe HörerInnen, ihr könnt jetzt abschalten, weil Marc-Uwe befragt jetzt uns und es ist auch so ein bisschen unangenehm. Er hat versprochen, keine intimen Fragen zu stellen im Vorgespräch. Und we don't know what happens. Kann ich mal einen Kaffee haben? Ich habe übrigens eine. Du hast dir nur deine. Alles gesagt. Ich habe nur eine, die habe ich selber gekauft. Wir verdienen ja nichts an dem Merch. Wir kriegen gar kein Geld. Das landet alles bei diesem. Ach du, du bringst mir auch eine mit oder unserem Gast. Will der Gast denn, der trinkt keinen Kaffee. Der trinkt keinen Kaffee. Nee, ich will, ich will. Nee, ich fange an. Ich habe fast ein ganzes Buch an Fragen. Der Küchentisch gehört dir. So. Erste Frage. War Journalismus schon immer euer Traumberuf? Nee. Also ich wollte eigentlich Fußballprofi werden. Tatsächlich? Ja. Und es war richtig ernsthaft. Wie weit bist du da gekommen? Ich habe so Auswahlmannschaften gespielt und bin dann auch vom hessischen Fußballverband in diese Lehrgänge eingeladen worden und so. Und war auf dem Weg. Also dann mit 15 habe ich mich so schwer verletzt bei einem Freundschaftsspiel, völlig unwichtiges Freundschaftsspiel, Kunstrasenplatz, der nicht gewässert wurde. Mein Fuß ist unten kleben geblieben. Ich habe mich einmal um die eigene Achse gedreht. Dann hat es einmal so gemacht. Und es gab damals so Schienbeinschützer mit Luftpolsterchen, die waren neu. Und ich habe überhaupt nichts gespürt. Ich dachte nur, aha, da ist irgendwas mit diesen Schienbeinschützern nicht in Ordnung. Und wollte weiterlaufen und bin einfach so eingebrochen. Und dann ist mein linker Knöchel innerhalb von drei, vier Sekunden so auf dreifache Größe angeschwollen. Ja, das war Montagabend und dann hat man mich ins Krankenhaus gefahren. Und der nächste Moment, an den ich mich erinnern kann, waren so zwei junge, diensthabende Ärzte und die standen so über mir. Ich lag auf der, so einer Krankenbare. Und der eine sagte zum anderen, ich kann das nicht. Und dann wurde tatsächlich die Frage gestellt, sind Sie privat versichert? Ja. Und du so? Dann holen wir den Chefarzt. Sonst hätten Sie dich, dann würdest du heute noch da liegen. Dann würde der Chefarzt von irgendeiner wahrscheinlich wilden Partie. Jetzt hätten Sie das so gelassen. Das lassen wir so. Das wächst wieder zusammen. Und der hat mich dann, der hat dann die, es ist etwas passiert, was eigentlich nie passieren darf. Und zwar ist ein, jeder Mensch hat einen kleinen Knorpel im Knöchel und im Knie, der heißt Wachstumsfuge. Und die Wachstumsfuge ist verantwortlich für das Wachstum deines Beins und deines Fußes. Und bei mir ist die Wachstumsfuge im Knöchel unten rausgesprungen. Das darf nicht passieren. Vor allem in der Wachstumsphase, ich war 15, sollte es überhaupt nicht passieren. Und dann haben die in einer relativ langen, aufwendigen, das war jetzt keine OP, aber sie haben die wieder eingerenkt. Und bei der ersten Chefarztvisite kam der also rein und sagte, ich sage es Ihnen gleich, also Sport ist Mord, war sein erster Satz, Churchill. Dachte ich auch, ja, das will ich jetzt gerade hören. Und dann sein zweiter Satz war, ich sage es Ihnen gleich, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr linkes Bein genauso lang wird, wie ihr rechtes, liegt bei 20,80. Und ich dachte so, 20,80 ist ja nicht so schlecht. Und dann sagte er, nee, nicht 20, also nicht 80,20, sondern 20,80. Und dann musste ich nach Hause, bekam ein Gips, durfte aber nicht auftreten. Und das heißt, ich lag zu Hause auf dem Sofa, wochenlang, monatelang, von jemandem, der jeden Tag nach der Schule erst mal drei Stunden Fußball gespielt hat, der einfach nur liegen musste. Und einmal in der Woche ging es ins Krankenhaus und es war jede Woche wieder die Frage, bekomme ich einen Gips? Also mit anderen Worten, darf ich wieder in die Schule? Und ich weiß nicht, wie viele Wochen, aber es war unendlich lang. Ja, und dann war dieser Traum vorbei. Du wolltest, also wenn ich kurz mal kurz nachfragen. Nein, mich interessiert das auch. Wie bist du dann aus dem Krankenhaus dazu gekommen? Hast du da immer Zeitungen gelesen und gedacht, ach, dann werde ich Journalist oder? Genau, also. Wolltest du über Fußball schreiben erst dann? Nein, es war dann tatsächlich so, dass meine Eltern haben natürlich gemerkt, ich habe dann versucht, ich durfte dann irgendwann wieder auftreten nach ein paar Monaten und durfte auch dann wieder in die Schule gehen und habe dann versucht, wieder angefangen zu spielen und hatte aber immer wieder Schmerzen. Und immer, wenn ich zwei, drei Tage lang wieder Sport gemacht habe, gingen die Schmerzen wieder los. Das heißt, das war klar, das geht nicht so weiter. Und dann haben meine Eltern etwas hinter meinem Rücken gemacht und haben dann irgendwann zu mir gesagt, du wolltest doch immer schon nach England zur Schule. Also wir hatten Freunde in England, ich war auch schon ein paar Mal in England gewesen und dann ein paar Wochen später war ich plötzlich in Plymouth auf der High School für Beuys. Und das war natürlich die Rettung, weil ich dann praktisch weg war von allem und in einer komplett anderen Welt. Das war 1990 als 15, dann 16-jähriger, junger Deutscher in einer Zeit, in der die Engländer es besonders geliebt haben, dass diese Deutschen sich jetzt wieder vereinigen wollen. War auch nicht ganz ohne. Und in der zweiten oder dritten Schulwoche. Da gibt es nicht das gute, ist das ein Thatcher-Zitat, glaube ich. I love Germany so much, I want to have two of them. Ganz genau, ganz genau. Die war ja die härteste Gegnerin, genau. Ja, aber ein sehr lustiger Spruch. Und dann kam irgendwie nach ein paar Wochen relativ am Anfang, kam ein alter Geschichtslehrer in den Geschichtsunterricht und der war damals, gab damals zu wenig Lehrer in England und das heißt, es wurde ein Lehrer aus der Rente zurückgeholt. Also der war in meiner Erinnerung, war er sehr alt damals schon. Ich habe gar nicht gecheckt, wie alt, also das war 1990, das heißt, er hat natürlich den Zweiten Weltkrieg und alles sicher voll miterlebt. Und er kam in die Klasse rein und sagte, Und ich habe schon gedacht, oh Gott, bin so knallrot angelaufen. Und dann sagte er, Und dann ist er aufgestattet, knallrot und habe irgendwas so rumgestottert von wegen, Ja, aber meine Eltern, alle ihre Freunde haben doch Friedenstauben auf die Garage gesprüht und von uns geht sicher keine Gefahr aus und habe von Schüleraustausch in Frankreich geredet und so weiter und so fort und habe halt irgendwas gesagt und dann durfte ich nach ein paar Minuten mich wieder hinsetzen. Der Lehrer hat nichts dazu gesagt und dann ging der Unterricht los. Und nach dieser Klasse kam ein Mitschüler zu mir und sagte, ja, das sei ja irgendwie ganz interessant gewesen. Er mache da hier so eine Schüler-Jugend-Zeitung, ob ich das mal aufschreiben würde. Und das war dann, habe ich dann auch gemacht. Der Artikel hieß dann auch so, Why you shouldn't be afraid of a reunified Germany. Und das war dann so mein erster ernsthafter Artikel, den ich geschrieben habe. Und beim Schreiben von diesem kleinen Artikel habe ich dann so das gemacht, was man so Recherchieren nennt. Ich wusste nicht, was es ist. Bücher lesen, nochmal mit Leuten reden und so. Und habe aber gemerkt, dass mir das Spaß macht. Also, dass mir das irgendwie was bringt. Mich hinzusetzen und zu zwingen, mich zu zwingen und Gedanken zu fassen und aufzuschreiben. Und das war, glaube ich, so der Moment, in dem ich wusste, ich will Journalist werden. Das ist eine ziemlich gute Geschichte. Und du so? Ich habe gerade kurz, ich hatte jetzt Zeit, drüber nachzudenken. Also, ich glaube, die wahre Antwort ist, ich wollte immer Journalist werden. Und ich habe nochmal darüber nachgegangen, ich habe mit vier, Entschuldigung, in der vierten Klasse haben wir schon, Bevor du schreiben konntest. Mit vier konnte ich schon, nee, in der vierten Klasse haben wir das 4a-Echo gegründet. Eine Zeitung. Und mit Matthias, genannt Tiss, und Peer, genannt Peer. Ich weiß nicht noch, wie heute. Und es gab Autorezensionen. Das weiß ich auch noch, weil Matthias war so ein Autofan. Und wir haben aber auch über das Weckerlisbrünnle in Bretten geschrieben, das irgendwie eingefugt wurde mit Beton. Und da haben wir dagegen protestiert. Und so, in der vierten Klasse. Und ich habe mich, also sozusagen die geraffte Geschichte ist, ich habe das nie so ganz aus dem Blick verloren. Hatte auch öfter mal Kontakt, so in der Schule mit Journalisten. Habe mich das aber nie getraut. Unter anderem, ich war mal, hatte irgendwie mit dem, damals hieß der SWF, und jetzt heißt der, glaube ich, SDR zu tun. Und die sagen, ich habe so gesagt, ja, wie ist denn das denn, wenn man mit 16 oder 17, wenn man ja so Journalist werden will, muss man dann Politik studieren und so. Und dann meinte ich, ja, ja, also das muss ja ganz schrecklich und so weiter. Und das wollte ich aber irgendwie nicht. Das hat mich irgendwie abgestoßen. Und dann habe ich das irgendwie zu den Akten gelegt. Und habe dann aber doch, als der meinen Leistungskurslehrer, ich habe Physikleistungskurs gemacht, gefragt hat am Schluss, so, was wollten die jetzt alle wäre, was wollten die doch jetzt machen. Und dann kam es zu mir und dann habe ich gesagt, ja, ich will Physik und Philosophie studieren. Und danach wollte ich Journalist werden. Und dann haben die mich alle ausgelacht. Und genau so ist es gekommen. Also ich habe dann Physik und Philosophie parallel gleichzeitig beides studiert, als zwei Studiengänge. Und habe so ein paar immer wieder so meandert. Aber am Schluss, es war genau so. Ich habe dann währenddessen schon mein Studium als irgendwie Journalist finanziert. War auch vorm Studium noch auf einer Journalistenschule und so. Und es ist alles genau so eingetreten. Und die kurze Antwort ist ja. Und wenn ihr heute groß werden würdet, also viel später geboren worden werdet, wäre das immer noch euer Traumberuf? Oder anders gefragt, würde dir jemand raten, Journalist zu werden, der sich jetzt gerade in der Situation befindet, im Krankenbett liegt, weil er sich den Wachstumsknorpel aus dem Fuß gedreht hat oder vom Physiklehrer gefragt wird? Ich stehe konkret vor diesem Problem, weil ich habe zwei Kinder und ich habe so ein bisschen Sorge, dass eins davon heimlich in dieselbe Richtung tendiert. Mein Sohn hat zwei Eltern, die beide Naturwissenschaft studiert haben und dann Journalisten geworden sind. Und irgendwie habe ich ein bisschen, Nico, Grüße, du hörst den Podcast eh nicht, deswegen kann ich das sagen. Ich glaube, meine Sorge ist, dass er das will. Und deswegen bin ich sozusagen sicher, was das betrifft. Ich würde es niemandem empfehlen. Wenn du es nicht unbedingt willst, und das gilt genauso für Kleinkünstler sein oder sonst irgendwas, das ist ja total bescheuert, das zu machen, es sei denn, man will es ausdrücklich. Und dann kann ich nur dazu raten. Ich weiß ja nicht. Ich würde auch immer sagen, wenn man sich nichts anderes vorstellen kann, dann soll man es machen. Also dann soll man Journalist werden, unbedingt. In dem Moment, wo du aber denkst, ach, vielleicht, das könnte mich auch interessieren oder das, dann würde ich lieber sagen, mach lieber was anderes, weil es ist ein einfach wahnsinnig anstrengender Beruf, egal jetzt zu welcher Zeit. Und es ist wahnsinnig wichtig. Also da würde ich jetzt der Unterschied sagen, auch mal zu meiner Jugend und heute, würde ich sagen, also meine Jugend jetzt, die so ab 16 dann, so 90er Jahre, und so heute würde ich sagen, es gibt schon, also die Funktion von Journalismus heute ist noch mal aus meiner Sicht noch mal so viel wichtiger. Das Ende der Geschichte ist nicht eingetreten. Das kann man so sagen. Nee. Und die Wächterfunktion, würde ich jetzt sagen, ist noch viel bedeutender geworden, als sie damals natürlich auch war, aber gefühlt würde ich sagen, heute ist ja eigentlich noch wichtiger. Ich habe auch den Eindruck, dass sozusagen witzigerweise, oder auch nicht witzigerweise ist Quatsch, aber irgendwie bemerkenswerterweise, plötzlich der Journalismus so zurückkommt. Also in einer Zeit, in der es plötzlich in vielen Ländern ganz seltsame Anwandlungen gibt. Und in den USA ist natürlich immer das extremste Beispiel, wo ein Präsident dazu führt, dass es den führenden Medien, also der New York Times, vielleicht auch der Washington Post, viel besser geht als vor zehn Jahren. Ja, wo sozusagen ein Rush auf diese Zeitungen zum Beispiel stattgefunden hat, weil man plötzlich an anderen und tief recherchierten und vielleicht gegenläufigen Informationen interessiert ist. Dasselbe sieht man im Kleinen in ganz vielen anderen Ländern. In Polen zum Beispiel werden neulich mit der Gazetta in Polen länger gesprochen, die auch plötzlich ganz viele neue Abonnenten haben, weil sie so ein bisschen regierungskritisch aufgestellt sind. und einerseits sehr schwer haben, weil sie mit Verfahren überzogen werden, aber andererseits, das viel besser funktioniert für sie finanziell als noch vor vielen Jahren. Und irgendwas kommt da zurück. Und deswegen ist er auch ein spannender Beruf. Ich habe mir auch mal einen Satz aufgeschrieben, den ich sehr schön fand. Dass jemand zu einem anderen sagt, du hast vielleicht die besseren Argumente, aber es sind ja nur Argumente. Und wir leben heute tatsächlich, glaube ich, in einer Zeit, in der man so das Gefühl hat, man muss dafür kämpfen, dass das angenommen wird. Das war jetzt ein Zitat von Marc-Uwe Kling. Anfang des Jahres war ich in Paris bei Georg Stephan Toller, diesem Dokumentarfilmer und Journalisten, Autor, der 1921 geboren ist. Das heißt, die letzten 20er Jahre auch schon erlebt hat. Und der sagt, er hat so das Gefühl, wenn er über heute nachdenkt, dass wir in einer Zeit leben, in der die Leute auch mehr glauben wollen als wissen. Also das ist eine, und das macht einem ja auch Angst. Und da habe ich schon das Gefühl, dass Journalismus da eine wahnsinnig wichtige Rolle hat. Das ist gut, weil ich will ganz viel mit euch über Journalismus reden. Ich muss ja sagen, die Zeit ist so eine Zeitung, wo ich mich ganz oft, oder ab und zu, ich will jetzt nicht weiter, drüber aufrege, was vorne drauf steht und mich dann aber über einen anderen Artikel freue, der innen drin ist. Geht das euch auch manchmal so? Ärgert ihr euch manchmal über Sachen, die in der Zeitung stehen? Klar, klar. Aber das ist bei einem Blatt, also bei der Zeit insgesamt oder Zeit online, Zeit insgesamt, das ist ja so ein breites Spektrum. Und das finde ich auch dann, aber auch wiederum angenehm, in einem Haus zu arbeiten, wo es eben nicht so Direktiven gibt. Wir ergern uns ja gegenseitig, also sozusagen, soweit ich das wahrnehme, ist es so, es wird schon, der Widerspruch wird auch gefeiert in der Redaktion. Das heißt, es gibt schon Debatten und man ist leidenschaftlich und wie konnten wir das schreiben? Aber letztlich ist halt relativ viel möglich, was geschrieben werden kann. Und darauf sind alle, glaube ich, auch so ein bisschen stolz. Also solange du deine Meinung gut verteilt, leide ich es zum Beispiel oder sagst, diese Geschichte finde ich jetzt wichtig, die muss erscheinen, solange es ist in Ordnung. Es gibt eigentlich nicht den Fall, selten den Fall, dass man so das Gefühl hat, das geht jetzt gar nicht. Natürlich gibt es bestimmte Grenzen, in denen das funktioniert. Wenn du sagst selten, dann gab es den ja. Geht dir einer ein? Nee, jetzt konkret, ich muss mal drüber nachdenken, aber mir ist kein Fall, wir fällt jetzt spontan, Christoph, vielleicht fällt dir was ein, kein Fall ein, wo wir sie gesagt haben, oh Gott, das geht nicht. Das kommt aber vor. Also, dass wir das Gefühl haben, das ist jetzt ein zu weit hergeholter Standpunkt oder so. Aber es ist, wir achten schon darauf, dass wir nicht immer alle derselben Meinung sind, was manchmal ein Problem ist. Also zum Beispiel bei Online sind wir, es sind relativ junge Redaktionen und es ist relativ schwer, zum Beispiel eins meiner Hobbys ist, junge konservative Autoren zu finden. Wenn du mal einen kennst, du kennst eh auch keinen. Nein. Aber Leute, sorry. Wenn ihr, ich sag mal, unter 35 seid und nicht Grünwelt und Journalisten seid, bitte meldet euch. Alles gesagt, jetzt seid ihr. Guck mal, da habe ich eine gute Frage dazu. Also, du meinst, weil man versucht, verschiedene Meinungsspektren abzubänden, weil man irgendwie eine gewisse Objektivität vorgeben will und meine Frage ist, gibt es das überhaupt, Objektivität? Oder anders gefragt, muss in jedem Artikel zur Klimakrise am Ende auch noch ein Wirtschaftslobbyist zu Wort kommen? Also, weißt du, das ist, ich habe oft das Gefühl so, es gibt so diesen Artikel zur Klimakrise und am Ende, das ist jetzt nicht unbedingt von der Zeit, sondern generell. Ja, ja, allgemein im Journalismus. Allgemein im Journalismus, das ist dieses irgendwo wahrscheinlich auch lobenswerte Ding, das abzubilden. Okay, du hast eine starke Meinung. Also, Entschuldigung, weil ihr wisst, habe ich ja Physik studiert dann. Und ich, also es gibt diese Debatte, ich nehme die auch wahr, wenn man der Aufklärung und Wissenschaft verpflichtet ist und das ist eine sehr oldschool Ansicht heutzutage, dann gibt es ja sowas wie, und Journalismus versucht das aus, wie das Streben nach Wahrheit. Und irgendwann muss man halt, also es gibt einen Konsens in der Wissenschaft, okay, das ist jetzt die aktuell beste Annäherung an sowas wie Wahrheit, die wir haben. Die gilt jetzt so lange, bis wir eine neue finden. Ja, aber bis dahin ist die in Ordnung. Und wir müssen auch nicht jeden Montagmorgen wieder nachgucken, ob die Quantengravitation noch funktioniert. Solange du keine bessere Idee hast, ist es so. Und an dieser Stelle, das gibt es halt in der, in der Klimadebatte zum Beispiel, ein interessanter Punkt, die Klimakritiker und sozusagen Menschen immer zu Wort kommen zu lassen, vielleicht stimmt das ja alles gar nicht. Da wendet sich sozusagen das Offene der Wissenschaft, dass es keine endgültige Wahrheit gibt, sondern die ist immer offen für eine neue Erkenntnis. Aber diese sehr vornehme Haltung wendet sich so ein bisschen gegen sie im Moment, weil dann muss ja eigentlich noch ein Klimakritiker gehört werden. Aber das ist halt, eigentlich wissen wir, es ist Unsinn. Und es ist ganz schwer noch gelegentlich zu unterscheiden, was ist jetzt eigentlich gesicherte Erkenntnis und alle sagen, naja, das ist so. Aber weil wir Wissenschaftler sind, lassen wir immer noch diese Hintertür. Es könnte ja falsch sein und es wird einfach missbraucht. Und da finde ich auch oft, dieses Sowohl-als-auch geht mir spätestens da ziemlich auf die Nerven. Also weil, es gibt auch Leute, die das, also es ist ein extrem Beispiel, jede Meinung, es ist alles nur eine Meinung, es ist eben nicht alles nur eine Meinung. Es gibt auch sowas wie den Versuch, gesicherte Erkenntnisse zu erlangen. Und das ist, wir sind in so postaufklärerischen Zeiten und das macht mir eigentlich am meisten Sorgen. Also jede Meinung ist gleichberechtigt. Das ist der Tod. Das ist zum Beispiel, ich möchte nicht zu einem Mediziner gehen, ich möchte nicht von einem Mediziner behandelt werden, der sagt, können wir ihn so sehen oder so sehen, die Evidenz, naja, wissen Sie schon, ich gebe Ihnen jetzt mal Globuli. Das macht mir Angst. Also Globuli für sozusagen im öffentlichen Diskurs machen mir echt Sorgen. Bei dem Thema Klimakrise oder Klimakatastrophe, wie auch immer man das dann sagt, das finde ich auch ein Problem im Journalismus, dass man nicht immer wieder dasselbe schreiben kann. Also das finde ich auch aus Lesersicht, jetzt gar nicht unbedingt als Journalist, sondern einfach als Leser. es gibt da eine objektive Wahrheit, die Jochen ja gerade beschrieben hat und man muss dann als Journalist oder als Zeitung oder als journalistisches Angebot sich immer wieder interessante Geschichten auch überlegen, wie man das erzählt. Denn es gibt umgekehrt ja auch die Ermüdung, wenn ich jetzt schon weiß, was da letztlich drin steht, also was die Kernaussage ist, dann höre ich auf zu lesen. Und das ist für uns natürlich als Journalisten auch schwierig. Das heißt, da geht es eben auch darum, immer Geschichten, auch jetzt finde ich, gerade beim Thema Klima zu finden, was kann man denn machen? Also was kann getan werden, ohne dass ich immer denke, oh Gott, die Welt geht sowieso unter. Das ist ja, also wenn man jetzt die Fridays for Future-Generation sich anschaut oder anhört, da hat man ja manchmal das Gefühl, dass die wirklich denken, dass die Welt untergeht und in so einer Hoffnungslosigkeit, aus so einer Hoffnungslosigkeit herauskommen. Und da finde ich, ist es auch unsere Aufgabe, auch zu erzählen, was passieren kann, was wir machen können, ganz konkret. Aber was denkst du, was geht dir durch den Kopf? Ich merke, dass du... Ich merke gerade, das ist ja das erste Interview, das ich führen muss. Ich merke gerade, dass ich natürlich nicht einfach so meine Fragen nach und nach runterlesen kann, sondern ich habe jetzt fünf Seiten übersprungen. Das war ganz anders geplant. Und bin zu meinem Klima... Gibst du mir mal einen Stift? Ich muss mal hier die Fragen abstreichen. Damit ich nachher wieder weiß, wo wir weitermachen. So, also das habe ich gefragt und das habt ihr selber schon geantwortet. Zum ersten Mal, dass du ein Interview führst. Streichst du gerade die Themen, durch die wir schon angesprochen haben? Ja, ja, genau. Ich bin jetzt zum Klima gesprungen. Ich habe hier tatsächlich so einen kleinen Blog dazu. Weil, was ich spannend fand, ist, also nach diesen schlimmen Bränden in Australien, war ja die Reaktion des Murdoch-Medienunternehmens. Also diese ganzen... Also mein Murdoch gehört ja irgendwie... Den Prozentsatz nicht im Kopf, aber sehr, sehr, sehr viel. Auch in Australien, England, Amerika. Gibt es in Australien kein Kartellamt? Also wisst ihr das? Egal. Das wollte ich nicht fragen. Sondern es gab eine, zumindest von der ich weiß, eine Journalistin, die gesagt hat, öffentlich gesagt hat, ich kann das nicht... Also wollt ihr das kurz ausführen, was da passiert ist? Erzähl du den Fall. Erzähl den Fall. Naja, also Murdoch ist ja bekannter Klima... Wie nennt er sich? Klimaskeptiker, glaube ich. Also Leugner. Ja, genau. Also einfach ein schönes, anderes Wort für Klimaleugner. Und seine Zeitungen und Fernsehsender haben versucht, die Schuld wegzuschieben von dem Kohlebaron, den er da als Chef der Regierung installiert hat, hin zu, ich glaube, sowas Absurdem wie Umweltschützer, die verhindern, dass die Feuerwehr da hinkommt oder so. Also das ist alles ein bisschen übertrieben, aber... Er ist schon gewählt worden. Der ist schon gewählt worden. Ja, ja. Aber er... Ich bin ja kein Journalist. Ich bin ja... Danke. Ich darf ein bisschen zuspitzen. Aber es gab eine, die gekündigt hat und gesagt hat, ich kann das nicht... Nicht mehr vertreten. Nicht mehr vertreten. Wenn ihr in Australien arbeiten würdet, könnt ihr das nachvollziehen? Wärt ihr in derselben Situation? Hätt ihr auch gesagt, in dem Moment ich kündige? Oder sagt ihr, ich wäre sogar gar nie in der Situation gewesen, für Murdoch zu arbeiten, weil ich weiß, also ich meine, Fox News, Trump, die Kette ist ja auch durchaus bedenklich. Das ist ja so eine... Also das ist eine komplizierte Frage, weil es ist ja so eine Frage nach, was macht man, wenn man in... Und es sind ganz viele sozusagen Anwürfe, die wir jetzt mal angenommen. Das wäre so, ja, es gibt ein System, das diese Leute oder Journalisten unter Druck setzt. Und was würde ich als Einzelner in so einem System machen? Das ist ja eine Frage, die man sich öfter stellen kann. Also nur mal angenommen, in Deutschland gibt es irgendwann einen politischen Umschwung. Was mache ich denn dann? Und genauso die Hauspolitik ist so, ich bin aber so oder ich kann das nicht mehr mittragen. Aber kurz... Die kurze Antwort ist... Nein, nein, nein. Kurz reinkrischen. Also glaubst du, das ist nicht so gewesen in... Nee, das war in Australien. Ich meine, all that said, die Frage ist ja größer als der Fall. Ja, das stimmt. Und eine Lehre aus Vorrecherche gegenüber Nachrecherche ist, man lernt immer was dabei. Nochmal zu gucken, wie es jetzt genau war. Abstrahiert davon. Ist es sehr bequem zu sagen, ja klar hätte ich das auch gemacht. Das ist ja das, was man hören will. Und ich glaube, ich hätte es als Jochen heute auch gemacht. Als 24-jähriger Jochen am Anfang seines Jobs weiß ich es echt nicht so genau. Erster Job, zweiter Job, schwierige Branche, keine Ahnung. Inzwischen glaube ich, also man wird ja über die Zeit auch so ein bisschen gefestigter. und das wäre glaube ich die Abrisskante, wo ich auch sagen würde, ich möchte eigentlich nicht mehr im Journalismus arbeiten, wenn ich das Gefühl hätte, ich muss jetzt sozusagen PR für Weltanschauung machen und nicht nach der Wahrheit streben. Das klingt so groß und das gelingt ja auch nie, aber das Ideal zu verfolgen, das finde ich relativ wichtig. Also die Antwort wäre, in meinem Fall würde ich sagen, als heutiger Jochen würde ich in den Sack hauen, als ich kann es für niemanden sonst anders. Ich glaube, man kann niemanden das nahelegen oder ihr müsst doch jetzt alle. Ich finde es viel komplizierter im Einzelfall. Ja, absolut. Also ich habe jetzt auch bei dem Fall, ich bin nicht so hundertprozentig in der Geschichte drin mit Murdoch. Ich meine mich nur zu erinnern, gelesen zu haben, dass einer seiner Söhne deshalb auch mit ihm einen quasi öffentlichen Streit angefangen hat. Ja, der hat Twitter auch verkündet, dass er das nicht gut findet. oder irgendwie, das war jedenfalls, es gab den einen, der eigentlich Disney übernehmen wollte und dann nicht durfte. Was ja schon. Das ist ja, also, warte mal, ich habe ja Succession geguckt. Habt ihr Succession geguckt? Nein, ich habe eine Bildungslücke. Aber erzähl mal. Naja, es ist ja eine sehr gute HBO-Serie. Ich muss, HBO ist ein guter. Ja, ich werde nicht von denen bezahlt. Doch, schon. Schon. Also ich hoffe schon. Aber nicht dafür Werbung zu machen. Wir schneiden das dann raus. Ja, schneid das mal raus. Es geht um ein Medienkonzert, sehr offensichtlich News Corp und der Alte. Also Murdoch. Ja, Murdoch. Und der Alte hat einen Herzinfarkt und ist klar, dass er vielleicht irgendwann abtreten muss. Und es geht darum, wer von seinen Kindern das Unternehmen übernimmt. Und ja, seitdem, ich weiß nicht, seit dieser Serie beschäftige ich mich sehr viel mit diesem realen Murdoch-Familienclan. Das ist sehr faszinierend, die tatsächlich auch richtig zerstritten sind. Und der eine Sohn, den du gerade angesprochen hast, der jetzt auch angekündigt hat, dass er massiv irgendwie in Green Tech investieren will. Ja, vor allem ist das ja auch so interessant bei Murdoch. Mich fasziniert der auch. Es gibt ein fantastisches Buch von Michael Wolff über Murdoch. Das ist der Michael Wolff, der jetzt dieser weiße Haus-Enthüller, der ursprünglich mal Medienjournalist war und der eben, das heißt sowas wie irgendwas mit Kingdom jedenfalls, also über ein Königreich von Murdoch ein großes Buch geschrieben hat. Und der Murdoch ist ja mittlerweile, ich weiß nicht, ist der 90 schon? Also ich glaube, er ist Ende 80 auf jeden Fall. Um die 90. Er muss um die 90 sein. Ich google jetzt nicht. Und er angeblich ja seit 20 Jahren versucht er einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden und angeblich irgendwie gelingt es nicht. Also die Söhne sind also der eine, ich habe mal einen von den Söhnen getroffen, die sind alle ganz bezaubernd und wohlerzogen. Wo hast du den getroffen? Ja, so Konferenzen. Also die sind ja tatsächlich auch viele, oder wie viele sind es denn? Zwei? Es gibt eine Tochter noch. Auch noch eine Tochter, ne? Also wie in der Serie. Also das ist in der Serie so. Aber wenn es, dann wird es, es wird ja sein wie in den Känguru-Chroniken, alles ist wahr im Grunde, was darin geschrieben steht. Und es gibt hochintelligente Menschen, die so, also ich bin auf so Digitalkonferenzen, springen die auch, sprangen die jedenfalls mal rum. Es gibt auch, wir hatten gerade die Geschichte des Brexit, hatten wir bei Zeit Online visualisiert, in Tabloid-Covern, die natürlich von Murdochs Medien auch stark geprägt werden. Wo halt sozusagen eine, man muss ja wirklich sagen, eine Alternativrealität zu der Realität von, ich sag mal, dem Guardian oder was auch immer dargestellt wird. Und man sich immer wundert, wie dieser Dreh jeweils zustande kommt. Das ist ja wirklich faszinierend, oder Fox News zu gucken, wie alternative Fakten funktionieren oder wie man jede nachteilige Information in eine positive Information umwandeln kann. Und das ist schon faszinierend. Trotzdem schießt man, also meine Frage an dich oder an uns, ich darf ja keine Fragen an dich stellen, aber um in dem Kampf dagegen, also man muss ja dann, man hat ja dann das Gefühl, also gegen diesen Unsinn muss ich doch anrennen. Wie groß ist die Gefahr, dass man selber dann über dieses Ziel permanent hinausschießt, nach der Wahrheit zu streben und selber zu einer Art PR-Agenten der guten Sache wird. Und das ist, klingt so komisch oder klingt so geschmäcklerisch oder ich halte das aber auch für ein Problem, dass sozusagen die Gegenbewegung aufpassen muss, dass sie nicht auch permanent übertreibt oder sozusagen irgendwie nicht stoppt. Ich verstehe, was du meinst. Weißt du, es gab ja irgendwie bei, um das mal auf ein sehr profanes Beispiel zu ziehen, als Black Panther rauskam, hat er einfach sehr viele Ein-Sterne-Bewertungen bekommen auf der Internet-Movie-Database und dann gab es halt sehr viele Leute, die zehn Sterne dagegen gewotet haben. Das ist alles schon passiert, bevor der Film im Kino kam. Das war eine reine politische Aussage. Das war quasi quasi so ein paar Rassisten, so eine Rassisten-Bande hat angefangen, den runter zu voten, dann haben andere den hochgewotet. Völlig unabhängig davon, wie der Film ist. Ist das ungefähr, was du meinst? Nee, nicht wirklich, sondern ich habe mich jetzt versucht, also ich bin jetzt ein, ich versuche jetzt, die Aufklärung durchzusetzen und sozusagen nach der Wahrheit zu streben. Das Gefühl, es gelingt, es reicht ja nicht. Also zum Beispiel die Feuer in Australien. Es gab ja schon immer Feuer in Australien und es gibt schon immer Sonne im Sommer. Ja, versteht ihr, was ich meine? Und natürlich kann man nicht sagen, diese Feuer sind jetzt sozusagen der letzte Beleg, dass Murdoch nicht recht hat. Verstehst du, was ich meine? Und weil es eben komplizierter ist, aber man möchte so gerne sagen, das ist der letzte Beweis, jetzt brennt der Planet. Und so funktioniert Statistik halt immer. Aber das mit dem Übertreiben in die andere Richtung, finde ich, ist bei dem Black Panther Beispiel schon auch gut. Also das ist sozusagen, weil du Rassismus bekämpfen möchtest, also der Ein-Sterne-Rassismus jetzt in dem Fall, gibst du einem Film zehn Sterne, obwohl du ihn gar nicht gesehen hast. Also es geht gar nicht um den Film, sondern es geht um die großen Debatten. Eine Frage, also das ist ein, also für Luisa Neubauer, das würde mich sehr interessieren, wie sie das sieht, weil ich bei ihr zum Beispiel das Gefühl habe, also die Fridays for Future haben auch eine Tendenz, natürlich in der Sache so weit voranzuschreiten, dass man sich fragt, okay, also das ist halt auch ein Aktivismus, ist ja auch in Ordnung, aber man beruft sich auf Wissenschaftler, aber, und es gibt auch wissenschaftliches Unterstützen, aber es verläuft da nochmal so eine Grenze zwischen, wenn man mal mit einem Klimaforscher länger redet, sind die wahnsinnig differenziert, wissen aber genauso differenziert, darf ich das auf keinen, also es macht einfach keinen Sinn, in so einer aufgeheizten Debatte so einen langen Vortrag zu halten, mit sowohl als auch, weil es wird eigentlich die ganze Zeit gegen mich verwendet, da ist ein Problem. Ja, und es ist ja auch beim, im Fall von Australien fällt mir nur gerade ein, gab es da nicht auch dieses gefälschte, diese Wetterkarte, oder diese, da gab es plötzlich mal, irgendwann mal so eine Karte ging so durchs Netz, wo angeblich ganz Australien brennt, also, und dann stellte sich heraus, das war irgendwie eine gefälschte Karte, also wo sozusagen offenbar Leute, also man weiß ja nicht, wer es gemacht hat, warum, aus welchen Gründen, aber die Wahrscheinlichkeit ist zumindest da. Aber, das ist ja ein spannendes Thema, ist das nicht quasi ein strukturelles Problem, der, sag ich mal, Aufklärungsseite, gegenüber der, Fake News Seite, absolut, dass sie, das ist also quasi, das Spiel ist unfair. Ja, genau. Die Aufklärung spielt ein kooperatives Spiel, Spieltheorie, und die Gegenaufklärung spielt ein nicht kooperatives Spiel. Die Gegenaufklärung kann jeden dreckigen Trick machen, weil das ist egal. Und die Aufklärung ist gezwungen, in ihrem System muss die immer sowohl als auch sagen, es gibt keine endgültige Wahrheit. Ha, es gibt keine endgültige Wahrheit. Ja, also, und das ist die Flanke, die, die sie gerade zerstört, finde ich. Und die natürlich, die extrem durchmachen muss, aber auch durch die sozialen Medien, natürlich enorm, unfassbar verstärkt worden ist. Klar, weil natürlich plötzlich gleichberechtigte Podien existieren. Also, das macht es zumindest nochmal, also, ich glaube, die Dramatik hat dadurch enorm zugenommen. Sollte man Facebook zerschlagen, wo wir beim Thema sind? Christoph, das musst du beantworten. Darfst du das nicht? Doch. Als Chefredakteur von Zeit Online, oder? Nein, dann schalten die den Traffic ab. Das steht ja immer als Drohung im Hintergrund. Das war falsch. Ich antworte gleich. Also, die Macht von so wenig Konzernen, das sind ja mittlerweile nur noch drei, vier, das macht mir schon manchmal Angst. Jetzt ist es natürlich andererseits so, dass diese Konzerne haben sich, sie stehen auf dem Boden der Meinungsfreiheit. Also, sozusagen, es sind keine Konzerne, die im Hintergrund gleich schon die Botschaften haben, wir lassen bestimmte Dinge nicht zu. Also, keine Ahnung, bei uns darf zum Beispiel nichts über Homosexualität geschrieben werden. Wenn das passiert, schalten wir es ab. Aber, also die Tatsache, dass wir uns in einer Welt bewegen, in der, egal, ob du dann jetzt deine, deine, na, Kurznachricht gerade abschickst, ein Video in einem anderen Netzwerk anschaust, oder mit jemandem gerade eine Freundschaft liest, im dritten Netzwerk, und letztlich gehörst, lieferst du die Daten an eine Firma, die die dann vermarktet, ist krass. Jochen? Gleichzeitig bin ich da überall. Also, wir schneiden ja Schweigen später raus. Schweigen wird ja in diesem Podcast hart rausgeschnitten. Ich finde, es ist, das stimmt alles. Ich glaube, es ist komplizierter. Schon wieder. Ja. Große Unternehmen, die sehr schnell wachsen, haben natürlich immer die Tendenz, in sich auch eine böse Komponente zu entwickeln. Das hat man bei Google gesehen, das hat man bei Facebook gesehen. Der Kern ist aber ein guter Kern. Der Kern ist, die haben es geschafft, Kommunikation auf eine Weise zu organisieren und sozusagen das Zusammenfinden von Menschen auf eine Weise neu zu denken, wie niemand davor. Und ich halte, das ist quasi Zuckerberg, Mark Zuckerberg ist eine Art Mozart der digitalen Kommunikation. Und wir vergessen oft, dass viele dieser dunklen Seiten, das wird schon gesagt, aber ich finde nicht oft genug, dieser dunklen Seiten, die wir auf Facebook projizieren oder auch auf Google projizieren, aber vor allem auf Facebook, unsere dunklen Seiten sind. Es ist nicht das Ding, die Plattform alleine schuld daran, dass plötzlich Leute zu Wort kommen, die die schlimmsten Dinge sagen, sondern die haben halt jetzt, die werden zum ersten Mal gehört. Das ist kein neuer Gedanke, aber man muss abstrahieren, die Plattform von den Inhalten, für die erstmal die Leute, die sie machen, verantwortlich sind. Und das Problem gibt es schon immer, seit es das Netz gibt, gibt es Studien zu, ich bin ja sau alt, deswegen weiß ich das, es gab schon in den 80er Jahren super tolle Studien über entkörperlichte Kommunikation, hieß das damals von den Soziologen, wo Virtual Communities daraufhin untersucht wurden, was eigentlich mit Leuten passiert, die ihr Gegenüber nicht mehr sehen, wenn sie kommunizieren. Das ist derselbe ein bisschen so, wie wenn du im Auto sitzt, du hast plötzlich eine Glasscheibe und fängst an zu fluchen über den Typen da vorne oder schaust denen an, aber du hast was zwischen dir und noch extremer ist es, wenn du die Person nicht mehr siehst. Wir alle werden dann anders. Twitter zum Beispiel. Ja, also jedes digitale Forum, nimm jedes beliebe Forum, du hast diesen Effekt und Facebook hat es geschafft, Leuten eine Stimme zu geben, die keine hatten und jetzt hören wir die leider. Das ist, ich würde sagen, 80 oder 90 Prozent der Probleme, die Facebook verursacht, aus Sicht vieler, sind die Probleme, die halt die Leute darstellen, die das Ding benutzen und wir hören halt, also das Brecht'sche Radio existiert. Der größte Fluch ist, dass das Brecht'sche Radio existiert. Du wolltest aber schon vor 10 Minuten Einspruch erheben. Ja, ich glaube, es stimmt nicht, also es klingt so ein bisschen, als ob die Leute jetzt halt eine andere Kommunikationsplattform haben und da jetzt ihre Meinung sagen. Unterschlägt dabei aber, so finde ich, da kannst du gerne was dazu sagen, dass diese Kommunikationsplattform die Meinung auch massiv prägt. Mit anderen Worten, 9-11 ist sowas wie das Cannabis der Verschwörungstheorien. Das heißt, du stolperst irgendwie auf YouTube über so ein 9-11-Video und denkst, das war irgendwie komisch. Dann guckst du das an und dann fällst du in dieses Rabbit Hole. Und was du dann von dir gibst auf Facebook, ist ja nicht mehr deine ursprüngliche Meinung, die du jetzt endlich von dir geben darfst, sondern sie wurde schon massiv geprägt durch diese verschiedenen Internetmechanismen, Internetkonzerne. Und da ist meine Frage quasi, wenn Mark Zuckerberg sich hinstellt und sagt, wir werden das nicht unterbinden, dass auf unserer Plattform gelogen wird, basically. Das ist ja nicht ein Problem. Aber ist es, also, oh Gott, wir kommen in die Hölle, wenn wir das veröffentlichen hier. Also, ich bin vielleicht ganz oldschool, aber natürlich gibt es viele Probleme und Facebook muss die adressieren. Aber es ist ja erstmal eine, das ist wirklich eine alt, wirklich altvorderen Ansicht. Ich bin zu lang im Netz und das war eins der Ideale, dass endlich alle gehört werden. Jetzt werden sie gehört. Und das ist ein Problem. und das Problem sind die Leute und nicht Mark Zuckerberg, der versucht, Falschinformationen zu regieren. Ich halte das für. Nein, nein, nein. Ich sage nicht, dass Zuckerberg selber die Falschinformationen prägt. Lass mich anders reinkommen. Sagen wir, das Problem ist nicht Facebook, sondern Facebooks Geschäftsmodell. warum funktioniert die Wikipedia klar, man kann auch Wikipedia kritisieren, aber generell würde ich sagen, Wikipedia funktioniert viel besser als Kosmos, als Facebook. Und es liegt meines Erachtens an dem anderen Geschäftsmodell. Da ist was, also da würde ich auch sagen, da hast du völlig recht, das ist wirklich totale Zustimmung. Ich hatte neulich so eine, die war leider unter drei heißt das, also man darf, man darf glaube ich, ich darf schon sagen, es gab neulich so eine Debatte mit relativ hochrangigen Facebook-Managern, aber in einem Rahmen, wo ich jetzt nicht daraus zitieren würde. Aber das ist das, was ich denen auch gesagt habe. Ich finde nicht, dass ihr sozusagen an allem schuld seid, aber ihr kommt auch aus dieser Nummer nicht raus. Ihr habt quasi ein perfektes System gebaut und auch ein Geschäftsmodell, das sozusagen auf auf permanente Aufmerksamkeit beruht und das verstärkt natürlich die Informationen, die besonders viel Aufmerksamkeit erzeugen. Und aus der Nummer kommst du nicht raus, das ist was wir vorhin sagten, also sozusagen der Shift von einem werbebasierten Modell in ein, also von, von, was ist das, Privatfernsehen zu HBO, ist genau deren Problem, die müssten eigentlich HBO sein. Genau. Und dann wäre alles gut, natürlich nicht, aber es wäre ganz anders. Aber viel wäre anders. Total. Ja, also da würde ich zustimmen und das, die kommen aber aus der Nummer nicht raus. Aber das ist schon ein... Die sind börsennotiert, die können nicht, diese Änderung kriegen die nicht hin. Ja genau, aber das ist der entscheidende Punkt, weil natürlich glaube ich, weil, also ich erinnere mich, ich habe einmal Mark Zuckerberg getroffen, vor, was war 2009, glaube ich, also schon eine Weile her, da war er in Berlin zu Besuch und ich habe ihn so einen Tag lang begleitet und ich weiß noch, dass der morgens, wir saßen uns so gegenüber und er hatte seinen Laptop vor mir, klappte den so auf und dann sage ich, ja, wie bekommst du denn oder wie bekommen sie ihre Informationen eigentlich? Und dann sagt er, ja, über Facebook. Ich bin mit den Leuten befreundet, die dann mir die entscheidenden, also die dann das posten, was mich auch interessiert und so, bekomme ich ja alles. Und ich glaube, also in meiner Erinnerung, würde ich mal sagen, war das so, der konnte sich das nicht vorstellen, dass so viel Böses, sage ich mal, Fake News, das war so weit weg von dessen Denken. Das war noch nicht mal so, dass der hat da, glaube ich, keine Sekunde drüber nachgedacht. Aber kann man ihm nicht diese Naivität vorwerfen? Absolut, das meine ich ja. Also sozusagen, das ist, jetzt kann man sagen, das ist eine Amerikaner, das ist sozusagen eine Naivität, aus der ja auch viele tolle Ideen, das ist ja auch eine Kraft, sozusagen zu sagen, ich baue da jetzt sowas, hat er angefangen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, in seinem Elternhaus, seine Eltern waren noch Ärzte und da hat er versucht, für die so ein kleines soziales Netzwerk zu bauen. Also mit besten Absichten. Und ich glaube auch, tatsächlich, wie Jochen das sagt, das ist genial, also das so zu schaffen, dass da diese Vernetzung möglich ist. Was ich nicht verstehe ist, die verdienen doch unfassbar viel Geld. Warum schaffen die das nicht? Weil ich weiß nicht, ich würde Ihnen das nicht unterstellen, dass sie das nicht wollen. Nein, die wollen, nein, nein. Aber warum schaffen sie das nicht? Das ist nicht, aber das ist sozusagen... Ja, aber das killt jedes Geschäft. Also das muss man, man muss sich das nochmal, wie viele Milliarden Leute sind da live drauf, zu jeder beliebigen, also sozusagen, es sind ja Daily Active Users, oh Gott, Leute, Google das später, aber irgendwie im Milliardenbereich, ja. Und ich hoffe, Sie erzählen es keinen Quatsch. Das ist nicht moderierbar. Du kannst jetzt nicht eine Milliarde Leute von Dubai, also sozusagen, Mathematik muss man sich mal vorstellen, man kann das jetzt nicht alles nacharbeiten. Ich meine, dass zigtausende damit beschäftigt sind, gemeldete Inhalte, problematische Inhalte zu filtern. Das wird immer schief gehen oder das System geht kaputt daran. Ich glaube, das skaliert nicht, ja. Und das ist der Problem. Insofern, ich finde den Punkt eigentlich super valide. Das Ding ist, und bitte nicht falsch verstehen, ziemlich perfekt für das, was es tun soll. Und das ist sein Fluch. Und die kommen aus dieser Nummer nicht raus. Und ich gehe davon aus, es gibt ja so Berichte aus dem, ich kenne jetzt Marc nicht, persönlich habe, wen ich mal getroffen habe, und zwar mehrfach ist der Typ, der die Timeline erfunden hat. Ich glaube, der heißt Google im Gehirn, Cox mit Nachnamen und Vornamen hoffentlich Chris oder ist es, Gott hoffentlich, kein falscher Name, aber irgendwie irgendein Cox. Und die haben garantiert nicht darüber nachgedacht, was am Schluss das Ergebnis dieses Systems ist, sondern die haben erst mal das perfekte System für, gebaut und auch für ihr Geschäftsmodell gebaut und aber auch eins, das Leute glücklich macht. Aber tut es das? Also weil es gibt ja sehr viele Studien in letzter Zeit, die sagen, dass das unglücklich macht. In diesem Moment macht es sich glücklich. Der Affekt ist, du wirst immer noch mehr, das noch mehr nutzen wollen. Sozusagen, ich stelle dir keine Frage, aber ich stelle nur fest, du bist ja auch dort. Also das Känguru und du? Ich benutze das als eine Art Newsletter. Also man muss natürlich irgendwo, ihr benutzt es ja auch, man ist da, weil die Leute da sind. Also ich wäre der Erste, der das alles hinschmeißt. Ich benutze es persönlich überhaupt nicht. Ich mache auch meine Auftritte da nicht selber. Also klar, ich gucke, du hast Leute, die für dich. Ich gucke über die Inhalte drüber so. Also ich generiere auch die Inhalte, wenn es jetzt irgendwie was Lustiges ist oder sowas. Aber ich habe selber tatsächlich nicht mal Zugang, weil ich, das wäre jetzt meine nächste Frage, benutzt ihr es privat? Ja. 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 Und ich finde, das frisst unglaublich viel Zeit. Das macht überhaupt nicht glücklich. Hast du das ausprobiert? Hast du das oder? Ja, ich habe das nicht so wirklich krass benutzt. Aber ich habe am Anfang die Auftritte selber betreut. So ganz am Anfang. Da hatte ich natürlich auch noch niemand. Ja. Und meine Erfahrung ist, ich weiß nicht, wie das euch geht, das ist auch eine interessante Frage. Lest ihr die Kommentare unter euren Artikeln? Ja. Und also meine Erfahrung ist, mitunter schmerzhaft. auf, wenn du 99 Mal ein gutes, positives Feedback bekommst und du bekommst einen, der das total verreißt und hasst, an dem hängst du dich auf. Also die anderen nimmst du so hin und freust dich und der andere, der lässt dich nicht schlafen. Ja, aber das ist sozusagen, das ist eine Fertigkeit auch. Stumpft man da ab? Nee, überhaupt nicht. Ich habe mal eine meiner, also wir hatten vorhin nach unseren Historien gefragt. Mit Anfang 20 habe ich mal sehr früh, also mit 22 oder so, eine Community gegründet damals für Journalisten, butzigerweise. Da waren am Schluss, ich weiß nicht, 10, 12.000 Leute drin. Und weil das so früh war, haben die alle über eine Mailingliste, also per E-Mail kommuniziert. Also war es direkt im Posteingang dieser Leute. Und da sind am Tag 50 bis 100 Posts geschrieben worden. Und damals war das schon so, es ist immer noch dasselbe. Du musst eine gewisse Ruhe entwickeln mit Affekten online. Und dann kannst du auch ertragen, mir geht das ja genauso, du veröffentlichst eine Geschichte und du weißt schon, also wenn zum Beispiel das Schlimmste ist, also reine Lehre ist, du musst sehr früh, wenn du eine Geschichte veröffentlichst, solltest du eigentlich sofort in den Kommentaren sein und mitdiskutieren, dann wird das meistens total cool. Angenommen, du bist aber in einer Sitzung oder was auch immer. Oder es ist morgens um fünf und du bist mal nicht wach und die Geschichte geht online. Und bevor du guckst, ist da keine Stunde reicht, hat sich so ein Malstrom von Negativität entfaltet. Und es ist mir jetzt öfter passiert, dass du dann so denkst, ah nee, da gehe ich jetzt nicht, also nee, da will ich jetzt auch nicht mehr rein. Und das ist oft ein Problem von Autoren, das ich total nachvollziehen kann. Wenn du zu spät kommst, willst du irgendwann, willst du nicht mehr diskutieren. Wir überlegen jetzt gerade, also unsere Kommentare zum Beispiel sind immer noch offen. Jeder kann da kommentieren. Wir haben ein relativ großes Team, das damit beschäftigt ist, das zu moderieren. Aber danach, also die, erstmal kannst du veröffentlichen und danach gucken wir, sind da Sachen, die nicht in Ordnung sind. Und wir überlegen jetzt gerade, wie wir das nochmal neu denken. Wir wollen die offen lassen, aber wir wollen dafür sorgen, dass sehr gute Kommentare sehr viel schneller nach oben wandern als jetzt. Damit nicht das passiert, du liest die ersten zehn und denkst, ach, da ist jetzt wieder dieser Club der Meckerer, der sich darüber hermacht. Das macht natürlich alle unglücklich. Ja, also ich verstehe ja, irgendwo, gerade unter Artikeln, kann das natürlich auch ein positives Feedback sein oder keine Korrektur sein. Leute, die sagen, das war aber ein bisschen anders und so. Das gibt es auch. Das ist ja alles in Ordnung. Aber habt ihr darüber nachgedacht, das System zu ändern? Also entweder zu sagen, wir moderieren davor, also wir installieren doch so eine Art Gatekeeper in der Kommentarfunktion oder habt ihr sogar schon mal darüber nachgedacht, die Kommentare ganz abzuschaffen? Das ist ja alles passiert bei anderen. Also deswegen kann man das ganz gut studieren. Nee, wir haben das nie diskutiert, was wir machen, was wir früher nicht gemacht haben. Es gibt Genres, wo wir sagen, das vormoderieren wir. Also zum Beispiel, wenn jemand stirbt, das ist ein ganz komisches Beispiel im gesamten Internet. Wenn jemand stirbt, aus irgendeinem Grund, den ich bis heute nicht so richtig verstehe, hat man dann wahnsinnig hämische Kommentare oft. Was ganz ungewöhnlich ist, weil die Leute sind ja eigentlich nicht so, aber man hat da Unter den Nachrufen. Unter den Nachrufen. Deswegen immer vormoderiert, wenn jemand stirbt, ganz bizarre Regel, bitte vormoderieren, weil sonst seltsam. Egal, die größten Sympathieträger der Welt. Erklär nochmal vormoderieren, was das genau heißt. Vormoderieren heißt, du kannst den Kommentar schreiben, es liest den aber einer, bevor er veröffentlicht wird. Das machen wir normalerweise nicht. Und wir können das, also wir machen manchmal, wenn uns die Debatte zu sehr abdreht, wie sagt man, also sozusagen eine seltsame Wendung nimmt oder wir denken, oh, da ist jetzt aber echt zu viel los. Bei konfliktären Themen kann es sein, dass wir manchmal auch vormoderiert schalten und dann wieder zurückschalten und so. Aber die Grundregel wollen wir eigentlich belassen. Also wir wollen eigentlich offen bleiben. Und es gibt viele Medien, die im Grunde ihre Kommentare ja de facto abgeschafft haben. Wir finden es relativ wichtig, dass unter jedem Beitrag bei uns jeder sagen kann, ich bin anderer Meinung oder da ist ein Fehler oder so. Ja, aber solche kann man ja auch nach Vormoderation durchlassen. Das ist aber eine andere Dynamik. Das ist eine andere Dynamik und die Leute interagieren dann anders. Und wir schätzen das, obwohl das für viele auch schrecklich ist und der Sündenpool und die Klowände und so weiter. Wir finden es immer noch ziemlich gut, dass Leute da frei kommentieren können. Es ist ja auch nochmal was anderes, finde ich, so schmerzhaft es einem ja auch selber geht, wenn man neun positive Kommentare liest und einen hämisch negativen, dass man sich diesen hämisch negativen, der bleibt einem natürlich im Gehirn. Das ist anstrengend und schmerzt, aber das muss ja möglich sein, solange dieser hämisch-kritische sich bewegt jetzt in dem Rahmen, in dem er sich bewegt. Deswegen habe ich gerade kurz gedacht, welche Erfahrungen du, ich darf ja keine Fragen stellen, aber sozusagen wie du das selber empfindest. Ich glaube, es geht mir gar nicht darum, ganz und gar nicht darum, diesen kritischen Kommentar, der irgendwie sagt, das ist aber nicht korrekt oder ich finde von mir aus auch, das ist auch nicht schön geschrieben oder da ist ein Rechtschreibfehler. Auch das ist in Ordnung. Es geht mir natürlich schon, ich merke, wo ich hin will, um die ganzen Hasskommentare. Also und die würden bei euch im Nachhinein wegmoderiert werden quasi? Gibt es viele auf Zeit online? Definiere Hasskommentare. Also wir löschen alles, was gegen eine Person gerichtet ist zum Beispiel. Also Hass sollte sie oder richtet sie oft gegen. Also wenn Leute so unsubstantiierte Behauptungen aufstellen, die offensichtlich Unsinn sind, wird sowas auch gelöscht. Es gibt einen ziemlich klaren Regelkatalog, was wir dann löschen. Wir löschen das auch nicht wirklich, sondern wir nehmen das offline und stellen an diese Stelle. Die sind immer noch im Archiv bei uns intern, wenn wir jemals wieder darüber debattieren. Wir nehmen auch manchmal wieder welche online. Die Frage ist halt, wo beginnt die Netiquette zu greifen, unsere Diskussionsregeln zu greifen und wo ist nur jemand und das ist wahnsinnig schwer oft zu unterscheiden oder diese Grenze ist ja auch fließen, wo jemand halt sehr kritisch sich äußert, und ich kriege jeden Tag Beschwerden von Leuten, deren Kommentare offline genommen worden sind und die sagen dann, hier, ich werde verfolgt von ihrer pick one linken, rechten, scheiß liberalen, was auch immer Redaktion. Schauen Sie sich das mal an, mein Kommentar ist gelöscht worden. Und interessanterweise in 80%, 90% der Fälle sind die Beschwerden nicht berechtigt. Wir gehen dem nach, ich gehe dem dann nach und gucke mir das an und denke, ja, nee, das haben wir zu Recht offline genommen. Die Leute beschönigen dann auch, was sie da so geschrieben haben. Also die Selbstwahrnehmung ist dann auch eine andere. Und das ist extrem mühsam. Also ich wollte, was ich eigentlich nur erzählen will, es ist wahnsinnig mühsam, auch diese Grenze zu finden und man kann die natürlich nicht finden, zwischen was ist jetzt ein Hasskommentar gegen Gruppen von Menschen oder gegen den Autor oder und was ist eine sehr pointierte Meinung. Also mir fällt nur ein zum Thema Hasskommentare, weil manchmal wird ja damit auch so insinuiert, das ist so eine Erfindung der digitalen Zeit. Also weil wir natürlich so viel darüber reden und weil das ja auf den Webseiten und sozialen Medien läuft und das ist natürlich nicht der Fall. Also ich erinnere mich, ich habe... Aber es kriegt schon eine ganz andere Breite. Es kriegt eine andere Breite, aber es gibt natürlich, also ich habe zum Beispiel einen Fall, erinnere ich mich, habe ich mal recherchiert über Jens Spahn, der in seiner Jugendzeit sich mal für den Bau eines Atomkraftwerks ausgesprochen hat oder für ein Lager in seiner unmittelbaren Umgebung. Also der war natürlich Schülerunion, Jungeunion und so. Und das in einem Leserbrief, Also ganz kurz, das finde ich einen sehr skurrilen Verein, dass es die Junge Union überhaupt gibt. Aber gut, Entschuldigung, sprich weiter. Das ist ein Widerspruch an sich. Und genau, in einem Leserbrief an die Lokalzeitung das dann auch verteidigt hat. Und dann passierte Folgendes, drei Tage später erschien dieselbe Lokalzeitung mit einer uns riesigen Anzahl von Leserbriefen, die sich also auf diesen damals, weiß gar nicht wie alt er war, jungen Erwachsenen gestürzt haben. Und der sah plötzlich, saß zu Hause in seinem Elternhaus und sah plötzlich diese Zeitung. Und diesen Effekt, den hat man natürlich heute auch mit Hasskommentaren im Netz. Ich will gar nicht sagen, dass er recht hatte, er hatte Unrecht aus meiner Sicht. Aber ich glaube, wenn wir nur sagen, früher war natürlich die gedruckte Tageszeitung, Lokalzeitung vor Ort, das hat dann halt auch jeder gelesen. Und da gab es die Hasskommentare auch schon in den gedruckten Medien. Das ist übrigens auch ein Topos dieses Nichts, also das Archiv ist unendlich. Also Leute, die heute geboren werden, haben also jede öffentliche Äußerung, die du tätigst, ist potenziell auf immer gespeichert. Und es gibt ja schon so Debatten, Gott sei Dank ist meine Jugend sozusagen nicht auffindbar. Oder ich sage jetzt auch mal deine auch nicht. Aber Leute, die heute aufwachsen und dumm sind oder halt einfach nur die Sachen etwas lockerer sehen, haben echt ein Problem eventuell. Das ist auch ein neues Thema. Das gibt es öfter. Wenn man Leute, die heute 30 sind oder 40, wenn man in deren Vergangenheit buddelt, es ist halt schon wahnsinnig viel von der eigenen Jugend, ist schon digital dokumentiert. Und dann wendet sich irgendwas, was du vor 20 Jahren, ich will auf keinen Fall damit konfrontiert werden, oder was sie vor 20 Jahren gedacht haben, wendet sich dann gegen dich. Und auch das ist die Frage, ist es fair, was der Marc-Uwe vor 15 Jahren für einen Quatsch geschrieben hat oder vor 20, das heute zu ziehen und sagen, na, ob das mal ein guter Autor ist, hier, schau dir das mal an. Das ist halt nicht fair, finde ich. Nein, das ist überhaupt nicht fair. Also das Recht auf Vergessenwerden taucht ja immer wieder durch seine Extremfälle auf, wenn dann irgendwie ein Mörder vergessen werden will, aber im Prinzip finde ich, dass Daten eine Halbwertszeit haben sollten und verfallen müssten. Dann kommen wir wieder zu Facebook zurück und irgendjemand muss das, glaube ich, Facebook vorschreiben, also weil Mark Zuckerberg wird es nicht von selber beschließen, zum Beispiel. Ich habe total Hunger. Ja, das Problem ist, ich komme von einer Frage zu, ich finde das sehr spannend, aber wir müssen jetzt was essen. Also der Plan ist, gehen wir in die Küche zum ersten Mal. Der Plan ist, damit die Hörer verstehen, was jetzt passiert, wir haben überlegt, was wir essen und wer auch immer die Kängurukroniken gelesen hat, weiß, wie die Geschichte des Kängurus beginnt. Das Känguru, das es heute leider nicht hier sein kann, klingelt an der Tür und will sich zwei Eier leihen, um Eierkuchen zu machen. Der Rest ist Geschichte. Aber es gibt eine Figur, die in dieser Wohnung lebt. Diese Figur heißt Mark Uwe Kling. Mark Uwe. Mark Uwe. Mark Uwe macht die Tür auf. Macht die Tür auf und dann, was ist, es sitzt ja Mark Uwe hier gerade, also ein anderer Mark Uwe natürlich. Irgendeiner. Irgendeiner. Irgendeiner, der total Hunger hat. Ja, okay, wir machen das jetzt, wir gehen, wir haben alles da, ich habe vorhin bei, jetzt tut mir leid, Rewe, die Zutaten gekauft, so Mehl und Eier. Hast du gerade das Känguru imitiert? Nein, das kann ich natürlich nie wagen. Spricht aber so ähnlich, spricht das, gell, das Känguru? Ich kann das nicht, wie spricht das? Also das ist, ist ja nicht hier. Ne, es ist nicht hier, ich kann aber total gut, ich stimme nachmachen tatsächlich. Mach mal. Wieso? Was willst du denn jetzt von mir? Ja, so spricht das Känguru. Mach mal Eierkuchen. Halt die Klappe. Es ist immer total unfreundlich, es ist wirklich, es tut mir leid. Ist es auch, du hast glaube ich mal gesagt, das kommt so, also es ist so eine Alternative, es ist ja auch in den Büchern, wird das beschrieben, auch wenn du nicht der Marc-Uwe in den Büchern bist, so eine alternative Persönlichkeit in dir, so eine schizoide, heißt das so, Abspaltung, eine schizophrene Abspaltung von dir, die in dir auch funktioniert. Das ist ja totale Küchenpsychologie, nein. Danke. Was machen wir denn in der Küche jetzt? Eierkuchen, Pfannkuchen. Okay. Gehen wir mal rüber. Pfannkuchen, bei uns heißt es Pfannkuchen. Du kommst schon aus Schwaben. Also bei uns in Baden, mir sage Pfannkuchen. Aus Sturgut. Es heißt auch Pfannkuchen. Schon, oder? Eierkuchen ist, wer sagt Eierkuchen? Hier sagt man Eierkuchen. das gibt es auch. Hier sagt man Eierkuchen, weil die Berliner sagen ja zu den Berlinern Pfannkuchen. Eben. Doch, das musstest du nicht. Doch, aber ich bin völlig, es stimmt. Und deswegen können sie nicht zu den Pfannkuchen, auch Pfannkuchen sagen, sondern sagen sie den Pfannkuchen, Eierkuchen. Es ist kompliziert, aber irgendwann, ja. Ja, also wir gehen jetzt mit, das ist total innovativ, mit Aufnahmegerät in die Küche und kochen. Okay. Oh Gott. Ich kann den am besten Pfannkuchen. Also ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie Pfannkuchen gemacht. Dann solltest du welche machen. Dann wissen wir, dass wir ganz lange wummern haben. Aber das Känguru, das Känguru wirft doch die Eier immer so durch die Küche, oder? Also da ist es ja so. Das kannst du hier ja auch gerne machen. Wo ist denn meine Tasche? Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Ich traue mich jetzt noch im Moment los. Das ist zwar unsere DG-Küche. Haben wir denn alles? Ja. Ja. Die erste Frage. Wie viele Fragen hast du gestellt? Nicht so viele, ehrlich gesagt. Das dauert hier alles viel länger, als ich dachte. Aber jetzt kochen wir auch noch. Ich muss ja sagen, das fand ich immer das langweiligste. In dem Podcast. Wenn ihr es ja in Est. Im schlimmsten Fall sitze ich in der S-Bahn. Ohne S-Bahn. Ja. Das ist halt nicht nur die S-Bahn, sondern die S-Bahn. Und denke ja, toll, jetzt essen die was. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Du siehst du gerade unseren Podcast. So geht das den anderen jetzt auch. Jetzt wird es noch schlimmer, weil wir gucken ja. Als Podcaster kriege ich die Hände. Du pass mal auf. Du hast ja extra gewaltt, bis du aus dem Raum warst. Also. Nur Nettigkeiten über dich ausgetauscht. Also was hat Jochen, du packst aus, was haben wir? Ich entschuldige mich noch mal, ich habe es bei Rewe gekauft. Aber wir haben ja bezahlt. Mehl. Das ist nichts gesponsert. Mehl. Käse und Schinkeneier. Aber es gibt auch süße Pfannkuchen. Ich habe sogar Früchte. Kimbeeren. Heidebär. Marmelade. Erdnusspaste, was alle Barskastjünger gut finden werden. Walnüsse sind besser, aber ich habe keine Walnuss. Gibt es eigentlich Walnusspaste? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie Walnusspaste. Hast du erzählt, dass du selber Cashews Cashew Walnusspaste weiß ich nicht. Kenne ich auch nicht. Komisch, oder? Aber du machst Cashew Cashewmus. Selber? Ja, hast du vergessen. Mach doch immer Eierkummel. Wenn du noch nie Eierkummel hast. Keine Ahnung. Ohne Schüssel. Du machst hier Eier, Milch und Mehl. Und nach Gefühl. Das dauert Stunden. Das ist doch jetzt. Nee. Okay, leite mich an. Wir schauen jetzt, wie wir es sind. Wir müssen hier aber weiter fahren. Wie viele Eier? Warte mal, bis wir uns nachdenken. Mach mal... Und wo rein? Also mindestens eins pro Person. Nee, warte auf. Ich habe ein Rezept. Also jetzt hier. Wo denn rein? Hier. Mach mal acht Eier. Ja, mach mal. Acht Eier. Einfach. Christoph schlägt zum Ersten. Mach die noch. Das hast du sehr gut gemacht. Also Eier habe ich nochmal zerschlagen. Ich mache es nicht so cool, wie das Kängel. Ja. Aber so geht es nicht. Nee, das geht wirklich nicht so. Also Audio-Matter, Christoph knallt das Ei von unten gegen die Schließung. Du musst das an die Kante von der Schließung. Ja, so ist es recht. Sehr gut. Du lernst schnell weg. Du siehst den Comedy-Aspekt vor allem, bei der Kante. Ja, ja, ich finde das total lustig. Oh, jetzt hat er das Ei in der Schüssel schon zerbrochen. Aber bitte das Ei retten, danke. Bitte, habe ich gerettet? Sehr gut. So. Acht, acht Stück. Ich habe in meiner WG gewohnt. Waren es neun? Du hast jeden Freitag... Jochen, waren es neun? Nein, das waren sechs. Ich habe jetzt hier... Schatz. Darf ich dir noch zwei Eier anreichen? Kochkurs mit Christoph Ahmend. Sag mal, ihr habt doch diese Kochkolumne im Zeitmagazin. Ja, ich esse ja vor allem, aber du lässt kochen. Stimmt. Elisabeth Räther, liebe Grüße. Das ist ja eigentlich legendär. So, jetzt. Acht Eier. So, dann... Also, ich mache das hier mal nach Gefühl. Jetzt musst du halt ein bisschen Milch... 600 Gramm Wehl, ein Liter Milch. Das ist auch nicht rocket science. Du machst jetzt hier... Wie viel Milch? Erstmal Mehl, würde ich sagen. Erstmal Mehl und dann ist der Milch die Konsistenz nachgegeben. Ja, oder? Ja, das ist ein schöner Ausdruck. Wie viel mehr? 600 Gramm Standöl, aber du kannst einfach mal so reinhauen. 600 Gramm? Ja, kannst du einfach mal reinhauen. 1000. Du musst das positiv sehen. Das ist eine ganz neue Fähigkeit. Und immer so rühren, dass du die Konsistenz sich entwickelst. Das ist super hilfreich. Ah ja, gut. Dann machen sie keinen. Guck mal, ich frage nicht so lange schon mal. Machen wir mal was zum Thema. Wer kommentiert denn eigentlich? Also, es gibt ja immer mal, immer mal wieder hört man, das sind eh nur super wenig Leute. Aber wie viel Milch? Bis zu einem Liter, aber erst mal einfach reinhauen. Also, jetzt guck, bis es so schmubbelig wird. Und du gießt halt so lange rein und rührst, bis du das Gefühl hast, das sieht nach Pfannkohlenteig aus. Ah, das ist das Rühre. Ja, das ist auch Schneebeet. Das ist schön. Du möchtest gleichzeitig tiefe medienteoretische Gespräche führen. Geht nicht. Nein, nein, ich habe mein... Nein, nein, du, ich muss... Du musst... Verzeihen, ich bin ja neu in der Food-Podcast-Szene. Sowohl in der Podcast-Szene als auch in der Fragenstelle. Vielleicht eine kurze Frage, weil wir jetzt ganz schön klumpen jetzt. Bisschen mehr, Micha? Fahre ich die Profis? Ja. Ja, und mehr Mäh. Und mehr Mählaufen? Ja, und nicht so... Ja, und nicht so... Also, du musst auch... Okay. Das Rühren so richtig... Mit Effé. Mit Effé. Außer, außer habt ihr... Maria, habt ihr eine Rührmaschine? Aber so eine KitchenAid sehe ich hier. Das ist so... Ich habe aber auch so eine Hand. So ein... Also nicht so ein... Nee, aber das mal... Nee, komm, das kriegen wir... Konzentriere mich hier. Rede doch ruhig weiter. Ja, ja. Ich höre zu. Wenn ich hier meine niedrigen Tätigkeit... Mach gar nicht... Vielleicht eine einfache Frage, während Christoph rührt. Warum hast du keinen Podcast? Weil du bist ja wirklich ein Stimmenwunder und die Fans hängen an deiner Stimme und alle kaufen ja diese Hörbücher millionenfach. Es wunderte uns tatsächlich, warum es von dir keinen Podcast gibt. Ist das Känguru nicht auch als Radio entstanden? Also es war lang im Radio. Es war lang im Radio, ja. Und es gab es auch als Podcast, aber das waren halt irgendwie so zwei Minuten Folgen. Also das Gegenteil von dem, was ich hier mache. Weißt du, wie kam denn ihr auf die Idee, diesen Podcast zu machen? Moment, das ist jetzt eine Gegenfrage. Ja, das ist eine Gegenfrage. Also ich habe mich mit Podcasts, ehrlich gesagt, einfach nie beschäftigt, bevor ich hierher gekommen bin. Das ist, glaube ich... Das sind die ersten Podcasts, dass ich gehört habe. Unsere? Ja. Das ist uns eine Ehre, Christoph, oder? Das ist eine Ehre, ja. Aber liegt das erst vielleicht auch... Also jenseits von... Ich habe natürlich ein paar Freunde, die Podcasts machen und dann höre ich das an und dann denke ich, ja okay, das ist... Ein Podcast? Ganz lustig, aber ich meine, mit denen sitzt ich ja zusammen und dann ist das genauso. Also das... Ich weiß nicht, ich höre immer lieber ein Hörbuch, wenn ich was höre. Ich habe es nie so richtig verstanden und jetzt als ich es gehört habe, dass ich so... Also gerade in so einer Situation jetzt, wo Essen gemacht wird, dann dachte ich, okay, vielleicht ist das einfach der Podcast und dann in einer Situation besser, wo man auch nicht so 100% aufpasst. Wisst du, was ich... Ja, ja, ja. Also wenn man dann so... Das höre ich dann oft, dass die Leute sagen, okay, ich höre das beim Autofahren, wo ich gleichzeitig mich auch noch aufs Fahren konzentrieren muss. Während ich ja nicht... Ich fahre so gut wie nie Auto. Ich fahre eigentlich immer Bahn oder Fahrrad und da kann ich mich schon... Also vor allem in der Bahn. Vielleicht ist das für ein Fahrrad das Fahrrad der Podcast besser, aber in der Bahn kann ich ja auch ein Hörbuch hören. Und dann frage ich mich, warum sollte ich irgendjemandem zuhören, der gerade Eierkuchenteig macht. Ja, was soll man sagen? Aber ich glaube, das ist ein bisschen Mehl noch. Sieht doch schon besser aus, oder? Das ist sehr schön. Das machst du sehr gut. Du musst auch ab und zu loben. Christoph, das ist ganz toll, wie du das machst. Deine Mutter wird stolz auf dich sein und dein Vater erst. Mein Bruder kann so gut kochen. Und dein Bruder. Du kennst das schöne Lied von deinem Lobdefizit. Wir alle haben ein Lobdefizit. Kannst du mal vorsingen? Ja, sing mal. Nein, nein, nein. Wir singen übrigens in diesem Podcast. Hast du das eigentlich bemerkt? Das habe ich ja auch schon. Wir haben auch schon überlegt, weil wir dürfen ja... Also du musst ja einen Lieblingssong von uns mit uns dann singen, ne? Als Gastgeber. Wir dürfen uns einen Song wünschen. Wir dürfen uns eins erfügt. Ich bin schon ganz aufgeregt. Wir haben gestern Nacht, als ich, das sage ich jetzt nicht, wo ich da war, haben wir hin und her gesimpft, was die schlimmsten möglichen Songs sind, die wir singen könnten, die wir uns ja irgendwie... Weil ja unsere Lieblingssongs gesungen werden müssen. Mein Vorschlag war... Christoph war besser. Christoph war peinlich. Also peinlich, warum es ja peinlich sein? Ja, total. In the air tonight. Ja, das ist schon mal grauer. Ganz großes Lied. Das fand ich peinlich. Ja? Guck, grau. Das ist fürchterlich. Was war denn dein Vorschlag? Ich habe nur einen Schuh, weil ich natürlich auch noch. Ja, ich spiele euch später mal zwei Sachen vor. Da könnt ihr ja mal... Bei dir war es nicht... Das war... Ich kann nachgucken. Country Road. Also das ist... Old Town Road. Das ist nicht der... Aber ich habe einen besseren, peinlicheren. Warte kurz. Ich kann den Dialog von gestern nach... Ach ja! Das peinlichste, was ich im Moment in der Playlist habe, ist der... Toss a Coin to your Witcher. Kennt ihr The Witcher? Das ist so eine Serie. Aber sie ist wirklich schlecht. Aber vielleicht schlecht. Ja, ja. Ich habe das nicht geguckt. Ist das schlecht? Ja, die ist schon schlecht. Sag mal, und als du reinkamst, hast du gesagt, bei dir hing zu Hause auch ein Star Wars Plakat, weil bei uns in der Podcast-UG hängt dasselbe Star Wars Plakat. Dasselbe. Das ist aber beängstigend. Aber es ist ja... Ja, es ist... Aber ich meine, hier steht eine komplette Sammlung Lindenstraße auf DVD eingeschweißt. Ja, das ist jetzt ein bisschen speziell. Aber auch... Ist das der Film-Nummer... Keine Geheimnisse aus der Podcast-WG verraten. Aber ist das das erste... Maria, du musst es ja wissen, du wohnst ja hier. Ist das das historische erste Plakat von Star Wars? Nein, überhaupt nicht. Das ist ein totales, freakiges Nebenplakat. Das ist nicht mal offiziell. Das sieht auch richtig hässlich aus. Ja, das ist auch... Sieht eher aus wie ein Screenshot von so einem Computerspiel. Ja. Ich hab's auch erst seit zwei an. Ja. Aber bei Marc-Uwe hing das im Kinderzimmer. Ja. Und das ist schon beängstigend, diese Koinzidenz. Was will uns das Universum damit sagen? Der Pfannkuchenteig ist fertig. Seid ihr zufrieden mit meinem Teig? Das sieht er nicht ganz gut aus. Ja, komm, das Problem. So, der Marc-Uwe muss aber die Pfannkuchen machen, finde ich. Oh gut, aber das ist schon... Findest du gut? Ja. Ich glaube, wir würden ein bisschen Milch reinmachen. Das ist schon... Nee, da musst du fast einen Kuchen... Du kannst fast einen Kuchen draus machen. Okay, noch ein bisschen Milch? Ja. Komm, so ein bisschen flüssiger darf das sein. Ah ja, stopp, 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 stopp. Also, es sind ja dann eure Pfannkuchen. Wie muss das eigentlich sein? Muss der Teig so fluffig sein, so wie er jetzt ist? Ja, ich finde es gut. Marc-Uwe prüft die Konsistenz des Teigs, indem er den Rührstab aus dem Teig heraushebt und so dünne Fäden zieht. Genau, und wenn der Teig am Schneebesen hängen bleibt, dann ist das nicht gut. Ein Kuchenteig. So, jetzt, hier, wir haben immerhin ein Gasherd, was echt cool ist. Aber ich finde die Frage... Komm, mach durch. Der Chef, komm. Ich mache auch, jeder macht einen. Oder jeder macht einen. Aber du darfst anfangen, weil du hast jetzt einen Teig gemacht. Okay. Und die Frage, die finde ich aber trotzdem interessant. Habt ihr euch das selber ausgedacht? Oder hat irgendjemand zum Beispiel gesagt? Nein. Also die... Ihr beide? Oder du? Oder nee, wir haben... Die wahre Geschichte, die haben wir schon mal erzählt, ist... In diesem Podcast? Nee, irgendwo anders. Wo haben wir neulich das erzählt, Christoph? Oh, das ist viel zu viel. Aber Moment, du musst auf dem Öl rein. Was machst du jetzt? Du hast jetzt den... Nein! Oh, Pfannkuchen-Krise in der Podcast-WG. Christoph, du hast den Teig reingehauen ohne Öl. Ah, nee. Wie kommt... Ich kann mich nicht konzentrieren im Podcast-WG, während du Pfannkuchen passt. Was wird jetzt passieren? Du hast es ja nicht in der Pfanne. Dass jetzt nicht alles verloren ist. Vielleicht können wir noch Öl drunter schmuggeln. Warte mal, ich habe... Guck mal, du hättest es hier auch über die... Wie nennt man denn das? Die Tülle? Wie heißt denn das? Die Nase. Die Nase. Du bist doch der Schriftsteller. Die Schüsselnase. Ich habe hier diesen Butterschmalz. Die haben mich wirklich angeleitet. Ja, das war mein Fehler. Auf jeden Fall. Komm, jetzt lass uns erst mal den Pfannkuchen machen, bevor wir die Historie dieses Podcasts erzählen. Die Historie begann im Italienischen Restaurant. Und wir haben uns eigentlich beide darüber unterhalten, was nett ist, dass du jetzt hier noch was zu retten. Das gibt eine Katastrophe. Schau mal, was passiert. Hast du noch eine andere Pfanne? Da. Ja, oder soll ich die schnell? Wir können ja mehrere... Ja, wir machen mehrere Pfannen. Das dauert die Songs eh ewig. Hast du einen... Startet der auch normalisch? Oder hast du auch schon... Nee. Habt ihr kein Gas hier, die Kreuzfeld? Wir hätten einen. So, jetzt ein bisschen professionell. Soll ich eingehen? Nee, jetzt... Moment. Weißt du, weißt du... Ich drehe mich um und will das in die Spüle legen, weil hier ist die Spüle bei mir. Aber nicht hier. Ja, natürlich. Liebe Lieblingsmaria, wo ist denn mein... Hast du mal ein Messer irgendwo? Ganz hier. Ah, da. Ich haue einmal... Bisschen... Butterschmalz habe ich nie benutzt, aber ich habe gelesen, es soll ganz toll sein. Hast du das jetzt runtergenommen aus Angst, was da passiert? Also, während das zerläuft, die Geschichte des Podcasts ist, wir wollten Podcasts machen. Ja, ja, ja. Und dann waren wir zusammen essen? Dann waren wir essen. Ich weiß noch, wir haben uns darüber gesprochen, wir wollen ein Interviewpodcast machen. Christian wollte ja auch ein Interviewpodcast machen. Ich wollte einen Interviewpodcast machen, der sehr lang ist. Und dann sagten wir so, wie wäre es denn, wenn wir einen Interviewpodcast machen, der nie endet? Ja, wir kamen auch ein bisschen drauf, weil wir das Gefühl hatten, äh, haben, dass so wahnsinnig viel im Journalismus formatiert ist und dass die Menschen da immer gezogen werden, in einer Minute 30, alles zu sagen. Und dann kamen wir so drauf, ja, das ist natürlich schon wesentlich besser. Richtig. Und da haben wir gesagt, wie wäre es eigentlich, wenn es keine Limits gäbe? Es gäbe kein Ende, nur der interviewte, mit einem Schlusswort vielleicht. Und danach, wir machen drei Folgen, danach werden alle schreiend davongerannt sein. Aber schlimme. Nee, komm, lass es, das ist nicht cool. Ja, da kann man hier Kaiserschmarrn draus machen. Also, Christoph hat den Kaiserschmarrn, so wurde der Kaiserschmarrn. So wurde er erfüllt. Christoph Harmen, der Entfinder des Kaiserschmarrns. Und warum eigentlich nicht? Du, jetzt kann man, glaube ich, da noch ein bisschen reinmachen. Sag mal, Salz haben wir auch noch. Jetzt kann man hier nicht, jetzt nicht sitzen, oder? Ja, genau. Das machen wir auch noch ein bisschen fett. Ja. Salz haben wir nicht eingetragen. Nein, Teig. Mach doch. Du hast ja bisher noch gar nicht so viel gemacht. Wer, ich? Ja. Ich kann das ja auch. Ich habe... So, guck mal, den Kaiserschmarrn kannst du machen. Danke. Hast du eine Schnurbeln hier? Also, Audiokonnectar. Das ist der sogenannte... Marc Uwe und Christoph. Hast du noch mal Kaiserschmarrn mit seinem Zustand? Nee, ich sehe die Alkohen-Kompetition. Aber es ist nicht mal dasselbe Sport. Das stimmt. Das ist sozusagen Hallenhalmer. Ja, ja, es ist total... Wir können uns jetzt auch noch ein bisschen... Wir können uns jetzt nicht auf tiefe Themen konzentrieren, aber ich habe ein bisschen Quatsch aufgeschrieben. Was sind denn so eure Lieblingsserien? Was guckt denn ihr so gerade? Lieblingsserien? Also, ich habe festgestellt, dass man... Ich habe The Witcher geguckt. Ah ja. Und das fandst du nicht so gut? Hast du von vorne bis hier geguckt? Doch, doch. Ich fand es... Doch, doch. Mein Sohn meldete sich und sagte, ah, The Witcher. Du kannst es mal gucken. Dann habe ich angefangen und man entwickelt so ein Sog. Es ist wirklich schlecht, aber es gibt eine ganz tolle Geschichte, eine ganz tolle Rezension im Atlantic dazu, die mir erklärt hat, warum ich The Witcher toll finde, weil es ja eigentlich so schlecht ist. Aber The Witcher weiß, dass es schlecht ist und es hat dadurch so eine... Also, du merkst halt, dass es so inszeniert ist, dass alle wissen, okay, das ist jetzt eine relativ trashige Fantasy-Art-Geschichte, hat aber dabei so eine Grundironie, die aber nicht... Also, ich kann es ganz schnell erklären, man muss echt die Geschichte lesen. Nur der Hauptdarsteller des Witcher ist extrem ernst die ganze Zeit. Und das wiederum ist auch zu editieren. Und dann funktioniert es ziemlich gut. Es hat auch eine extrem komplexe Handlung, die man am Anfang nicht versteht, weil sie in mehreren Zeitebenen spielt, die immerhin zurückspringen müssen. So, das war das Letzte, wo man nämlich... Warte mal, und dann habe ich... Christoph, was guckst denn du? Ich überlege eigentlich Serien. Nee, ich habe eigentlich gar nicht... Also, richtig gute Serien. Bad Banks 2 habe ich geschaut. Und? Fand ich okay. Wie fandst du die erste Staffel? Besser als die zweite. Fand ich ganz gut. Also, so wie das... Also, jetzt nicht fantastisch, aber ich habe es gerne geschaut. Oh, das ist ein Teller. Da oben. Du bist ja der Gegner, weißt du, in meiner These. Ich hatte die These, dass man inzwischen... Also, haben wir ja schon darüber geredet, die Gesellschaft driftet auseinander. Es gibt über viele Dinge, über die man gar nicht mehr miteinander reden kann, weil man teilweise auch eine völlig andere Faktenbasis hat. Können wir später auch mal drüber reden, ob irgendwie anders ein Problem ist. Außer, man kann mit jeder Person überhaupt Serien reden. Das ist so, was ich festgestellt habe. Außer, aber du bist jetzt... Ich überlege gerade... Der Gegenbeweis. Eigentlich schon, aber ich liebe Serien. Ich liebe auch Netflix-Serien, aber ich überlege, welche richtig gut war zuletzt. Habe ich jetzt ehrlich gesagt? Das ist ja das große Geheimnis. Das muss nicht gut sein, oder? Ja, aber... Wir sind ja unter uns. Du kannst einfach sagen, was du guckst, Chris. Was ist die letzte Serie, was du geguckt hast? Ich schaue mal nach. Ich schaue mal meinem Handy nach. Du hast ja dein Handy... So weit ist es schon gekommen, dass man sich nicht mehr erinnert, was... Threadstone gucke ich offensichtlich gerade noch. Habe ich jetzt schon lange nicht mehr weiter geguckt. Picard habe ich geguckt. American Gods fand ich sehr gut. Kennst du... Ja, ich habe das Buch gelesen. Ja, und das Buch ist... Ich fand die Serie ziemlich gut. Ich fand die... Ich weiß nicht... Obwohl, ich wollte eigentlich... Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nichts Negatives zu sagen, weil ich finde, die ganze Welt ist so negativ. Ich fand das Buch ganz gut. Das Buch war ganz gut, oder? Ja. Ich fand die Serie... Ich fand die Charaktere in der Serie ziemlich cool. Also gerade den Fahrer... Wie heißt der Fahrer nochmal? Also der Fahrer von... Der Fahrer des Gottes... Ja, ich mag... Also... Den finde ich ziemlich gut. Ich fand auch den Gott ziemlich gut. Ich fand den... Ja, den Odin ist das, ne? Oder der, der Spät, den Fisch finde ich auch gut. Das sind nicht alles perfekt. Ich fand auch die Freundinnen, die tote Freundin ziemlich gut. Also die Charaktere fand ich schon... Hatte ich mir so... Also war ich positiv überrascht. Wie findest du die Charaktere im Kängurofilm? Sind die gelungen? Eigentlich? Ja. Du musst nicht... Ja? Nur positiv. Nur positiv sowieso. Ich finde, die Schafspieler sind toll. Dein Darsteller ist gut. Ich finde die auch. Dimi ist super, ja. Den hast du auch selber gecastet, oder? Ich war auf jeden Fall dabei, ja. Also genau. Wie viel Kontrolle hat man da? Als Star-Autor? Mehr als nicht Star-Autor, aber weniger. Man hat... Also ich persönlich habe immer weniger Kontrolle, als ich... Würdest du gerne hätte? Ja, zum Beispiel hätte ich jetzt hier Öl reingemacht. Bevor ich den Teig... Was macht eigentlich dein Pfannkuchen hier? Nein, 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 nein. Achso, gut ist eigentlich deiner. Ach, Entschuldigung. Einmal schnubbel ich auch noch hier. Guck mal, ich fange mal hier rein. Das ist ja auch die alte Regel, der dritte oder so wird dann richtig gut. Das ist meiner. Das freut mich jetzt. Ja, aber ganz kurz... Du als Veganer kannst trotzdem Käse... Vegetarier, Entschuldigung. Ich bin Vegetarier, ja. Ich habe jetzt gefunden, ich habe mal kurz bei Netflix nachgeschaut, was ich zuletzt geschaut habe. Ja, was hast du geschaut? Uncut Gems. Fand ich sensationell. Ach, das ist das mit Adam Sandler. Adam Sandler, ja. Als Diamantenhändler im Diamantenhandelsviertel in New York. Das läuft jetzt jetzt. Ja. Seid ihr böse, wir haben auch Zimt für den Kaiserschmarrn. Ich mache mir ein bisschen Schinken drauf, Leute. Schinken und Käse mit gefaltet in einem Pfannkuchen ist das Beste überhaupt. Mein Kaiserschmarrn sieht aus ein bisschen aus wie so Schiffensmühlen. Schiffensmühlen. Das ist ganz gut. Machen wir einen Pfannkuchenkontest. Warte mal, ich mache mal drei Bilder. Das ist Christo. Das ist Jochen. Schon gewollt. Was hast du da reingerollt? Käse. Ah, sehr gut. Aber man kann das nochmal... Soll ich es nochmal anbraten für dich? Damit der Käse schmeckt? Ja. Der hat alles reingemacht. Ja, warte ich. Was brauchst du? Gabel? Ach, das wird perfekt. Ich liebe es. Meine gesamte Studentenzeit bestand freitags eigentlich erst diesem Pfannkuchen. Ah ja? Jeden Freitag gab es Pfannkuchen in der WG. Holgi, grüße, hat immer Pfannkuchen gemacht. Also da hat es so aufgehoben für Pfannkuchen zu haben. Ich bin nie in der WG gewohnt. Vielleicht liegt es da. Du bist eher so ein Loner. Ich habe es doch früher angefangen zu haben. Ja stimmt. Du hast schon immer Kohle gehabt und musstest nie in der WG wohnen. Okay. Gib mir mal. Du isst ja schon. Ja, ich habe schon Hunger. Okay, dann brate ich den jetzt auch nicht mehr an. Soll ich noch einen weiteren machen? Christophs Kaiserschmarrn mit Zucker und Zimt. Ja, ja. Ich bitte den Exzellent. Maria, möchtest du meinen mit Käse und Schinken? Ja. Okay, take it. Komm, da mache ich nochmal einen. Ich beantworte ja keine Fragen. Aber um deine Fragen zu beantworten. Also, ich bin wirklich ein ganz toller Typ. Ja. Ich habe ihn im Theater gesehen. Am Gorky. In einem wirklich sensationellen guten Stück. Wow, was ist die Situation? Und er redet ja auch über sich selbst. Er redet ja auch über sich selbst. Kennst du das? Hast du das gesehen? Nee, ich habe gelesen. Ja, und das ist, ich weiß gar nicht, ob das noch läuft, aber es ist spektakulär gut. Und alle sollten sich das angucken. Marc-Uber hat gerade den Gangs und zerstört und fliegt ihn jetzt mit ihrem kleinen. Ja. Was erzählt er denn aus seinem eigenen Leben? Naja, es ist seine Background-Geschichte, wie er nach Deutschland gekommen ist. Und es ist ein ganz tolles Stück. Und es ist auch, aber dabei, also es geht um Fluchtgeschichten, aber es ist nicht, es ist auch sehr lustig dabei. Also auch immer wieder bitter natürlich, aber es ist ein ganz, ganz tolles Stück. Und ich habe ihn auf der Bühne gesehen und dachte, okay, der kann das. Der ist einfach, der hat Witz und Timing und auch, ja, da habe ich mich zum Glück auch nicht verteilt. So. Wie findet ihr das Känguru? Ich finde es super. Ich finde auch die Stimme vom Känguru gut. Die Stimme ist halt gut, ne? Die Stimme reißt es eigentlich raus. Also das Känguru hat sich ja meistens selber gesprochen. Ich habe es dann ab und zu ein bisschen nachgearbeitet, wenn es zu sehr gelallt hat. Ich finde es eigentlich halt ein Alkohol, das Känguru. Doch noch. Macht alles, was ich nicht mache. Hunde kicken. Ja, wir hatten ja dann in den Dreharbeiten auch so ein Probekicken. Okay, gleich. Um den Hund riechen zu können, um den Hund auszusuchen. Welcher, welcher gibt es am besten? Gerade wenn es Vegetarier zu hören, Tierfreunde. No animals were harmed during the production of this podcast. Keine Kängurus. Also das wäre jetzt ungefähr, vor zehn Minuten hätte ich den Podcast abgeschaltet. Nur so zu Info. Das ist ja faszinierend, dass das funktioniert. Okay, also gut. Nächste Frage. Was hast du jetzt gesagt, die du überhaupt nicht zugehört? Was war die letzte Serie, die du geguckt hast? Die letzte Serie, ich habe mich richtig gut fand. Wie du ein bisschen gut fandest? Nee, genau. Abbangs 2 war die letzte, die ich jetzt gesagt habe. Aber du hast doch irgendwas nachgeguckt. Und dann habe ich bei Netflix geschaut, was ich zuletzt bei Netflix gesehen habe. Und es war Uncut Jams. Und Marriage Story habe ich auch gesehen. Fand ich auch sehr gut. Hast du Marriage Story gesehen? Nee. Ach, wie heißt nochmal der, was du vorhin zitiert hast? Den habe ich natürlich auch. Das ist aber keine... Das war ja keine Serie. Das Gangsterdrama. Die Irishman. Die Irishman. Das hätte aber vielleicht eine Serie sein sollen. Ich habe ja The Irishman wie eine Staffel geschaut. Ja. Also immer so mal so eine halbe Stunde. Manchmal habe ich auch zwei Folgen geschaut. Wie ist eine Szene im Irishman, an die sich so eingebrannt hat? Also Restaurantszene, Autosszene, ja. Mehrere. Kennst du diese Szene, wo die Kamera neben dem Chevy oder was auch immer es ist, herfährt die ganze Zeit, Minuten lang gefühlt? Das ist das, was mir am meisten hinterher geblieben ist, ist die neben dem Reifen des Autos herfahrende Kamera. Und so hast du das Gefühl, der hat die Sitz auf. Ist das nicht sogar auf Film gedreht? Aber... Aber die Irishman ist sowas wie alles gesagt. Also, weißt du? Es ist ein bisschen zu lang. Man muss manchmal auch die Pausen aushalten und so. Also wo nicht viel passiert, aber dann gibt es immer wieder schöne Momente. Aber habt ihr... Habt ihr den Film geguckt, bevor er die ganze Debatte über... Darf man Robert De Niro digital verjüngen? Oder ist das nicht super creepy? Nee, das war vorher leider. Ja. Du hast die Debatte vorher mitgekriegt. Ich habe es nämlich erst danach mitgekriegt. Und ich fand es, muss ich sagen, relativ unproblematisch. Aber ich weiß von allen Leuten, die es davor mitgekriegt haben, die sagten, ja, war creepy. Also, das ist ja auch wieder so ein Beispiel, wie das prägt. Total. Absolut. Mir geht es auch zum Beispiel bei Parasite. Habt ihr Parasite gesehen? Ja. Ich wusste, als ich in den Film reingegangen bin, hatte ich nur mitbekommen, diesen Hype. Ja. Ich wusste nichts von der Geschichte. Ich auch nicht. Ich wusste gar nichts. Ich auch. Und der Film... Also, wenn ich jetzt vorher schon gewusst hätte, was da alles und wie die Geschichte so besonders ist... Und dass Trump ihn hasst, obwohl er ihn nicht gesehen hat. Weil er lieber Gone with the Wind 2 hätte. Was für eine absurde Geschichte. Ich meine, das sind so Momente, wo ich wirklich daran zweifle, ob man noch Satire machen kann. Weil, wenn ich mir eine Satire hätte ausdenken sollen, dann wäre ungefähr das dabei rausgekommen. Er nimmt einen Film, der die Südstaaten-Sklaverei irgendwo feiert. Also, es ist so... Ja. Ja, ja. Ist es aber... Donald Trump ist tatsächlich ein Problem, weil er... Ja, Punkt. Aber tatsächlich auch für Satire, oder? Weil er ist ja sozusagen... Ja. Er spielt ihn zwar, aber man hat ja so ein Gefühl, er spielt sich ja auch selber fast besser als Satire, als Alec Baldwin ihn spielt. Ja. Ja. Es ist schon auch sehr lustig, wie Alec Baldwin ihn spielt. Aber ja, ist total. Probleme auf allen Ebenen. Aber das war gar nicht das Thema. Du wolltest zum Irishman sagen, dass du es davor gelesen hast. Ja, ich finde, es ist generell natürlich immer schwierig, wie du das schon gesagt hast, wenn man vorher, jetzt zum Beispiel, diese Debatte mitbekommen hat und dann plötzlich darauf achtet. Also, wie ich mich zum Beispiel gefragt habe, wie wird das Känguru wohl aussehen in dem Film? Also, wie machen die das jetzt? Was ja sozusagen, glaube ich, also stelle ich mir vor, für Daniel Levy und für die ganzen Leute, die den Film gemacht haben, wahrscheinlich eine der größten Fragen war, weil natürlich in den Büchern und in den Hörbüchern man sich ja ausmalen kann, wie das Känguru so aussieht. Und plötzlich ist es aber zu sehen. Mhm, ja. Du hast ja die Kängurukronik schon seit Jahren gelesen, Jochen. Wie war es für dich als Känguru zum ersten Mal zu sehen? Ich finde Verfilmungen von Büchern, die man kennt, immer schwierig. Dafür finde ich es okay. Ich würde nicht sagen, es gibt ja Filme, die sind besser als das Buch. Fangen wir mal so rum an. Das finde ich jetzt nicht. Also sozusagen, die Bücher entwerfen ein ziemlich komplexes Universum. Auch wenn sie so einfach daherkommen. Und das kann ein Film natürlich nicht. Und ich glaube, es gibt auch Ausnahmen, wo Verfilmungen irgendwie das Buch eigentlich besser als das Buch sind. Ich sage jetzt keine Beispiele, aber gibt es. Und da würde ich sagen, der funktioniert in meinem Kopf, der Film, weil ich die Bücher gelesen habe. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht mehr vorstellen, wie das für jemanden ist, der die Backstory nicht kennt. Es sind so viele kleine, was ja schön ist, es sind so viele Anspielungen drin, die aber nicht erklärt werden. Also wenn du nur den Film siehst, schwierig. Und natürlich, wenn du einen Känguru im Kopf hast, dann kannst du jetzt, das geht einfach nicht. Weil diese Leerstelle ist ja ab sofort besetzt. Das ist aber mit jedem, mit jeder Verfilmung so. Natürlich hat sich das anders vorgestellt. Ich fand den Marc-Uwe ganz gut. Also der ist so ein bisschen kongenial. Und Kängurus simulieren ist auch wahnsinnig teuer, nehme ich mal an. Das teuerste in dem Film ist wahrscheinlich die Känguru-CGI-Datenbank-Schnubbel. Ich muss ja darauf bestehen, dass das Kängurus sich selber gespielt hat. Und nur ausnahmsweise, wenn es mal verhindert war, musste dann... Also hat der Computer nachgebaut. Aber im Prinzip ja... Zuverlässig ist es ja nicht. Verstehe. War es nicht gerade geklingelt? Ja, das klingt ja aber ständig, oder? Soll ich mal schauen? Ja, ganz mal. Ich gebe ja wieder ein Paket, aber es ist schon relativ spannend. Lass uns mal... Gehen wir mal wieder rüber. Sag mal, wer isst eigentlich den letzten Pfannkuchen, den wir hier noch haben? Wollen wir auch rüber gehen? Ja, wir tun ja. Wer warst du, Christoph? Hey, wir haben Besuch. Hä? Ja. Das war halt diesmal kein Paketbote. Was soll ich sagen? Ist der für mich? Nehmen Sie doch Platz. Hallo. Hallo. Na? Also wir haben... Hallo, liebes... Ich esse den mal. Ich habe Hunger. Ich habe gehört, hier gibt es Pfannkuchen. Hallo, liebes Känguru. Ja, Eierkuchen meinst du. Warum bist du eigentlich... Warum warst du verhindert? Ja, nur um einen Marx-Ledekreis. Konnte ich nicht schon wieder abschlagen. Duzt man eigentlich Kängurus, wenn man das Känguru nicht kennt? Ja. Ich sehe sie niemand. Liebes Känguru, was ich mich natürlich schon gefragt habe immer, woher kommt eigentlich dieser radikale Kommunismus in dir? Eine Familiengeschichte. Eine Sozialisation. Was heißt das genau? Na, mein Opa war schon mit Lenin in der Spiegelrasche. Meine Mutter war ja beim Vietkong. Und da kriegt man das halt mit. Mit der Muttermilch sozusagen. Im Beutel. Sag mal, wohnt ihr eigentlich noch in Kreuzberg in eurer WG? Natürlich ist alles wahr, was in den Büchern steht. Liest du die eigentlich, bevor die erscheinen? Lese die Korrektur und mache da auch Fußnoten rein, ja. Das heißt, alles ist von dir autorisiert, was da drin steht. Das heißt, du fühlst dich auch richtig getroffen von den Büchern? Also geschildert richtig? Da passe ich auf, ja, auf jeden Fall. Würdest du auch Korrektur lesen oder nicht? Na klar. Wie war eigentlich das für dich? Also die Kängurukroniken gehen ja mit dieser berühmten Szene los. Die wir ja als Leserinnen und Leser und Zuschauer ja aus der Sicht von Marc-Uwe nur kennen. Wie war das eigentlich für dich, als du da geklingelt hast? Ich hatte Hunger. Wollte mir Eierkuchen machen. Habe ich vergessen, Eier zu kaufen. Habe ich geklingelt. Dann habe ich festgestellt, dass ich auch vergessen habe, Milch und Mehl zu kaufen. Habe ich nochmal geklingelt. Dann habe ich festgestellt, dass ich keine Pfanne habe, habe ich nochmal geklingelt. Und dann ist mir klar geworden, dass ich keinen Herd habe. Und dann habe ich nochmal geklingelt. Dann bin ich eingeschoben. Ja genau, dann bist du ja einfach da geblieben irgendwie. Wie ist das eigentlich jetzt, wo Marc-Uwe so erfolgreich ist? Wie ist das für dich? Der ganze Erfolg basiert ja auf mir. Verstehe. Er ist ja nur sowas wie mein Schreiberling. Also sowas wie mein Chronist halt, mein Angestellter. Also ohne, dass ich ihn jetzt bezahle. Eher sowas wie mein Praktikant. So nennt man das, glaube ich. Wenn man Leute anstellt und sie nicht bezahlt, dann ist er ein Praktikant. Also wie ist der große Erfolg für dich? Wie kannst du damit umgehen? Total. Und wie ist das, wenn man auf der Straße permanent erkannt wird und angesprochen? Easy. Gibt es so Autogramme? Klar. Personenkult ist ja nichts dem Kommunismus Fremdes, sage ich mal. Denkst du über das Aufstellen eines Standbildes in Kreuzberg nach? So überlebensgroß? Ich sage mal, ich würde dem nicht im Wege stehen, wenn du da jetzt versuchst, eine Spendensammlung aufzumachen. Ja, könntest du ja vielleicht auch selber was draufgeben, oder? Nee, nee, nee. Also wer kriegt denn das ganze Geld? Marc-Uwe ist Agent. Achso. Ganz schlechte Verträge. Und bei dir bleibt da nichts hängen? Oder bei ihm? Na, ich komme hier zum Eierkuchen essen. Mehr möchte ich nicht so sagen. Ich muss gucken, wo man bleibt. Ja, sorry. Wir haben auch leider nur, ich habe vielleicht zu wenig eingekauft. Wir hatten nicht mit dir gerechnet, deswegen haben wir auch nur... Aber immerhin, ich bin ja froh, dass wir noch einen Eierkuchen essen. Einen Eierkuchen, das ist kein Gero noch. Wie war es eigentlich für dich? Hast du jemals gezögert, dich selbst zu spielen? Oder hast du von Anfang an gedacht, klar, übernehme ich die Rolle auch im Film? Wer hätte es sonst machen sollen? Jetzt mal ehrlich. Das wäre unglaubwürdig. Gibt es andere berühmte Kängurus, wo du mal früher gedacht hättest, das wäre toll, wenn die mich spielen würden? Skippy? Aber Skippy ist schon ganz schön alt. Weiß nicht, Skippy hätte nicht so richtig reingepasst. Känguru Jack. Aber der ist eher so Hasselhoff-Liga. Das stimmt, das ist nicht Robert De Niro. Und ist es jetzt, hast du ein bisschen, auch freust du dich auf die Premiere oder hast du auch so ein bisschen, bist du auch ein bisschen nervös oder ist ein Kängurus eigentlich nicht nervös? Nee, überhaupt nicht nervös. Sehr super. Was hast du vor auf der Premiere? Also willst du dich wie immer daneben benehmen oder passiert das eigentlich sowieso automatisch? Das ist ja die Frage, ob ich mich daneben benehme oder ob die Welt nicht daneben ist und ich mich korrekt benehme. Und was ist deine Antwort darauf? Letzteres. Wir hatten ja gehört, dass du nicht kommst, deswegen weiß ich gar nicht, ob Jochen vorbereitet ist. Aber ich habe jetzt nur gedacht. Ich gehe auch gleich wieder, ich habe jetzt gegessen, ihr müsst euch schnell eure Fragen stellen. Wie, würde natürlich gerne, gibt es eigentlich ein AB? Ich habe einen AB-Test für euch, seid ihr bereit? Ja, wir können ja, wir machen den AB-Test abwechselnd dann. So, wir machen hier nur, es gibt keinen weiter. Wenn wir geboxt, wenn wir nicht antworten. Nee, es gibt, ihr habt dreimal, könnt ihr sagen, das möchte ich lieber ausführlich beantworten. Okay. Joch, das können wir ja übernehmen. Die andere Idee, die ich hatte, die hat mir auch sehr gut gefallen. Aber ich weiß nicht, ob die funktioniert, es gibt kein weiter, es gibt nur ein sag du und dann wechselt es. Aber wir müssen jetzt die Antworten geben. Abwechselnd. Abwechselnd? Nein, ich würde mal probieren, gleichzeitig. Hochzeitig. Okay. So ein bisschen wie auf einer Hochzeit. Ah ja, das spät mich schon. Wenn man das jetzt sehen würde, würde ich sagen, jeder zieht seinen Schuh aus, ihr setzt euch Rücken an Rücken und dann Schuh hoch oder nicht Schuh hoch. Okay, also Partnertest. So, jetzt haben wir die Schuhe ausgezogen und setzen Rücken an Rücken. Ihr wisst ja, übrigens, schnell antworten. Ja, warum? Habe ich gehört, es sind andere Gehirnströme. Star Wars oder Sophies Entscheidung? Star Wars. Star Wars. Stern oder Fokus? Stern. Ich könnte da herraten, das ist nicht schlecht. Klassik oder Jazz? Jazz. Smith oder Marx? Was war das erste? Smith oder Marx? Ich habe es verschießt nicht. Smith. Ach. Oder Marx? Marx. Ja. Was? Das ist... Weder noch. Marx. Weder noch. Beatles oder Stones? Beatles. Blur oder Oasis? Oasis. Oasis. Libertines oder Franz Ferdinand? Franz Ferdinand. Franz Ferdinand. Aljay oder The X-X? The X-X. Ich schließe mich an. Böllern oder Verbieten? Verbieten. Was war das erste Mal? Böller oder Verbieten? Nein. Das war mein Gehirn. System 1. Das war mein System 1. Das war mein System 1. Hat gesagt Verbieten. Ich bin eigentlich dagegen, das zu verbieten. Ja, ich auch. Hamburg oder Berlin? Berlin. Christoph, du hast geschummelt. Ja, schummelt. Berlin. Verwarnung. Gibt es Verwarnung? Ach, das ist ja streng. Vegan oder jeden Tag Fleisch? Vegan. Vegan. SMS oder WhatsApp? WhatsApp. Netflix oder Prime? Netflix. Ghibli oder Pixar? Pixar. Ghibli. Oh, der erste, das wäre glaube ich das erste Mal. Ja, aber ich hätte auch umgekehrt sein können. Lesen oder Plotzen? Was? Lesen oder Plotzen? Lesen. Amazon oder Buchladen? Amazon oder Buchladen? Spencer oder Hill? Spencer. Terence Hill. Chernobyl oder Stranger Things? Stranger Things. Strand oder Berge? Strand. Aufstehen oder Liegenbleiben? Aufstehen. Yoga oder Rückenschmerzen? Yoga. Halbtags oder Fulltime? Fulltime. Profit oder People? People. Mit rechten Reden oder keine Plattform bieten? Mit rechten Reden. The Wire oder Breaking Bad? Breaking Bad. Breaking Bad. Seriously? Christoph, können wir jetzt heiraten? Was sagst du, Känguru? Keynes oder Friedman? Was nochmal? Das habe ich akustisch nicht gehört. Keynes oder Friedman? Thomas L. Friedman. Milton. Milton. Friedman. Das ist zwar evil, aber ich sage Friedman. Zug oder Flug? Zug. Naja, Zug. Taxi oder Leihrad? Taxi. Taxi. Privat oder gesetzlich? Gesetzlich. Privat. Hypochonder oder Fatalist? Fatalist. Ah, Hypochonder. Werbung oder bezahlen? Bezahlen. E-Auto oder Benziner? E-Auto. Aber E-Auto habe ich gelernt, also da würde ich jetzt sagen, da habe ich in unserer letzten Podcast-Ausführung, da habe ich gelernt von unserem Physiker, wir haben ja einen Physiker hier im Raum, der habe ich sehr aufmerksam zugehört, weil er erklärt hat in einem kurzen Vortrag, dass das eigentlich auch Quatsch ist mit den E-Autos. Naja, nur was die Idee betrifft, dass das jetzt weniger Energie verschlingt, die Bilanz ist fragwürdig, finde ich, zumindest heute, wo nicht alles Ökostrom ist und auch der Stromtransport ist nicht sehr effektiv, aber E-Autos ziehen ab wie Schmitzkatze. Okay. Ich bin für E-Autos. Das war das Längere, ja. Ja, das ziehe ich ab auf jeden Fall. Davies oder Crawford? What? Weiter. Äh, äh, das möchte ich ausführlicher von Christoph erklärt bekommen. Ja, ich habe Rückfragen. Nochmal. Betty Davis oder Johan Crawford? Ah, Crawford. Okay, das habe ich akustisch nicht verstanden. John Crawford. Betty's Davis Eyes. Facebook oder Twitter? Twitter. Hörbuch oder Podcast? Podcast. Rocky oder Rambo? Rocky. Ganz klar Rocky. Rocky. Sanders oder Bloomberg? Oh Gott. Das ist ja so wie Trump und Putin fast. Oh Gott. Oh Gott. Bloomberg. Aber man muss sich ja entscheiden, oder? Ja, Bloomberg. Bloomberg oder Warren? Warren. Ja. Merz oder Merkel? Merkel. Merkel. Trump oder Putin? Känguru, du wolltest doch gehen, oder? Ja, tschüss. Tschüss, Känguru. Wo ist eigentlich Marc-Uwe geblieben? Keine Ahnung. Ah, da bist du ja wieder. Das war das Känguru. Auf der Toilette. Ach so, tschuldigung. Und? Das Känguru war da. Trump oder Putin? Das Känguru war da. Das habe ich noch gehört. Ja, das hat mein Eiergucken gegessen. Gut, dass das Känguru weg ist. Was trinken wir denn jetzt? Wollt ihr dir ausführliche antworten? Ich sage mal, haben wir noch ein... Ich glaube, ihr müsst hier antworten. Haben wir nicht was zu trinken? Trump oder Putin? Marc-Uwe, dürfen wir, wir sind ja die Gäste von unserem Vorrat... Ihr könnt auch das Wort sagen. Getränke, Getränke, Vorrat. Also gut, ich möchte das länger ausführen. Ja, du hast... Wir haben ja so viele kluge Menschen das schon gefragt und einige haben geantwortet. Und ich fand relativ interessant, Ian McHughen habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Das ist so ein Schriftsteller. Er sagt, die Frage ist total klar, Trump ist Putin immer vorzuziehen. Also sozusagen, weil Putin ein hinterhältiges Abgrund, die ich in meinen Worten jetzt Spiel spielt. Und Trump ist halt auch immer offensichtlich und transparent. Und Putin kann sehr viel größeren Schaden anrichten als sehr intelligenter, im Hintergrund spielender Akteur. Als Trump habe ich das richtig. Also er meinte halt, Trump ist das kleinere Übel. Auch wenn wir beide schrecklich sind. Wenn ich mich entscheiden müsste, ich hätte das früher wahrscheinlich anders beantwortet. Gerade, ich glaube, dass die Deutschen wahrscheinlich das in ihrer Mehrheit anders beantworten würden. Also ich würde auch am Ende sagen, Trump. Ich glaube, ich würde jetzt auch Trump sagen. Also die lange Antwort ist, mit der langen Berühmung würde ich Trump sagen. Ich finde die Frage überhaupt nicht schwierig. Es ist ganz klar Trump, aus dem Grund, dass man ihn viel leichter loswerden kann. Er ist demokratisch gewählt. Also, frag mich nochmal im Dezember. Vielleicht bin ich da in anderer Meinung. Aber du glaubst also, die US-Wahl wird sich überraschend wenden? Ich gebe überhaupt keine Prognose ab. Aber ich finde, dass nach allem, was passiert ist, die Wahlvorhersage ist ja mit das Lächerlichste, was man noch machen kann. Ich habe eine Frage. Nur eine Frage. Können wir nicht was trinken auch? Jochen, du warst doch heute für das Lächerchen zuständig. Ich habe keinen Alkohol, weil ich wusste, dass Marc-Uwe... Oder das Känguru, die Schnapspralinen für das Känguru? Nee, ich habe noch... Hier steht nur Wasser. Also Jochen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich könnte mal Maria fragen, ob in unseren Podcast-Vorräten noch Reste von Moselwein oder so sind. Soll ich mal schnell rennen gehen? Oder gehst du mal schnell rennen? Weil, Marc-Uwe, ich habe noch eine Frage. Ich habe heimlich ein A-B-Spiel vorbereitet. Für mich? Okay. Soll ich erklären, wie es geht? Ja, erklär. Also, das Spiel heißt A oder B oder weiter. In dem Fall sind es, glaube ich, 63 Fragen. Das wird immer mehr. Aber man antwortet schnell. In drei Minuten sind wir fertig. Die meisten Fragen kennst du schon. Das ist der Vorteil, weil du ja unseren Podcast schon mal gehört hast. Ja? Die Regel, die Rezo-10-Prozent-Regel mit Dorothee-Bär-Fußnote heißt, du kannst sechsmal weitersagen bei 63 Fragen. Oh Gott, ich hoffe, es funktioniert. Mir ist im Auto hier noch eine Frage eingefallen. Jetzt habe ich sie wieder vergessen. Naja. Also, los geht's. Snooze oder aufstehen? Aufstehen. Achtsamkeit oder keine Zeit? Achtsamkeit. Ja oder vielleicht? Ja. Teilen oder haben? Teilen. Drinnen oder draußen? Draußen. Räucherstäppchen oder Fenster auf? Fenster auf. Helm oder kein Helm? Kein Helm. Monogam oder mir doch egal? Monogam. Tinder oder analog? Analog. Alt oder neu? Neu. To do or not to do? To do. An oder aus? An. IOS oder Android? IOS. Twitter oder Facebook? Puh. Twitter oder Facebook? Twitter. Twitter oder Instagram? Twitter. Instagram oder Facebook? Instagram. Gmail oder Posteo? Posteo. WhatsApp oder Signal? Signal. Signal oder anrufen? Anrufen. Stilzenebrötchen oder Eierkuchen? Eierkuchen. Bio oder regional? Die ist fies. Bio oder regional? Bio oder regional? Bio oder regional? Bio. Eingeschweißte Bio-Gurke oder plastikfreie normale Gurke? Eingeschweißte Bio-Gurke? Plastikfreie normale Gurke. Meat oder Mountains? Beyond Meat oder Moving Mountains? Beyond Meat. Vegane Wurst oder keine Wurst? Vegane Wurst. Soja oder Hafer? Hafer. Globuli oder Aspirin? Aspirin. Waffel oder Becher? Waffel. Kreuzberg oder Mitte? Kreuzberg. Kreuzberg oder Neukölln? Kreuzberg. Aufschneiden oder wegschmeißen? Was? Aufschneiden oder wegschmeißen? Aufschneiden oder wegschmeißen? Aufschneiden. Flugscham oder Zugstolz? Zugstolz. Rollkoffer oder kein Rollkoffer? Rollkoffer. TV oder Netflix? Netflix. Netflix oder HBO? HBO. Messi oder Kondo? Messi oder Kondo? Messi. Max oder Engels? Max. Kant oder Hegel? Kant. Pinguin oder Känguru? Känguru. Witzig oder nicht witzig? Witzig. Kleinkünstler oder? Entschuldigung. Das war sehr schnell. Kleinkünstler oder kein Künstler? Das war auch sehr einfach. Du hast aber geantwortet, bevor ich überhaupt die Frage gestellt habe. Kleinkünstler oder kein Künstler? Kleinkünstler. Nach Namen oder nach Datum? Nach Name. Nach Namen oder nach Farben? Nach Name. Lesen oder schreiben? Schreiben. Buch oder E-Reader? Buch. E-Reader oder gar nicht lesen? E-Reader. Gender-neutrale Toilette oder keine Toilette? Gender-neutrale Toilette. Kafka oder Mann? Kafka. Boris oder Ginzburg? Ginzburg. Asimov oder Clark? Asimov. Lecky oder Chambers? Chambers. Luke oder Han? Han. Episode 4 oder Episode 7? 4. Blade Runner oder New Mancer? Blade Runner. VfB oder Hertha? Was? VfB oder Hertha? Puh, weiter. Hertha oder Schalke? Weiter. Bei Rot oder bei Grün? Bei Grün. Bei, äh, okay. Rot oder Grün? Grün. Gelb oder Grün? Grün. Gelb oder Schwarz? Weiter. Kühnert oder Habeck? Kühnert oder Habeck? Habeck. Habeck oder Baerbock? Weiter. Merz oder Merkel? Merkel. Trump oder Putin? Trump. Trump. Respekt. Nur drei. Oh, das war das Längste, was wir gemacht haben. Aber du kanntest ja die Hälfte schon. Das Gute ist übrigens, dass wir noch eine Flasche Sancerre, die ich mitgebracht hatte. Ist das unser Sancerre? Ja, ja. Danke, Maria. Maria archiviert ja alles. Das ist gut. Und wir hatten schon mal neulich überlegt, eine WG-Party zu machen. Ich bringe immer Sancerre. Mit dem Zweifel ist eine Flasche Sancerre da zu haben. So. Jetzt kommen wir aber zurück hier zum eigentlichen Thema. Hey, wir haben ein A-B-Spiel gemacht. Wir haben über Kommentare geredet. So, es gibt ja irgendwelche, beschäftigt euch damit, wer kommentiert. Also, es kommentiert ja nur relativ, ja, aber du hast nicht geantwortet. Ja, ich konnte nicht, weil der Pfannkuchen schief ging. Ja, das stimmt. Marco, willst du auch einen Wein? Nein. Ich glaube, ihr trinkt wirklich keinen Alkohol. Ich trinke ein Fingerhütchen Sancerre, würde ich nehmen. Maria, du auch ein Glas? Nee, danke. Wer kommentiert eigentlich? Das ist eine komplizierte Frage. Wir treffen relativ viele Leute, die bei uns kommentieren. Wir laden die auch immer wieder ein. Wir reden sehr viel mit denen, kommunizieren mit denen. Und was man nicht vergessen darf ist, erstmal, die allermeisten Leute lesen ja nur und kommentieren nicht. Also, ich sage mal, maximal zehn Prozent, wenn überhaupt, wenn das noch stimmt, schreiben überhaupt irgendwann mal einen Kommentar. Und dann gibt es so wahrscheinlich ein Prozent bis ein bisschen Promille der Leute, die extrem aktiv sind. Das sind dann sehr wenige Leute, die sehr viele Kommentare schreiben. Und die sind, haben wir uns gedacht, zum Teil, also ich würde sagen, der Altersdurchschnitt, wenn man jetzt wirklich den Durchschnitt bildet, ist er ein bisschen älter als die Leserschaft. Also, dahin verschoben. Es ist aber nicht so, dass es nur so Leute sind, wo man denkt, die haben jetzt ganz viel Zeit. Es sind auch wirklich aus allen Berufen, aus allen Lebensphasen Leute dabei. Das kann man zum Beispiel nicht sagen. Das sind jetzt alles Leute, die, weiß ich nicht, alle sind in Rente oder so. Aber was wir merken, ist, es ist eine etwas ältere Zielgruppe zum Beispiel. Also, Jüngere kommentieren auch, aber nicht so intensiv wie die Älteren. Ich glaube, es sind mehr Männer als Frauen. Viel genauer wissen wir es nicht. Also, wir haben gerade eine große Studie gemacht über die ganzen Communities, die mit uns verbunden sind. Wenn wir die haben, kann ich vielleicht ein bisschen mehr sagen. Jetzt, ihr seid ja beide Fans von Kahnemanns Buch. Ja. Ich bin Fans von Kahnemann. Haben wir wirklich öfter jetzt schon drüber geredet. Kommt in ein, zwei, drei Folgen vor. Ja, und also die Frage, also das Stichwort ist ja kognitiv ease. Dass man einfach im schnellen Denkmodus so angelegt ist, Sachen eher Glauben zu schenken, die man schon mal gelesen hat. Meine Frage ist, kann man sich dem, also wie du gesagt hast, nur einen Bruchteil der Leute kommentiert? Ich möchte das jetzt auch von der Zeit wegnehmen. Also, wenn man einfach von Kommentaren spricht. Verzerrt das nicht total das Bild, außer man setzt sich dem wirklich bewusst entgegen, der öffentlichen Meinung, wenn man diese Kommentarspalten liest? Wenn man davon ausgeht, dass das die öffentliche Meinung sein soll, dann natürlich ja. Ja, das gilt aber übrigens, also jetzt allgemein für Medien. Aber ist das nicht, findest du das unproblematisch? Also glaubst du, dass die Leute gehen alle davon aus, dass du es problematisch? Also früher, als ich noch klein war, gab es ein, hieß es mal Medienkompetenz, dass Leute so grob wissen, wie das alles funktioniert. Und dazu gehört auch das Grundwissen um sowas. Und natürlich ahnt man oder weiß man, sollte man wissen, dass nicht alle, die laut sind oder sich äußern, schon alle repräsentieren und sozusagen jeder sich die ganze Zeit äußert. Ich glaube, das gilt auch für, ob es das Netz gibt oder nicht. Es war schon immer so, wenige sprechen, viele hören zu. Und ich glaube, das kann man auch aufs Netz übertragen und das müsste eigentlich vielen klar sein. Wenn du mit Kahnemann kommst, sagst du, ja, naja, aber in Wahrheit ist es so, es spiegelt mir eine Welt vor, ich kann mich da gar nicht entziehen. Diese Stimmen sind repräsentativ, obwohl sie es nicht sind. Bestimmt ist das so. Also da würde ich sagen, ja, aber in Modus 2 weiß ich das nicht so. Rational schon, aber ich glaube, emotional ist ja, das ist ja, finde ich, tatsächlich ein Problem, war aber immer schon so. Also Leserbriefe zum Beispiel, als es noch keine sozialen Medien gab, waren ja die meisten Reaktionen, die man bekommen hat als Journalist oder Medienmacherin, waren ja Leserbriefe. Und das war auch eine Wirklichkeit, wo ja jeder weiß, aha, das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Erstens, warum schreibst du überhaupt einen Leserbrief? Selten, um zu sagen, wie toll alles ist, weil du dich freust. Sondern der Impuls ist meistens, du regst dich auf. Dann ist es ein bestimmter Typus. Es sind meistens Menschen, die mehr Zeit haben. Das heißt, bestimmte Altersgruppen kommen weniger vor. Also da gibt es eine ganze Reihe von Gründen, die du dir rational erklären kannst. Trotzdem ist es aber so, wenn du dann auf einen Artikel 15 Leserbriefe bekommst und 14 sind so, dann kannst du dir, das ist schon schwer, sich davon freizumachen. Das ist aber nicht das einzige System, das so funktioniert. Also spul ein paar tausend Jahre zurück und denk an die ersten politischen Versammlungen, wo der den Ton angegeben hat, der am besten reden konnte. Also schon die frühen Denker haben sich ziemlich viel Gedanken darüber gemacht, wie man etwas sagt, um in einer Debatte überzeugend zu sein. Auch in so einer Situation und wenn du jetzt ganz lange vorspulst, kommst du in die Fernsehtalkshow, über die wir auch schon öfter gesprochen haben. Es ist so, dass der Rhetor, der sozusagen jetzt auftritt, immer stärker im Recht ist, als irgendwer, der da sitzt und denkt, ja, das hat er jetzt aber schön gesagt. Das muss ja richtig sein. Auch das ist so ein Bias. Also ein überzeugender Sprecher repräsentiert dann plötzlich etwas, was vorher noch nicht da war. Und auch da gibt es ganz viele Mechanismen, die einen hineintricksen in eine Weltsicht, die vielleicht vorher gar nicht die eigene war. Also die ganze Sophisterei, Sophismus, die Kunst, andere zu überzeugen. Zum Beispiel im Angelsächsischen, also in England, Christoph weiß es vielleicht besser, diese Debattiergesellschaften, wo sozusagen Schüler darauf trainiert werden, beliebige Meinungen zu verteidigen. Das ist einerseits das beste Training, was man überhaupt haben kann, um sozusagen zu argumentieren, zu lernen. Andererseits ist es, aber ich habe da neulich nochmal drüber nachgedacht, andererseits ist die Hölle, weil du lernst ja jedes Argument zu vertreten. Und ich habe den Eindruck, dass manche Leute, ich will es den Briten nicht zu nahe treten, aber in der britischen Politik ganz hart durch diese Schule gegangen sind. Aber den Gedanken hatte ich Ihnen gerade auch, wenn du dir Boris Johnson anschaust, der ist für mich das beste Beispiel, der ja immer gegen den Brexit war. Er kann jeden Standpunkt vertreten. Und in dem Moment, wo er gemerkt hat, bis er es nicht mehr war. Genau, bis er es plötzlich nicht mehr war und mit derselben, und das ist genau diese Schule auch. Aber es ist auch okay. Es wird auch nicht, es ist völlig okay. Also sozusagen, ich kann sagen, nee, schwarz ist jetzt weiß. Und was das Faszinierende ist, dann sagen genügend Leute, ja. Das ist ja total nachvollziehbar, Boris Johnson. Und das sind Mechanismen, die haben erstmal gar nicht, also wir sind jetzt ein bisschen gesprungen, aber es gibt an vielen Stellen Mechanismen, wo wir, wo wir solch, also nicht nur in Foren, die du jetzt offensichtlich kritisch siehst, sondern der ganze Diskurs funktioniert so. Siehst du diese Foren nicht kritisch? Also, wie gesagt, lass uns von der Zeit weggehen. Also, ich finde es ganz, ich drehe es mal um. Ich finde es ganz wichtig, dass es Orte gibt, wo niemand die Kontrolle darüber hat, was dort gesagt wird zunächst mal. Also, es muss Regeln geben, immer. Aber ich finde es gut, dass es einen Ort gibt und wenn wir die Gastgeber sein dürfen, ist das eine große Ehre, wo jeder erstmal was sagt und kein Algorithmus dafür sorgt, dass es weggespült wird oder so. Und die harte Arbeit ist, dass das Ding nicht unter sich kollabiert, unter dem Stimmengewirr und dem Gift und so weiter. Ich finde aber die grundsätzliche Möglichkeit, überall zunächst mal seine Meinung zu sagen oder auch Fehler hinzuweisen, finde ich sehr wichtig. Und das finde ich gut. Und wenn man mehr liest von diesen Kommentaren und ich habe immer mal wieder die Marotte, dass ich selber moderiere, um zu gucken, wie die Leute so drauf sind, stellt man fest, dass es halt fantastischste Debatten gibt und zwar bis heute. Ja, ja, um die geht es mir ja gar nicht. Mir geht es ja um die Lügenpresse-Kommentare. So. Und auch da wieder mit Kahnemann. Du liest das, du lehnst das in dem Moment vielleicht ab, hast es aber aufgenommen trotzdem. Absolut. Also irgendwann würdest du sagen, die AfD hatte schon immer dieses Wählerpotenzial von 20 Prozent oder hat das nicht auch was mit dem Internet zu tun? Gute Frage, finde ich. Also weil natürlich, wenn du, was man ja schon beobachten kann, ist, dass Menschen, die dann bestimmte Posts klicken, liken, denen ist ja oft auch nicht klar, dass dann praktisch damit der Algorithmus loslegt und ihnen nur noch das zugespitzt reinspült, was sie selber geschrieben haben oder geliked haben. Das heißt plötzlich, da entsteht dann für jeden schon eine Wirklichkeit, die sie oder er sich selber bauen, unbewusst. Und ich glaube, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das keinen Effekt haben soll. Also man wünscht sich Medienkompetenz, aber natürlich, wenn ich als Nicht-Medienschaffende da jeden Tag dann auf Facebook gehe und also Facebook ist jetzt gar nicht persönlich gemeint, kann auch irgendwas anderes sein. Und mir wird sozusagen immer wieder reingespült dieselben Meinungen, dann kann ich, dass ich dadurch nicht beeinflusst werde, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist schon ein echtes Problem. Ich habe mich ein bisschen mit der sogenannten Filterbubble beschäftigt. Durch Zufall bin ich auch mal in den Typen reingelaufen und kenne den jetzt auch ein bisschen, der diesen Begriff geprägt hat, ein Buch darüber geschrieben hat. Eli Pariser, ein extrem kluger Mensch. Aber auch bei der Filterbubble, die ja sozusagen auch da eine große Rolle spielt, ist es so, wenn man mal die Forschung vergleicht, die Filterbubble gab es schon immer, bevor der Filterbubble. Und das ist eben Karlemann, den du zitierst. Es gibt sozusagen Vorprägungen und Heuristiken in meinem Gehirn, die dazu führen, dass Dinge, die meiner Weltsicht widersprechen, um Komplexität zu reduzieren, erstmal ignoriert werden. Also ganz lange ignoriert mein Gehirn und damit meine ich mein Gehirn und deines genauso und das von jeder Person, versucht so lange wie möglich, also relativ lange einen Standpunkt aufrecht zu erhalten, die Weltsicht zu sichern. Und das ist im Grunde, wenn man es zynisch formuliert, auch das Erfolgsgeheimnis aller guten Medien. Die bauen eine Filterbubble, die confirmen die ganze Zeit deine Weltsicht. Das ist Teil des Spiels. Also ein Kommentar, ich nehme jetzt mal in einer konservativen Zeitung in Frankfurt, ist deswegen so erfolgreich, weil die Leser das gerne möchten von dieser Zeitung. Die Zeitung weiß das genauso wie in der Zeit, würde man annehmen. Das muss jetzt irgendwie geistig beweglich sein, da will ich überrascht werden und in der Süddeutschen möchte ich immer eine liberale Weltsicht erzählt bekommen. Und in der Taz möchtest du immer deine Standpunkte bestätigt sehen, Marc-Uwe. Und das sind halt, das ist ja auch dein Vorurteil. Das ist mein Vorurteil, aber das ist mein, das ist dir zu rechts die Taz, habe ich mir so gedacht. Was liest das Känguru eigentlich in diesem Film? Das hat doch so, das hält doch so eine... Ja, das ist so eine Art Taz. Kommt das in den Büchern auch vor die Zeitung? Nein, nein, nein. Die ist nur im Film, ne? Wie heißt die Zeitung nun? Irgendwas. Aber es sieht aus wie die Taz. Es sieht so ein bisschen aus wie die Taz. Also das ist irgendwas, nein, 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 es ist nicht die Taz, es ist irgendwas wie so ein Känguru. Ja, genau. Jedenfalls dieser Bias, dass du sozusagen Informationen, die deinem Weltbild widersprechen, erstmal nicht an dich, nicht ranlässt. Das ist sozusagen, seit es den Menschen gibt, seit es ein Gehirn gibt, wahrscheinlich schon in deinem System. Ja, ja, aber die Filterbubble ist nur eine Spiegelung, also sozusagen Facebook ist nur ein Abbild deines Gehirns. Nein, es ist nicht einfach auch, es ist nicht auch ein Verstärker des Phänomens. Also ich würde nicht behaupten, dass es das Phänomen nicht vorher gab, das gab es garantiert vorher. Ja, aber es verstärkt das massiv. Es gibt auch eine Sache, die ich auch keine endgültige Antwort drauf habe, weil natürlich gab es ja, den Stammtisch gibt es ja schon lange in der Menschheitsgeschichte. Aber ich finde, es macht einen Riesenunterschied und ich merke das auch bei mir selber, wenn du etwas geschrieben liest. Es ist etwas anderes, wenn du mit vier Leuten zusammensitzt und drei Leute reden irgendwas und bestätigen dich in deinem Vorurteil, als wenn du sozusagen es liest. Also ich merke, auch wenn ich weiß, das sind Fake News, es ist trotzdem was anderes, wenn du eine gefälschte Nachricht liest. Und das ist schon neu, finde ich, über die sozialen Medien in der Vehemenz. Also ich merke es ja selber als Journalist, dass du manchmal, das ist manchmal auch wirklich schwer, dann die Quellen sich anzuschauen. Was ist denn jetzt die Quelle? Und wie soll das eigentlich, also Menschen gehen, die nicht mediengeschult sind? Also ich würde ja behaupten, es gab so einen groben Konsens, ein paar Jahre zurück, vor dem Internet, unter den meisten Leuten, das, was die Tagesschau berichtet hat, ist schon ungefähr richtig. Und dieser Konsens weicht auf oder bricht auseinander. Es gibt Leute, die quasi erstmal wahrscheinlich das Gegenteil von dem glauben würden, was die Tagesschau berichtet. Also dass es zwingend ein Ausländer war, der den Anschlag ausgeführt hat oder was auch immer. Also wenn die Tagesschau das nicht sagt, dann lügt sie. Ich habe, frage ich euch gleich dazu, ich hatte mal einen Auftritt in Dresden und das war ein Montag. Und es war tatsächlich in dem Theater relativ nah an der Pegida-Demonstration. Und dann hat sich einer in das Theater verirrt und hat eine Diskussion angefangen mit der Frau am Büchertisch. Und ich dachte, ich helfe ihr und war auch selber interessiert. Also euer A-B-Test mit rechten Reden. Und ich habe versucht, mit ihm zu reden. Und festgestellt, es geht nicht, weil wir gar keine gemeinsame Faktenbasis haben. Das, was wir quasi voraussetzen in der Diskussion, war so grundlegend unterschiedlich, dass wir zu keinem Gespräch finden konnten. Habt ihr das schon mal erlebt? Kennt ihr das Phänomen? Ja, ja und nein. Jetzt müsste ich lange ausholen. Wir haben Zeit, sage ich an der Stelle immer. Also wir haben ja eine, ich weiß nicht, ob du das weißt, wir haben eine, also Zeit Online hat eine Maschine gebaut, um Leute einander vorzustellen, die komplett unterschiedlicher politischer Ansicht sind. Da habe ich von gehört, ja. Und das ist ziemlich entglitten. Das Projekt ist jetzt ein globales Projekt und wird sozusagen weitergehen. Aber das Atom ist halt, wir haben Leute einander im echten Leben vorgestellt, die politische Fragen genau unterschiedlich beantwortet haben. Also das ist die bestmögliche Situation, um Antipoden ins Gespräch zu bringen. Das Gegenteil einer Partnerbörse. Genau, also Anti-Tinder. Und was wir erwartet hatten, als wir das erste Mal gemacht haben, ist, wir hatten große Angst, dass die Leute aufeinander losgehen oder irgend sowas passiert. Und das ist alles nicht passiert. Die fanden das alle ganz toll, auch wenn sie sehr extremer, unterschiedlicher Ansicht waren, gab es doch immer so einen Konsens, der natürlich dadurch zustande kommt, dass man überhaupt daran interessiert ist, mit jemandem, der nicht die eigene Meinung hat zu reden. Und deswegen, so ein bisschen habe ich mich damit beschäftigt, ist es nicht das allein. Man kann völlig unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem ganz gut zurechtkommen. Das Problem ist, Leute, die eigentlich nicht mehr kommunizieren. Also das habe ich auch erst in den letzten, wir haben das ja wirklich in Deutschland dreimal gemacht, mit inzwischen zigtausenden von Leuten international, mit 150.000 Leuten, die sich da angemeldet haben in ganz vielen Ländern. Und was wir merken ist, es gibt so eine Selbstselektion, eine Selbstselection heißt es bei Kahnemann. Und du erreichst Leute natürlich nicht für so ein Experiment, die eigentlich gar keine Lust mehr haben zu reden. Und der Mann am Büchertisch könnte jemand sein, wenn du gar kein Interesse hast, mit dem anderen zu reden, sondern eigentlich nur noch in deinem Kosmos bist. Und das gibt es auch und das ist, glaube ich, meine Sorge, was Gesellschaften betrifft. Leute, die gar kein Interesse mehr haben zu kommunizieren, also das, was du beschreibst, wirst du nie erreichen durch eine Debatte. Keine Ahnung, wie man sie erreicht. Und das gilt für alle sozusagen Ränder, wenn man so will. Also Leute, die einfach sich aus der Debatte genommen haben und auch nur noch nach bestätigenden Informationen suchen, was eh schon dem Menschen angelegt ist. Da ist ein Problem. Es ist nicht damit getan zu sagen, Leute haben unterschiedliche Weltsichten oder glauben an unterschiedliche Fakten und deswegen können die gar nicht mehr kommunizieren. Es gehört auch wirklich der Wille dazu, dass also sozusagen die, es ist der Entschluss, das einfach jetzt nie wieder zu kommunizieren oder nicht zu kommunizieren. Ich finde es sehr interessant, weil das Beispiel, das du erwähnt hast aus Dresden, mir ging so in den letzten Wochen, also seit der Wahl in Thüringen oder kurz vorher schon und danach, so durch den Kopf, wie unterschiedlich Osten und Westen geprägt ist. Und zwar jetzt gar nicht im oberflächlichen Sinne, jetzt links, rechts, wie auch immer, sondern diese, das was immer wieder gesagt wurde, Berlin, also von Menschen, Politikern, Politikerinnen in Thüringen, aha, Berlin gibt wieder vor, was wir zu denken haben. Und wir treten da an und dann sagen die uns, wie es gemacht wird, so wie es früher war. Und da merke ich immer als Wessi, das ist so eine andere Prägung. Und zwar jetzt gar nicht links oder rechts, sondern grundsätzlich politisch, kulturell, dass da auch Welten aufeinandertreffen, denen gar nicht klar ist, wie unterschiedlich sie geprägt sind. Also, dass da plötzlich bei Leuten dann da der Film abläuft, aha, das ist wie früher in der DDR. Ja, ich habe meine Frage an euch beide, ist es, also was, das ein interessantes Phänomen ist ja, du redest ja vom Osten, als wäre es ein völlig anderer Planet, aber wir sind natürlich super nah und ist nicht genau da der Punkt, also dass man sozusagen sich sehr nah ist, dass man echt die Unterschiede, nach denen muss man ja suchen. Und es ist viel einfacher, ich sage mal, mit Japanern klar zu kommen, als mit, also dass Wessis mit Ossis klarkommen, ist offensichtlich gelegentlich schwieriger, als dass Japaner mit Deutschen klarkommen oder so. Das ist gelegentlich mein Gefühl, dass je näher man sich ist, desto mehr ist die Differenz, die man noch hat, plötzlich so wichtig. Ist das Quatsch oder ist das sozusagen, also dieses Phänomen Volksfront von Judäa, Judäische Volksfront, dass ich da entspreche? Ja, ich glaube, es gibt die Fälle, aber ich glaube, dass das… Siehst du anders? Nein, ich glaube, dass das Einzelfälle sind, dass ich glaube nicht, dass die Verständigung generell schwierig ist, je näher man sich ist. Ich glaube, eher andersrum. Also man sucht halt diese Differenzen, also man möchte sich irgendwie… Ich fand es interessant bei der CDU, da ging es jetzt um CDU-interne Diskussionen und also eigentlich, wo du denken würdest, okay, das sind ja alles Menschen, die sich politisch sehr nahe stehen, die sind in derselben Partei. Und dann sagen die einen, also die Lokalpolitiker in Thüringen, aha, jetzt müssen wir wieder wie früher nach Berlin und dann sagt uns Berlin, was wir zu denken und zu tun haben. Also da gibt es plötzlich diesen, da geht so ein Ost-West-Ding auf, was ja eigentlich gar nicht aufgehen dürfte, weil die sind ja eigentlich politisch, sind die sich doch gar nicht so, sind sie gar nicht so weit auseinander. Ich gucke mal Uwe an, aber der… Der guckt auf seine Fragen. Ja, ich will ja eigentlich meine eigentliche Frage unterbringen. Welche war das nochmal? Entschuldigung, ich habe Ihre Frage vergessen. Ich will auf Kahnemann zurückzukommen, ja. Also, im Prinzip sagt er ja, dass jemand wie Trump auch schon aufgrund seines Namens einen gewissen Vorteil hat gegen jemanden, wie zum Beispiel Pete… Wie spricht man ihn aus? Buttigic. Buttigic. Muss ich auch lernen. Aber glaubt ihr, das stimmt? Stimmt. Stimmt. Glaubst du auch? Ich glaube, das Namens eine Riesenrolle spielt. Ja, ach. Aber die ganze Politik besteht doch nicht aus basalen Gefühlen und so Heuristiken, sondern ich bin doch, ich habe doch ein Gehirn bekommen und ich kann auch nachdenken und nicht alles, was Menschen tun, ist nur System 1. Oder? Nein, nein. Aber das sagt ja Kahnemann auch nicht, oder? Nee, aber sozusagen der Marc-Uwe legt nahe, dass sozusagen die Politik nach so ganz einfachen Mustern funktioniert und das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, das glaube ich einfach nicht. Ich sage nicht, dass die Politik nach diesen ganzen… Nein, 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 also erstens war die Frage daran, ob ihr glaubt, dass das so ist? Ich nehme noch ein Kinder-Bueno. Und zweitens ist das ja natürlich nicht das ganze Bild. Es ist nur ein Teil des Bildes. Und meine eigentliche Frage ist ja, mit rechten Reden oder keine Plattformen bieten? Und das ist nur, ich behaupte nicht, dass ich das weiß. Ich finde nur, dass das Argument für keine Plattformen bieten, auch nicht von der Hand zu weisen, gerade auch wieder im Hinblick auf, je öfter ich das höre, desto mehr ist es auch erst mal in mir drin. Hat die Presse, die Presse, gerade in der Anfangszeit der AfD zu viel Raum eingeräumt? Das macht sie die ganze Zeit, weil das sozusagen den Medienmechanismen auch gehorcht. Also die AfD, das ist ein Problem. Die Extrempositionen wieder. Natürlich, aber dasselbe hast du bei Trump, also bei Populisten, haben einen riesigen Vorteil, weil sie erzeugen den ganzen Tag Wahnsinn. Und irgendwie muss man sich, das ist ja alles diskutiert, irgendwie muss man sich dazu verhalten. Du kannst auch nicht Donald Trumps Twitter-Account ignorieren, weil du weißt, das ist halt alles Unsinn, weil der Mann ist nun mal Präsident der USA. Wir können es nicht ignorieren. Der kann doch so verrückte Sachen machen. Ab einem bestimmten Punkt musst du dich damit auseinandersetzen. Aber es gab natürlich schon Wellen, jetzt zum Beispiel in Deutschland mit der AfD, also jetzt mal die öffentlich-rechtlichen Talkshows. Da gab es am Anfang natürlich die große Kritik, das öffentlich-rechtliche Fernsehen ignoriert die AfD. Das haben die sich alle angehört über Wochen und dann merkte man plötzlich, dann ging die Welle los. Dann haben diese Redaktionen angefangen auch immer darauf, relativ oft, es gab ja so eine Zeit, ich weiß nicht mehr genau wann das war, da saß ja praktisch jede Woche in jeder Talkshow ein AfD-Politiker. Ja, und dann gab es eben die vielleicht zurecht geäußerte Kritik daran und jetzt ist es ja auch wieder weniger geworden. Also man merkte auch, dass da schon drauf reagiert wird. Aber es ist, ich finde auch mit Rechten, also nur weil, also das ist ja so schwierig mit diesen Begriffen natürlich, mit Rechten reden ich mit Rechtsradikalen. Und das wäre mir da wichtig, wenn wir darüber mit Rechtsradikalen zu reden, aus meiner Sicht, das macht wenig Sinn. Die sind diese Leute, von denen du vorher meintest, die wollen nur noch senden, die wollen gar nicht mehr in der Debatte teilnehmen. Also sozusagen da würde ich immer sagen, da weiß ich auch, wüsste ich auch jetzt nicht, warum man da jetzt inhaltlich diskutieren sollte mit, sagen wir mal, mit jemandem, der lange CDU gewählt hat und der plötzlich sagt, ich wähle AfD. Wie zum Beispiel mein eigener Vater, der zumindest das mal insinuiert hat. Da würde ich sagen, da ist es sehr wichtig weiterzuhören. Also auch mit deinem Vater würde ich auf jeden Fall reden. Nein, 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 klar. Nein, klar. Also ich kann, darf ich noch eine Geschichte beitragen aus dem, als wir dieses Experiment mit dem Anti-Tinder, mit dem politischen zum ersten Mal gemacht haben, habe ich selber mitgemacht und habe im Prenzelberg, in der Nähe der Corina Straße, wo ich damals gewohnt habe, einen Berlin-Prenzlauer Berg-Typen kennengelernt, also der mir vermittelt wurde als jemand, der exakt nicht meine Meinung da in dem politischen Fragebogen angegeben hat, den wir da verwendet haben. Und habe drei Stunden mit dem geredet. Und das war ganz, das war richtig gut. Aber, also ihr habt euch getroffen? Ja, wir haben uns getroffen. Ist das immer das Konzept, dass ihr... Ja, man trifft sich. Das ist halt natürlich eine ganz andere Gesprächssituation. Total, aber es ist natürlich, ja. Es ist nicht Internet und uns war das sehr wichtig, dass man sich sieht und dann auch redet. Und das war ein richtig gutes Gespräch. Der hatte so ein paar verrückte Ansichten zu, ich sage mal, Frauenrechten, wo ich so dachte, seltsam. Aber das war gut. Und der war extrem sympathisch, war auch aus wie der typische Prenzlberg-Bewohner mit Kappe und Bärtchen und so. So ein Bart wie du da, so ein Bart halt. Und Kappe ist auch, aber andere Kappe. Ich weiß das. Er hatte so eine Mütze. Egal, jedenfalls, das Gespräch war super. Ich fand den sympathisch. Ich konnte das nachvollziehen, warum er in den meisten Fällen, warum er in einer anderen Meinung war. Und hinterher habe ich durch Googlen herausgefunden, dass der mal eine Historie als Neonazi in Sachsen-Anhalt hatte als Teenager. Und dann habe ich den wieder eingeführt und gesagt, sag mal, ich habe dich da in so einer Liste gesehen. Stimmt das? Und dann sage ich, ja. Und warum hast du mir nicht jetzt gesagt? Ja, wollte ich hinter mir lassen, ist eine andere Zeit und so. Hätte ich das gewusst, wäre ich in dieses Gespräch völlig anders reingegangen. Hätte den von Anfang an, ich konnte mir das nicht vorstellen, mit solchen Leuten zu sprechen über Stunden, über Politik und das ernst zu nehmen, was der sagt. Habe ich aber, weil ich es nicht wusste. Und er hat sein Weltbild sicherlich verändert. Aber ich finde auch, es ist extrem wichtig, dass man selbst radikalen Rechten die Möglichkeit einräumt, dass sie sich verändern. Und wie soll das passieren, wenn man sagt, ich bereche komplett die Kommunikation ab? Der muss ja, also jeder muss ja die Möglichkeit haben, kommunizierend aus seiner Bubble wieder rauszuholen. Klar, aber jetzt mal unterstellt, ich war ja nicht dabei, aber der war ja jetzt kein Rechtsradikaler mehr. Ja genau, mit dem muss man natürlich reden. Aber wie ist denn der da rausgekommen aus seiner damaligen Welt, sich doch auch nur, indem er mit anderen Leuten interagiert hat, die nicht von vornherein gesagt haben, du gestern habe ich doch noch gesehen, was du machst. Ich rede heute nicht mehr mit dir. Ist vielleicht jetzt ein bisschen naiv erzählt, aber. Aber wie war das bei ihm? Also wie ist er da rausgekommen? Das weiß ich nicht, weil das Gespräch vorher war und ich ihn jetzt hinterher nicht mehr im Detail gefragt habe. Aber das ist tatsächlich eine total spannende Frage. Sehr spannend. Aber wahrscheinlich sind auch selbst in eurer und meiner Vergangenheit politische Ansichten verbuddelt, die ich heute nicht mehr habe. Und ich würde jedem menschlichen Wesen zugestehen, dass es später mal seine Meinung ändert. Aber das ist eine ganz andere Frage. Natürlich, aber du musst auch zur Verfügung stehen, damit jemand seine Meinung ändern kann. Du verstehst schon, worauf du hinaus willst. Du darfst den Kontakt nicht, du musst, die Möglichkeit der Kommunikation muss bestehen. Und letztlich, wenn man das durchdekliniert hat, das überlege ich mir, während ich es sage, wahrscheinlich gilt es auch für Medien. Also wenn wir sagen würden, wir reden überhaupt nicht mit der AfD, was eine Debatte war in den Medien, das ist falsch. Natürlich ist es falsch. Und natürlich muss man das Gespräch suchen und versuchen, diese Gedankenwelt zu verstehen. Und natürlich muss man sich dazu verhalten, was populistische Politiker tun. Und es ist nicht damit getan, das zu ignorieren. Also bei der Berichterstattung über die AfD ging es ja auch oft darum, dass man sozusagen ihren Narrativen gefolgt ist. Also natürlich so das Porträt, das persönliche Porträt von Höcke, das mehrmals geschrieben worden ist in verschiedenen Medien, wo es inhaltlich nichts Neues bei rauskam. Aber man erzählt halt immer wieder und wieder seine Lebensgeschichte. Da würde ich auch sagen, das macht an der Stelle keinen Sinn. Eine Person, die wir auch in diesem Podcast eingeladen haben, die in einer der nächsten Folgen auftauchen wird, Dunja Hayali, eine Journalistin und Kollegin, bewundere ich sehr dafür, dass sie, also es gibt große Momente von ihr, wo sie es schafft, mit Rechten und zwar sehr rechten, glaube ich, Menschen zu reden. Die Kommunikation ist nicht immer geglückt, aber es gibt so Momente, wo die mir zu glücken scheint bei ihr. Und allein das war es wert. Also das war die Mühe wert. Und die Mühe, die die Frau auf sich nimmt, um das hinzukriegen. Das bewundere ich zum Beispiel sehr. Die Energie, die man dafür braucht, hätte ich, also ich könnte ihren Beruf nicht machen. Aber ich bewundere das sehr. Und ich respektiere das sehr. Absolut. Marc-Uwe, schau doch. Habt ihr schon mal, also ich meine, die Presse ist ja auch einer der Lieblingsfeinde der neuen Rechten. Habt ihr schon mal Angst gehabt vor der, also oder jedenfalls oder vielleicht eine Vorstufe von Angst vor der Veröffentlichung eines Artikels? Ne, ich jetzt persönlich natürlich nicht. Aber ich mache mir Sorgen um eine ganze Reihe von Kollegen innen. Ja, schon. Das habe ich auch mal gelesen, dass, also das glaube ich, der Guardian hat eine Studie gemacht, dass vor allem tatsächlich die Journalistinnen massiv angegangen sind. Also habe ich das nicht gemeint. Also Kolleginnen und Kollegen, das hat schon zugenommen, also und zwar sehr zugenommen, meinem Eindruck nach, dass man sich wirklich persönlich auch Sorgen machen muss. Also es ist halt ein neues Phänomen, wenn du, und selbst wenn du einen Fehler machst oder wenn du eine missliebige Information kommunizierst, dass die Leute vor deinem Haus stehen. Das ist ein Phänomen, ich würde mal sagen, das ist neu. Und das ist furchtbar. Und das ist richtig, richtig schlimm. Das ist richtig schlimm. Es gibt ja auch diesen einen armen Kollegen von euch, der zufälligerweise bei diesen beiden Terroranschlagen vor Ort war. Und ich hätte gut, ja. Der die Hölle durchlebt hatte. Und du? Hattest du schon mal Angst davor? Ne, aber also jetzt nicht, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Ne, hatte ich nicht. Also für Kolleginnen und Kollegen, die sich eher, aber jetzt bei mir selber nicht. Okay. Das heißt, ihr habt ja auch noch keine Drohungen oder sowas persönlich bekommen? Es kriegen viele Kollegen Drohungen, die bei uns arbeiten. Die sich auch sehr mit den Themen beschäftigen. Als Autoren. Das hat sich sehr verändert. Ein Kollege, der das aufgeschrieben hat, neulich bei Zeit Online auch, ist jemand, der lange für den Spiegel, für Spiegel Online gearbeitet hat, hast du einen Kasin? Der, der am Tag halt mehrere Todesdrohungen bekommen hat. Also kann man googeln und nachlesen, der hat das neulich erst aufgeschrieben. Der natürlich ein rotes Tuch ist, was für ein seltsamer Name. Ja, und dann schreibt er auch noch über Politik. Dann ist er auch noch in komplizierten Ländern, wo er über Politik schreibt, gewesen als Korrespondent. Türkei, Österreich. Und Pakistan. Und das ist nochmal, das ist ein völlig anderes Level, weil sich auf ihn wirklich alle stürzen. Und man kann das nachlesen, deswegen kann ich auch offen drüber reden. Und das hat man in ganz vielen Ausprägungen. Wenn du eine Frau bist, glaube ich, da hat es gerade gesagt, das glaube ich auch. Wenn du einen seltsamen Namen hast, hast du ein Problem. Je nachdem, welchem Kulturkreis dieser Name zugerechnet wird. Wenn du über die falschen Themen schreibst, hast du ein Problem. Ja, wenn du dich kritisch mit bestimmten Themen auseinandersetzt, bekommst du härteres Feedback, als wenn du über Heidschnucken, Zucht schreibst. Und mein Gefühl ist, das hat sehr stark zugenommen. Und das ist zum Beispiel ein Phänomen des 21. Jahrhunderts, kann man sagen. Also das ist wirklich in der Ausprägung, finde ich, neu. Und habt ihr eine Idee, was man dagegen machen könnte? Man muss sehr hart dagegen vorgehen. Also wir haben komplett unseren Modus auch geändert. Bei jeder Drohung stellen wir eine Strafanzeige. Früher haben wir das nicht gemacht. Also ich bin jetzt sieben Jahre da und als ich anfing war, gab es die Regel, dass wir unsere eigenen User nicht anzeigen. Das haben wir komplett gedreht und jeder, der sozusagen einen Kollegen angeht und ihm droht, wird es sofort angezeigt. Die Erfahrung ist leider, dass in den allermeisten Fällen extra gar nichts passiert. Die Staatsanwaltschaften das einstellen oder sagen, sie finden das, den oder die nicht. Wir haben das, inzwischen machen wir selber forensische Recherchen, um die Leute zu finden und sind auch erfolgreich. Und dann sieht man diese, und jetzt bitte tut mir leid, die Fälle, die mir in Erinnerung sind, sind so. Dann sieht man diese Würstchen vor Gericht plötzlich, die Leuten Todesdrohungen schicken oder den Familien von Leuten Todesdrohungen schicken. Und die sind dann plötzlich ganz klein und das ist eine große Genugtuung und die brechen zusammen unter ein paar tausend Euro Geldstrafe, weil sie die nicht zahlen können. Und das freut mich dann sehr und ich sollte mich eigentlich nicht drüber freuen. Aber ich freue mich, dass manchmal diese Leute, die offensichtlich gar nicht wissen, was sie da tun, ans Licht gezogen werden und man sieht, wer sie sind. Und ich bin kein, ich wollte, Zusatz, ich bin kein Verfechter von Klarnamenpflicht. Hast du eigentlich, also ich meine, du bist ja auch, äußerst dich ja auch politisch und hast ja auch Lieder geschrieben, die sehr, teilweise auch politisch sehr radikal sind oder zumindest, die man so hätte verstehen können. Hast du damit auch zu tun? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil man einfach keinen Kontakt zu mir aufnehmen kann. Also ich schirme mich da total ab und ich lese das auch nicht, was in den sozialen Netzwerken steht. Ich meine, auf meinen Seiten ist das natürlich nicht. Ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Aber warum ich euch die Frage gestellt habe, war schon, weil ich manchmal dachte so, wie schlimm ist es geworden, dass man Angst hat, das jetzt zu sagen oder dass man denkt, kriege ich dann irgendwie eine Morddrohung von irgendeinem Freak? Also tatsächlich ein großes Problem, wie geht man dagegen vor? Also du meinst, man muss den Leuten klar machen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist und man muss, also ist es, ist es ein bisschen, ist es vergleichbar mit, auf eine gewisse Weise natürlich nur, mit Napster. Was ist jetzt die Analogie? Die Analogie ist, die Analogie ist eine ganz andere und ich will gar nicht sagen, ob ich das gut fand bei Napster, aber sie haben die Napster-User so lange und massiv mit Klagen und mit Abmahnungen überzogen, bis die Leute geschnallt haben, okay, wenn ich das mache, kriege ich ein Problem. Und das ist die Analogie. Ist das quasi auch die Idee zu sagen, die Leute anzuzeigen, wenn die Leute das machen, Anzeige, 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 bis irgendwie in einem großen Kontext klar ist, bis jeder jemanden kennt, der sagt, oh, wenn du das machst, kriegst du eine Anzeige. Okay. Also ist das wirklich der Weg nach vorne hilft? Nein, ich glaube, das ist genauso nach innen wie nach außen gerichtet. Also uns war es sehr wichtig, dass wir das nicht mehr hinnehmen, dass wir jeden Fall verfolgen, wo eine Straftat begangen wird. Und auch wenn wir wissen, dass das natürlich in den meisten Fällen keine Wirkung hat, weil wir die Leute nicht finden oder erreichen. Also ich bin weiterhin für eine Pseudonymität, nicht unbedingt für Anonymität. Ich finde es gar nicht so schlimm, wenn theoretisch ermittelbar ist, wer den Quatsch geschrieben hat. Ich finde es extrem wichtig, dass wir alle unter einem Fantasiennamen unsere Meinung äußern können und es nicht so einfach ist, erst mal nachzufüllen, wer da schreibt. Weil das auch eine andere Form von Debatten ermöglicht, die halt nur im Netz möglich sind. Aber ganz kurz, diese Anonymität ist ja auch eine Illusion inzwischen. Nein, gut. Ist es nicht. Also du kannst es vielleicht nicht nachvollziehen, aber du sagst ja selber, ihr könnt forensische Untersuchungen ansehen. Und Facebook könnte das natürlich jederzeit rausfinden, wer das ist. Das glaube ich nicht, nein. Ich kann einen Facebook-Account eröffnen, den du nicht zurückverfolgen kannst, jederzeit. Natürlich. Ja, du. Nein, also auf Facebook nicht zurückverfolgen. Nein, nein, nein. Aber ich glaube, ganz viele Leute, die glauben, sie sind anonym im Netz, sind es nicht. Das glaube ich wohl, aber wenn man sich auskennt, kann man sich sehr wohl anonym im Netz bewegen. Das sicherlich. Und darum ging es mir gar nicht. Mir ging es nur darum, dass ich in einer Öffentlichkeit nicht unter meinem Namen, zum Beispiel, ich möchte jetzt erzählen, wie es ist, wenn ich mein Coming-out hatte. Ich möchte aber nicht, dass es mit meinem Namen verbunden ist, weil es ist mir unangenehm, dass mein Arbeitgeber das googelt. Ich verstehe das nicht. Extrem wichtig, dass es möglich ist, das nicht unter meinem Namen zu sagen. Ich möchte aber umgekehrt auch sicherstellen, wenn ich eine Straftat begehe, im selben Kontext, also ich schicke eine Morddrohung, also ich sage, wir müssten mal hier den aufknüpfen oder die, dass wir diese Leute finden. Ja, und das ist, da wäre ich sozusagen, ich finde das extrem wichtig, das zu differenzieren. Aber das ist natürlich ein Zwiespalt. Total, weil natürlich jeder, also Mark-Uwe-artige Leute gehen davon aus, dass der Staat natürlich das missbrauchen wird. Also wenn er in der Lage ist, herauszufinden, dass Jochen X oder Y geschrieben hat, wird man es nicht nur für X benutzen, sondern auch für Y. Ich habe ja Quality Land gelesen, da ja sozusagen die Weltsicht ist, wenn wir die Möglichkeit, und ich kann die auch nachvollziehen, wenn wir erstmal das System etabliert haben, um Straftaten zu verhindern, etablieren wir auch ein System perfekter Überwachung. Und da bin ich mir, also da müsste ich mal länger drüber nachdenken, wie das geht, dass man beides zusammenbringt. Und das ist, glaube ich, ungelöst, also zumindest in Deutschland ungelöst. Also die Frage ist ja eher, wie verhindern wir noch das System perfekter Überwachung? Also ich weiß nicht, habt ihr die Berichte jetzt über, ich habe sicherlich die Berichte gelesen über China und den Coronavirus. Das ist ja schon ziemlich weit vorne. Also und und. Was meinst du jetzt genau mit? Naja, es gibt ja jetzt anscheinend diese. Ich habe jetzt auch nur den Artikel gelesen. Du kriegst Fragen gestellt und du kriegst dann so irgendwie so ein Ampelcode geschickt. Grün, gelb, rot. Also grün, du darfst noch raus. Gelb, du musst irgendwie eine Woche in Quarantäne. Rot, du musst. Und was natürlich auch, das ist ja oft das Problem bei diesem System, dann auch keine Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. So und das heißt, die bauen da auf einer ganz großen Big Data Basis mit Alibaba und Alipay zusammen. Und ich weiß noch gar nicht, weil so ein Virus natürlich auch eine potenziell riesige Bedrohung ist, ist das, stand jedenfalls in dem Artikel, die meisten Leute finden das gut. Und vielleicht fände ich das selber gut, wenn ich Angst hätte, mich mit diesem Virus anzustecken. Das möchte ich gar nicht bestreiten, aber. Du meinst, dass das über dieses Moment, dass die Leute das gut finden, eingeführt wird. Und dass diese totale Überwachung nicht fern ist oder jedenfalls technologisch längst möglich. Also das ist ja jetzt kompliziert, ja, also sozusagen. Das Sozialranking. Das ist sozial kompliziert. Ich dachte, wir reden hier nur über komplizierte. Ja, Moment, aber da musst du jetzt eine halbe Stunde differenzieren, weil du so viele Sachen durch, also in einen Topf wirfst, die man doch gerne wieder auseinanderfiltern will. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Bleiben wir doch mal bei uns. Also das ist vielleicht die einfachste Perspektive. Ist es mir möglich, heute mich komplett anonym im Netz zu bewegen? Ja. Also würde ich sagen. Als Experte. Du googelst, wie es geht und dann machst du es. Wenn das Expertentum ist, ja. Das ist schon Expertentum. Man muss sich dafür, nein, 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 man muss sich dafür interessieren. Es ist zum Beispiel, also ich will jetzt nicht in Details gehen, aber jeder kann, glaube ich, sich so weit abschirmen, dass das, was du kritisierst und was du auch in deinem Buch beschreibst, nicht möglich ist, also dass man nicht antizipieren kann, was ich als nächstes tue. Und ich weiß, dass Jochen gerade nach Kinderriegeln googelt und dann kriegt er Kinderriegelanzeigen oder sowas. Okay, aber da habe ich schon die nächste Frage für dich. Ist es fair, das dem Individuum aufzubürden oder müsste das nicht der Gesetzgeber regeln? Also das hat er ja übrigens, also sozusagen. Ja, also immerhin. Es gab ja so ein bisschen Streit um die europäischen neuen Datenschutzrichtlinien und Dinge, die die Privatsphäre neu regeln, gerade in den Medien, weil es uns wahnsinnig Probleme bereitet hat. Und jetzt, liebe Geschäftsführer, hört mal kurz weg. Es ist wirklich, wirklich, also schlimm. Wir hatten kurzzeitig Angst, dass wir kein Geld mehr verdienen, weil halt es gar nicht mehr möglich ist, Anzeigen im Internet auszuliefern, ohne dass es eigentlich, es geht eigentlich nicht. Und das ist auch noch nicht weg. Ja, das ist ein Problem. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass viele der Dinge, die jetzt etabliert werden, dazu führen, dass es, dass du einfach einen Rechtsanspruch hast, den du vorhin, oder es sehr viel einfacher ist für dich als Einzelnen. Und genau das zu machen, was du gefordert hast, nämlich, ich will keine Anzeigen, ich will sozusagen Zeit online oder was auch immer du da liest, taz.de, ich will das lesen, ich will aber keine Anzeigen haben und ich habe ein Recht darauf. Ihr dürft mir auch nicht den Zugang verwehren, wenn der grundsätzlich offen ist, das ist zum Beispiel interessant, ich möchte nicht getrackt werden, das wird überall so kommen oder ist schon so, weil das, weil uns die Gesetze dazu zwingen und das wird so geschehen. Und das ist zum Beispiel, da hat die Gesellschaft oder der Gesetzgeber oder. Und findest du das gut? Ich finde das gut. Die hören weg, du hast ja schon gesagt. Die hören weg. Ich finde das, ich war da, ich habe große Sorgen gehabt, ich muss sagen, und es ist auch echt kompliziert und es sind auch viele Sachen an anderen Stellen kaputt gegangen aus einem ähnlichen Geist, wo ich sage, ist das crazy. Grundsätzlich finde ich die Richtung gar nicht so schlecht. Ja, ich finde es gut und ich habe zum Beispiel, das ist jetzt völlig bizarr, aber ich habe immer, wenn ich jetzt, zum Beispiel muss jeder, der mir einen Newsletter schickt oder eine Mail schickt, muss ja, es gab diesen Moment, ab dem die nachweisen mussten, dass ich den bestellt habe. Umgekehrt, wenn ich den nicht mehr haben will, es muss einen Knopf geben, wo ich mit einem Klick, also ich übertreibe jetzt, aber es muss möglich sein, sehr einfach diese Dinge abzustellen, sonst haben die echt ein Problem. Also es kostet sehr viel Geld. Und ich mache mir gerade, in den letzten Tagen habe ich mir die Freude gemacht, immer wenn ich einen Newsletter bekommen habe, den ich nie bestellt habe, diesen Unsubscribe-Knopf zu finden. Und wenn ich den nicht finde, den Leuten zu schreiben, Leute, wo ist der Knopf? Das hat mich einfach interessiert, weil als Journalist kriegt man eh unendlich viel Zeug und man kann das, ich weiß, wie man das filtert, ja. Ich fand es aber interessant, wie die jetzt reagieren. Und das ist zum Beispiel, wäre früher undenkbar gewesen. Früher hatte ich eine riesige Datenbank mit Filtern, Filterregeln, um mir diesen Spam vom Leib zu halten. Inzwischen habe ich ein Bürgerrecht darauf, dass ich keinen Spam mehr bekomme. Ein kleines Beispiel. Ich habe ein Bürgerrecht darauf, ich möchte keine Anzeigen mehr sehen, in denen Tracker verborgen sind, die ich nicht verstehe und die, schlimmer noch, die Website, die sie ausliefert, auch nicht versteht. Ich habe ein Recht, das nicht zu bekommen. Das war früher anders. Also zum Beispiel ein positives, und das finde ich erstmal positiv. Bitte jetzt. Wie ist eigentlich? Habt ihr weggehört? Ich habe nur gerade überlegt, weil Jochen auch gerade nochmal deinen Roman, also den ersten Band, deiner Trilogie, Quality Land, erwähnt hat. Das ist keine Trilogie, der zweite Band erscheint. Es kommt ein dritter. Zweiter? Es kommt erstmal ein zweiter. Es kommt ein zweiter, aber ich habe gelesen, dass... Es kommt ein dritter? Das ist auch ein dritter. Dritter? Ja, ja. Siehst du? Ich weiß nicht. Marc-Uwe, das ist nicht dritter. Das ist nicht dritter. Aber es ist aber die Känguru. Es gibt ja, es kommt ein zweiter. Machen wir mal den zweiten. Ja, erzähl mal. Und die Wirklichkeit, die du da beschreibst, mit den sozialen Netzwerken, die es da gibt, was da so passiert, da hat man ja so das Gefühl, als ich den jetzt zur Vorbereitung gelesen habe, das ist im Grunde genommen kurz davor, dass es einfach so wird. Auf jeden Fall. Ich hatte immer Angst, dass ich einfach zu spät komme, dass es in der Zeit, in der ich das schreibe, schon alles passiert. Also das soziale Netzwerk, das praktisch, wie heißt die Partnerplattform, die praktisch die Trennung schon vorbereitet und für dich... Equality-Partner. Equality-Partner. Ja, ja. Und sozusagen, das heißt, ist es dann manchmal so bei diesen technologischen Entwicklungen, dass du selber dann denkst, genau, ich bin zu spät. Das passiert jetzt gerade schon. Und erschrickt man dann eigentlich so ein bisschen darüber? Weil ich meine... Total. Ich glaube, das ganze Buch ist aus einer Art Erschrecken geschrieben, so. Ja. Nee, wurde von Trackern... Du warst ja bei diesem... Ich kenne ja auch von Digital Courage so ein bisschen. Du warst bei diesem... Du bist da hingefahren, ne? Zu diesem Big Brother Awards. Wie war das? Liebe Kinder, für alle, die nicht wissen, wovon Marco jetzt redet, ich habe letztes Jahr einen Negativpreis entgegengenommen in Bielefeld für diese Debattenplattform, die wir gebaut haben, weil der Big Brother Award, also die Jury des Big Brother Awards uns vorgeworfen hatte, dass wir Fördermittel von Google akzeptiert hatten und angeblich auch Daten sozusagen an Google übermittelt hätten. Das Zweite ist falsch, das Erste ist richtig. Das war, ja, wie das so ist, wenn man als Schriftsteller die goldene Zitrone überreicht bekommt, so kannst du dir ungefähr vorstellen, in Bielefeld eine Riesenveranstaltung, also Bielefeld ein wirklicher Event und auch in der Szene sehr angesehen. Und guckt euch das Video an, weil ich bin da eigentlich nur hingefahren, um zu sagen, das stimmt zum Teil, also ich akzeptiere einen Teil der Vorwürfe, einen anderen akzeptiere ich nicht. Und das war ganz gut im Nachhinein, aber es war natürlich heftig. Und die haben danach auch bestimmte Dinge korrigiert, andere nicht, wo es sich sehr schwer tut. Also wir haben die auch vorher und nachher und es nie passiert, auch eingeladen, sich den Code mal anzugucken. Ich glaube, dass ein Großteil dessen, was sie da uns vorgeworfen haben, nicht stimmt oder was ich weiß, dass es nicht stimmt. Und die wissen das inzwischen auch und ich glaube, da gab es intern auch relativ viel Diskussionen darum im Nachgang, wie ich höre. Die Frage war, wie das war, da hinzufahren. Ich fand das gut, da gewesen zu sein. Es war sozusagen, ich brauche ihn nicht jeden Tag. Ja, du fandest es gut, da gewesen zu sein. Das finde ich eine lustige Formulierung, die hatte ich mal für so einen Fassbinder-Film, den ich geguckt habe. Ich finde es gut, ihn gesehen zu haben. Ich fand es furchtbar, ihn anzugucken. Naja, wenn du da in der Situation bist, du kriegst ein Negativ und da kommt ja, die Preisse kommen ja alle nicht. Ja, da werden immer, so und jetzt verleihen wir den Negativpreis an den Innenminister und der kommt halt nicht. Und dann, so und jetzt verleihen wir den Negativpreis an Zeit Online und mal gucken, ob jemand da ist von Zeit Online. Ach, und es ist schon verrückt. Und trotzdem war es gut, weil man kann, was das Gute ist, man kann halt vor Ort wenigstens sagen, nee Leute, an der Stelle, das stimmt einfach nicht, was ihr behauptet. Und ihr könntet es besser wissen, ihr wolltet es nicht wissen und das war auch der Vorwurf an die, sie haben auch nicht recherchiert. Also sie haben keine Lust gehabt, das wirklich zu falsifizieren. Und der Anspruch, den sie vor sich her tragen, war halt, das ist hart, hart geprüft und das war es halt nicht. Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil ich die Leute, die das veranstalten, das sieht man auch in dem Video, ich kenne die seit 20, 25 Jahren. Das ist Hacker-Uhr-Schleim, das ist Chaos Computer Club Fein zur Förderung des öffentlichen Bewegten und unbewegten Datenverkehrs. Ich kenne die wirklich sehr lange und war so ein bisschen enttäuscht von meiner eigenen Jugendgang, muss ich sagen. Mit die erste Frage, die mir kam, als mir klar war, dass wir das machen, war, was macht es mit dem Journalismus? Wie verändert es den Journalismus, dass man jetzt die Performance des einzelnen Artikels messen kann? Das war ja früher nicht so. Stimmt. Also im Abstrakten könnte man ja denken, und so denke ich mal, ist die Frage auch gemeint. Aha, jetzt wird praktisch alles gemessen und das heißt, wenn jetzt jemand ein Artikel nicht so gut performt, werden diese Sachen dann nicht mehr veröffentlicht und man setzt nur noch auf das, was erfolgreich ist. Die Erfahrung, die wir jetzt machen, und das kann ich ja ganz gut erzählen, weil Z-Plus, also das, was online passiert, bei Z-Online mit den Artikeln, die im Magazin auch erscheinen oder in der Zeitung oder bei Online, hat in der Redaktion eher dazu geführt, dass ein Respekt entstanden ist für bestimmte Themenbereiche, die mit hohem Anspruch bearbeitet werden, die aber vielleicht gar nicht immer zum Kern-Themenbereich der Zeit gehören. Also ganz interessante Erfahrung. Und es plötzlich so einen positiven Wettbewerb gibt von Autorinnen und Autoren, die sagen, ah, ich freue mich, wenn jetzt zum Beispiel, das letzte Beispiel, das mir so durch den Kopf geht gerade, ist das Porträt, das Jana Simon für uns geschrieben hat vor ein paar Wochen, von einem Polizisten aus Thüringen, aus dem Dorf in Thüringen, der ganz früh mitbekommen hat, was mit der NSU passiert. Und der ganz früh gemerkt hat, wir, sehr vereinfacht gesprochen, es wird nicht richtig ermittelt, es wird nicht aufgepasst, es gibt Spuren, es passieren Dinge, der war auch dabei, als die kurz davor waren, die mal festzusetzen, da wieder abgehauen sind, also die NSU-Leute. Und der sich dann intern sehr viele Feinde gemacht hat in der Polizei. Und der jetzt heute, also im Grunde genommen, wir haben das Porträt dann genannt, der Fall seines Lebens, der im Grunde genommen vor den Trümmern seiner beruflichen Karriere steht und mittlerweile auch in dem Dorf, in dem er lebt, in Thüringen, angefeindet wird. Also jemand, der, wo du sagen würdest, der war aufrecht zu einem bestimmten Zeitpunkt, hat sich gegen alle gewandt und nicht zu seinem Vorteil, sondern eher zu seinem Nachteil. Sehr nachdenkliches Porträt, ein sehr langer Text, sehr ruhig, sehr ausgewogen geschrieben und war dann, als der erschienen ist, an dem Wochenende über drei Tage lang, gehörte der zu den meistgelesenen Texten auf Zeit Online. Das hätten wir früher nicht gewusst. Früher wäre der erschienen. Gut, das ist jetzt ein totales Positivbeispiel. Genau, aber das ist ja interessant, weil man denkt ja eigentlich, also ich kann den Gedanken verstehen, zu sagen, ha, jetzt wird also nur noch das gemacht. Nein, das will ich gar nicht unterstellen, aber das… Die Erfahrung zeigt eben, also umgekehrt aber auch, wo ich auch sagen muss, also wenn jetzt zum Beispiel ein Artikel online nicht messbar wäre, also wenn sozusagen, wenn man sieht, es liest niemand, dann würde ich auch sagen, dann ist es auch im gedruckten Magazin auch… Ja, es ist frustrierend, aber es ist vielleicht auch ein Problem. Also da würde ich auch sagen, das ist jetzt auch nicht nur ein Problem im Sinne von schade, dass denn niemand gelesen hat, sondern vielleicht stimmt da auch irgendwas nicht. Weißt du, was der meistgeklickte Artikel auf Zeit Online? Ever? Aller Zeiten? Ja. Ja, das haben wir ermittelt. Das war, verdammt, das hat sich gerade geändert, aber es war ganz lange ein Kommentar eines Bundesrichters zu den Vorfällen damals in Köln an Silvester. Und das war ein Jurist, Fischer, und der hat sozusagen einen flammenden, aus der Sicht eines Juristen geschriebenen Kommentar geschrieben. Und ich sage jetzt die Zahlen nicht, weil ich glaube, wir veröffentlichen nie absolute Zahlen und so, aber der wirklich, wirklich wahnsinnig viele Leute erreicht hat. Und das zweitmeistgelesene war von Kai Biermann, oder ist von einem Kollegen von mir, Kai Biermann heißt der, der das Wahlprogramm der AfD analysiert hat, als das noch relativ früh war. Das ist auch eine, ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig auf die Reihe, als das sozusagen, das war jetzt nicht geleakt oder so, aber keiner hat sich das angeguckt und es war nicht so einfach zu finden. Und er hat sich das angeschaut und hat darüber eine Analyse geschrieben. Und auch das war wahnsinnig oft gelesen, also irritierenderweise. Und das war, also ganz lange waren das die beiden meistgelesenen. Und jetzt ist der meistgelesene aber ein Artikel über das neue iPhone, ein Verriss über, also ich sage jetzt mal kurz gefasst, ein Verriss über das jüngst vorgestellte Superluxus-iPhone, das wir nicht so gut fanden. Weil die Mechanik sich im Netz auch geändert hat. Das Ding ist in sämtlichen Maschinen nach oben geschossen worden, witzigerweise auch bei Apple News. Und hat sich sehr kritisch mit dem neuen Ding da auseinandergesetzt. Die liegen alle so bei Millionen von Lesern dann. Und das ist aber schon sehr außergewöhnlich. Also viele Artikel haben so eine halbe bis eine Million. Das gibt es öfter, aber darüber wird es dann schon wirklich sehr dünn. Und wir gucken da jetzt nicht drauf, sehr regelmäßig, was in diesem Bereich meistgelesen ist, womit wir uns sehr beschäftigen. Und was Christoph eben, das wissen jetzt wahrscheinlich die meisten Hörer nicht, dieses Z-Plus, das ist sozusagen unser Abonnentenbereich, wo wir Geschichten machen, die eigentlich nur für Abonnenten lesbar sind online. Und das ist natürlich nochmal eine völlig neue Welt. Also es gibt auch einen großen Unterschied zwischen Geschichten, die Leute lesen, die ein Abo haben oder dann dafür abschließen, um die weiterlesen zu können. Im Vergleich zu dem, was im freien Netz sozusagen meistgelesen ist. Da gibt es Unterschiede. Also es gibt offensichtlich Unterschiede zwischen dem, wofür man bereit ist, Geld auszugeben und dem, was man sehr interessant findet und auf jeden Fall klickt. Und die Frage war ja, von der wir ausgegangen sind, ich will jetzt ja nicht nochmal drauf eingehen, aber verändert das eigentlich die Arbeit? Und natürlich verändert das die Arbeit. Aber eben ein bisschen anders als jetzt, als man sich das vorstellt. Also jedenfalls bei uns ist es nicht so, dass wir nur noch Geschichten machen, die sozusagen hohe Reichweiten haben und alles andere ignorieren. Das ist aber auch euer Anspruch quasi. Es ist schon der Gedanke, das, was Christoph gesagt hat, finde ich extrem wichtig. Vor allem, wenn du es sehr wichtig findest, das Thema, dann machst du auch verdammt nochmal dir die Mühe, dass das gelesen wird. Und da gibt es schon Möglichkeiten, Geschichten so zu erzählen, dass die Leute das lesen. Oder dass sie es interessant finden, wie ich das jetzt erzähle. Und auch die schwergängigsten Themen kannst du so erzählen, dass zumindest ein Grundinteresse dafür wächst. Und wenn das dann nicht passiert, dann dieses Feedback zu bekommen und zu sagen, verdammt, wieso haben wir es nicht geschafft, diese wichtige Geschichte zu erzählen? Das ist zum Beispiel etwas, was sich total verändert hat. Wir bleiben da nicht dabei stehen zu sagen, ja, interessiert halt keinen, sondern eigentlich ist der Anspruch, wenn wir es wichtig finden, dann müssen wir das eigentlich hinkriegen, dass das auch Leser findet. Und davon unabhängig, ich will das jetzt nicht so schön schildern, gibt es natürlich Geschichten, von denen wir mehr machen als früher, weil wir festgestellt haben, dass das Leute interessiert, wo die Zeit jetzt per DNA nicht so drauf gekommen wäre früher. Also wir haben ganz viele Themen aus zum Beispiel Familie oder Psychologie oder Beziehung. Das ist jetzt nicht der Kern der Marke Zeit, würde ich mal behaupten. Und wir sehen aber, wenn wir das erzählen mit unseren Mitteln, unserer Art, die Geschichten anzugreifen, finden das Leute extrem interessant. Und das hätten wir vor ein paar Jahren nicht gedacht. Ja, also tendenziell auch Themen, die immer im Magazin vorkommen. Ja, da freut sich das natürlich besonders. Ja, deswegen meine ich, das ist ein interessanter Effekt. Wenn du plötzlich merkst, wir haben vor ein paar Monaten eine Geschichte gemacht über einen über 50-jährigen Mann, der Kontaktanzeigen aufgegeben hat, lustigerweise im Zeitmagazin selber, der gesagt hat, ich bin in einer glücklichen Ehe, aber meine Frau und ich, wir haben uns darauf geeinigt, wir haben keinen Sex mehr und ich möchte aber noch Sex haben und deswegen treffe ich Frauen. Und das ist ein sehr ausführliches Porträt dieses Mannes gewesen. Und ich glaube, das ist auch einer der erfolgreichsten Beiträge, der bei uns gelaufen ist. Abrupppflichtigen, Kostenpflichtigen, das war sehr erfolgreich. Das ist aber auch eine total, also die Leute, das da sieht man, das wird gelesen, also ganz viele Abonnenten lesen das und sagen dann, lies mal die Geschichte, das kann man dann sehen. Und die Geschichte ist natürlich unfassbar toll. Das ist halt nicht eine triviale Geschichte, sondern es ist eine Geschichte, die Autorin hat den öfter getroffen, hat wirklich das ganze Tableau ausgebreitet. Das ist eine unfassbar tolle, tolle Geschichte. Und zu sagen, naja, das ist so eine Datinggeschichte, trifft es halt nicht. Würde auch natürlich bei den Zeitleserinnen und Lesern im Gegenteil, also da überhaupt nicht funktionieren. Also das würde uns eher um die Ohren fliegen, wenn wir da zu oberflächlich wären. Apropos Recherche, was habt ihr für ein Gefühl, wie geht es dem investigativen Journalismus? Also ging es dem schon mal besser oder wird das schon oder wird das schlimmer dargestellt, als es ist? Ich finde, es wird, ich weiß nicht, wie es dargestellt wird, das musst du noch gleich nochmal sagen. Wie wird es denn dargestellt? Naja, man kriegt ja schon so mit, okay, die Zeitungen haben alle Probleme, man hat nicht mehr genug Geld, nicht mehr genug Zeit, man kann sich nicht mehr die Zeit nehmen zu recherchieren. Also das gilt, glaube ich, vor allem auf einem kleineren Level total. Also ich glaube, die Lokalzeitungen ächzen alle sehr. Schon da würde ich widersprechen. Es gibt Lokalzeitungen, denen es irre gut geht und die auch extrem investieren in Recherchen. Ich würde behaupten, und das ist vielleicht für dich irritierend, aber ich glaube, dem Recherche-Journalismus, Gott, hoffentlich komme ich in die Hölle, ging es wahrscheinlich nie besser. Also das würde mich ja freuen, wenn das so ist. Ich glaube, das ist so. Und ich könnte versuchen, das zu begründen. Also zum Beispiel, ich fange mal mit dem Großen an. Also die Recherche-Verbünde, die sich jetzt gebildet haben, bestimmt auch aus so einer Krisenstimmung heraus, wir müssen unsere Ressourcen bündeln, hat dazu geführt, dass es mehrere internationale Kooperationen gibt von Medien, die zusammen an Themen arbeiten. Sowas hat es früher, glaube ich, in dem Umfang nicht gegeben. Da spielt das Netz auch eine große Rolle, weil man sich viel besser organisieren kann. Und große Themen, also zum Beispiel diese Recherchen, was ich jetzt aus unserem Haus kenne, über Cum-Ex, also diese Steuertricks, die Milliarden Schäden verursachen, das ist eine super komplexe internationale, richtig schlimme Recherche, weil da geht es um wirklich viel Informationen, Mengen von Informationen, die man kaum verarbeiten kann, um eine Szene, die alles daran setzt, dass das nicht transparent ist. Auch alle Leaks, also große Datenleaks, brauchen Teams, die die bearbeiten können. Das kann einer alleine nicht. Und diese Netzwerke gab es meiner Meinung nach vor 20 Jahren so nicht, weil es auch das Netz erst ermöglicht hat, so zusammenzuarbeiten. Und das ist ein Aufschwung des super Recherche-intensiven Journalismus, der neu ist, finde ich. Andererseits muss man natürlich sagen, die Zahl der Korrespondenten, ohne dass ich es wirklich weiß, hat sicherlich abgenommen. Also was sozusagen ein Gegenbeispiel ist, meiner Wahrnehmung nach, und da sind wir auch nicht super perfekt, die Zahl der internationalen Korrespondenten, die sich Medien leisten, ist stark rückläufig. Und das ist tatsächlich, da sehe ich ein Problem bei einem investigativen Journalismus, würde ich eher sagen, der hat einen Aufschwung genommen. Ja, also wir sind eine Online-Redaktion mit einem eigenen Investigativ-Team, das hätte es früher nicht gäbe. Also man kann, glaube ich, das nochmal ergänzen. Also das, was im Journalismus investigativer Journalismus genannt wird, also das heißt, Teams arbeiten an komplizierten Recherchen über Monate brechen, die dann manchmal auch ab ohne Ergebnis, weil es einfach sich dann doch nicht herausstellt. Das heißt, da wird monatelang Arbeitszeit und Geld und Reisen investiert, manchmal ohne Ergebnis. Das hat extrem zugenommen, weil es ein Unterscheidungsmerkmal ist, wie heute ein Qualitätsmedium sich von der Konkurrenz unterscheiden kann. Also früher hatte die Süddeutsche oder die Zeit hatten keine investigativen Abteilungen. Das hat zugenommen, aber ich glaube, dass auch gerade bei kleineren Zeitungen und kleineren Lokalzeitungen, die vielleicht früher auch jetzt nicht investigativ recherchiert haben, aber da die Mittel noch knapper sind teilweise und da teilweise sicher auch die Mittel noch weniger zur Verfügung stehen, um vor Ort dann zu recherchieren. Das glaube ich schon. Man hört so von, weil du die Regionalzeitung erwähnt hast, das zerfällt glaube ich wirklich in zwei Teile. Das klingt jetzt komisch, aber viele, die das zurückbauen, also wo auch die Redaktionen zurückgefahren werden und ich höre aber auch von einigen Großen, die das eher ausbauen und auch wirklich tolle Projekte haben, die es vielleicht vor 10, 15 Jahren auch nicht gegeben hat. Es gibt auch eine Best Practice in dem Bereich. Also es gibt nicht mehr diese, ich sage mal, Watergate-Romantik, die ist so ein bisschen, also ein paar Typen machen das und dann gibt es diesen Chefredakteur, der sie anpeitscht und so, sondern es hat eine große Professionalisierung meiner Ansicht nach stattgefunden und man hat gelernt, wie man in sehr großen Teams organisiert noch solche Sachen bearbeiten kann, weil die Themen, die die bearbeiten, auch so komplex sind, dass du das mit zwei Typen, die in der Tiefgarage ihre Quelle treffen, alleine ist es halt nicht getan. Das freut mich ja sehr, immer wenn ich sowas lese, so einen großen Enthüllungsartikel, da bin ich total geflasht und denke, wow, das wird was ändern und dann ging das euch auch schon mal so, dass man dann so ein paar Monate später denkt, enttäuscht ist, dass doch so wenig passiert ist oder habt ihr das mit euch schon abgefunden? Ich habe das ein paar Mal gedacht, spontan genau wie du, bei den Panama Papers, die ersten Wochen, auch bei Cum-Ex, was wir selber getrieben haben, immer noch treiben. Panama Papers waren die Kollegen von der Süddeutschen in Deutschland. Also Cum-Ex, diese Steuermodelle, wo man durch so quantenphysikalische Steuertricks sehr viel Steuertricks macht. In beiden Fällen, muss ich sagen, hatte ich Unrecht. Also ich dachte halt, warum sind nicht zehn Leute im Gefängnis sofort nach, also dieses ganz, vielleicht ist das auch naiv, dieses ganz naive, jetzt muss doch was geschehen. Mein Eindruck ist, es dauert halt Jahre, bis etwas geschieht und jetzt geschehen Dinge. Jetzt geschehen Dinge, es ist nicht mehr so einfach, auch in den ganzen Rändern des Themas, also bis in die deutsche Landespolitik gibt es plötzlich, tauchen diese Themen auf und das hat eine Wirkung, die über viele Jahre, also das Echo dauert viele Jahre, bis es zurückkommt. Und deswegen, auch das ist natürlich unbefriedigend für einen Leser. Man liest es und denkt, ja und jetzt, wo sind die, wo sind die Reaktionen und dann ebbt die Aufmerksamkeit ab und es dauert sehr lange und man muss wirklich sehr genau darauf achten, dass dann doch Dinge passieren und sich Dinge ändern. Das ist ja ein interessanter Punkt, weil, wenn bei dir als Leser der Eindruck entsteht, dass oft nichts passiert oder zumindest zu wenig. Also nicht nichts, sondern also klar, irgendwie diese Kanzlei bei den Panama Papers, die muss dicht machen. Strukturell meinst du passiert. Genau, aber die Steueroasen selber sind nicht dicht gemacht worden. Das ist jetzt quasi das Spektrum, in dem man, das man als Reaktion hätte erwarten können und gefühlt ist es dann oft leider, klar, es gibt eine Reaktion, aber man hätte sie sich größer gewünscht. Geht dir das auch so? Also ich meine, klar, die Steueroasen gibt es ja. Ich meine, das ist gut, wenn man sagt, ach so, jetzt haben wir verstanden, es gibt Steueroasen und schaut mal, wie schrecklich das ist. Wir schließen die alle oder wir üben so lange internationalen Druck aus. Wenn das, also das hätte ich jetzt gar nicht erwartet in diesen Zeiten, aber Leute, die dahin geflohen sind, haben in Dutzenden Problemen bekommen oder Hunderte davon haben Probleme bekommen. Da gibt es nicht so eine Menge. Vielleicht auch der, vielleicht wünsche ich mir auch einen größeren öffentlichen Druck. Also ich verstehe schon, dass das den Leuten vorher klar war, dass es Steueroasen gab, auch in den Entscheidungspositionen. und das ist ein bisschen ironisch, aber ja, nein, nein, ähm, aber bei den Panamama-Fählen, gut, kommen wir, kommen wir zu dem eigentlichen Thema, kommen wir zu Snowden, ja, ähm, endlich sind wir, ach so, endlich sind wir bei Snowden. Das ist ja das Thema, dem ich natürlich irgendwie nachhänge, wo ich denke, was für eine Wahnsinns- Enthüllung und da finde ich, ist wirklich erschreckend wenig passiert, also auf vielen Ebenen. Oder würdest du sagen, sowas wie die DSGVO ist auch Teil der Reaktion auf Snowden? das glaube ich nicht. Nein. Ähm, aber so, also, es geht nicht nur um die Regierung, wir tippen hier mal so Themen an und erklären die nicht. Ich wollte gerade sagen, einmal kurz, also alle können das googeln, aber was ist Snowden? Also sozusagen für alle, wir tippen also Panama Papers und lass uns kurz innehalten und erklären, worüber wir reden. Also es gab ein Mitarbeiter, ein, wie heißt es, Geheimdienst, wie sagt man auf, wie sagt man auf Deutsch, ein Contractor, ein Menschen, der eine Vertragsarbeit, also sozusagen in der Geheimdienst, Szene, der war selber kein Geheimagent, der riesige Datenmengen, der aus der Sphäre der NSA mitgenommen hat, kann man ja sagen, sich unter Nagel gerissen hat mit Administratorrechten, weil er gesagt hat, da passieren Dinge, die ich als Bürger nicht akzeptiere, hat sich abgesetzt und versucht, Journalisten davon zu überzeugen, dass sie darüber berichten sollen. Und dann ist diese ganze Welle losgegangen. Der lebt bis heute in Moskau, weil er da gestrandet ist, auf seiner, muss man ja sagen. Würdet ihr sagen, Deutschland sollte ihm Asyl gewähren? Wenn das eure Entscheidung wäre, würdet ihr das machen? Ja. Das ist immer so einfach zu sagen, weil ich bin nicht die Bundesregierung. Ich als Typ, als Bürger würde sagen, ich wäre bis heute stolz darauf, wenn wir Edward Snowden Asyl gewähren würden. Ja, ich auch. Das kann ich glaube ich sagen. Ich glaube, dass Regieren oder eine Regierung sein in so einem internationalen Kosmos operieren immer noch mal eine andere Nummer ist. Davor habe ich höchsten Respekt. Klar hätten wir das tun können, sollen. So, ich habe dich aber unterbrochen. So, und die Frage ist, du sagst, da hat sich für das, was da enthüllt worden ist, zu wenig getan. Enthüllt worden ist, dass Geheimdienste erheblich tiefer in die Informationsinfrastruktur vorgedrungen sind, erheblich mehr Möglichkeiten haben, als man selbst in seinen kühnsten Träumen sich dachte und hat die Welt darauf genügend reagiert? Ich würde sagen, nee, überhaupt nicht. Und das ist ein anderer Bereich als die Privatsphäre von europäischen Bürgern schützen oder was auch immer. Ich finde, darauf ist nicht adäquat reagiert worden. Bis heute, ich glaube, an den Zuständen hat sich nichts fundamental, nicht wirklich etwas fundamental geändert. Den Eindruck hätte ich jetzt auch nicht. Und da irgendwie, deswegen meinte ich das eigentliche Thema, weil das ist immer meine große Enttäuschung noch. Also sowohl, also auch das Phänomen, dass du glaubst, dass man Snowden erklären muss, ist quasi schon Ausdruck meiner Enttäuschung. Ich finde also nicht nur darum, dass es, also es geht jetzt nicht um dich, sondern du hast vielleicht sogar recht. Und das ist das Problem. Also, dass nicht nur, dass die Regierungen zu wenig darauf reagiert haben, sondern auch, dass man als Benutzer irgendwie, also, selbst wenn man davon gehört hat, ist, man macht halt trotzdem so weiter wie vorher. Deine Antwort war vorhin, benutzt du Signal oder irgend sowas oder Telegram? Signal, ja. Und du bist, hast Posteo gesagt, du kennst Posteo, also weißt du, dass es E-Mail-Anbieter in Deutschland gibt, die mit dem Versprechen, dass sie sehr sicher sind. Das sind ja alles Dinge, die Post-Snowden-Effekte sind, würde ich mal annehmen. Also vorher hat keiner gewusst, was Signal ist. Edward Snowen hat Signal empfohlen. Das ist tatsächlich der Grund, warum ich Signal benutze. Siehst du? Und das merke ich schon und das ist auch nicht weggegangen, dass Leute sich sehr viel Gedanken darüber machen, über welche Kanäle sie kommunizieren. Dann aber auch. Ein Teil der Leute. Ein Teil der Leute. Andere denken, ist mir doch egal, also was will dieser Geheimdienst mit meinen Daten? Und ehrlich gesagt, das ist glaube ich in 99 Prozent der Fälle auch die Wahrheit. Ich glaube nicht, dass die NSA sich für Marc-Uwe's Infos interessiert. Aber es gab natürlich schon den Moment, als dann klar war, das Handy von Angela Merkel Ja, ja, ja. Und es kann nur sein, dass wenn Marc-Uwe nächstes Jahr interessant wird, rückwirkend doch bei Marc-Uwe mal zu gucken, diese Möglichkeit existiert halt auch. Also ich will das jetzt nicht kleinreden. Nur ich halte das andere Problem, das du geschildert hast, nämlich wie gehen überhaupt Unternehmen, ich meine jetzt nicht Geheimdienste, sondern Unternehmen mit meinen Daten um, ist das, was im Alltag eine erheblich größere Relevanz hat. Aber es ist ja interessant, also wenn ich jetzt auch gerade nur gedacht habe, Fall Snowden, er ist ja tatsächlich vollkommen raus aus den Schlagzeilen, taucht ab und zu mal als Live-Schaltung noch auf. Ja, das ist der Kompos, der lebt heute von Live-Schaltungen. Genau, also er wird dann live zugeschaltet in Digitalkonferenzen, auf der Welt. Und ich erinnere mich auch an den Moment, als ich den Dokumentarfilm von Laura Poitras gesehen habe über ihn und aus dem Kino rausgegangen bin. Siehst du vor. Grandioser Dokumentarfilm. Aufwühlend und man geht aus dem Kino raus und denkt, die Welt muss sich ändern. Und dann ändert sie sich nicht. Oder zumindest nicht so, wie man in dem Moment denkt. Nicht sofort. Genau. Und das ist natürlich schon, weil wir über Wahrnehmung reden oder auch über Enttäuschung, das ist schon ein echtes Problem. Ein Menschheitsproblem. Ganz kurz, also die Hauptwelt, die sich ändern müsste, ist ja die in den USA, meiner Wahrnehmung nach. Also sozusagen der größte Effekt oder die wichtigsten Infos, die durch Snowden ans Tageslicht kamen, sind ja die, jetzt nicht nur aus den USA, auch Großbritannien und so weiter, ist ja egal. Aber da ist sozusagen meiner naiven Wahrnehmung nach der Effekt am geringsten, weil dort ja also sozusagen da inzwischen die Regierung auch gewechselt hat. Darf man ja auch nicht vergessen. Und schon vor Trump und jetzt erst recht natürlich eine völlig andere Debatte vorherrscht und eher so ein jetzt erst recht eigentlich die Überhand gewonnen hat. Und das ist ja auch, dass es sozusagen, die Politik hat sich komplett verändert und was früher vielleicht noch eher als Skandal bewertet worden ist, ist jetzt von der momentvorherrschenden politischen Klasse. Also Snowden wird im Grunde als Staatsfeind diskutiert. Und dass sich da nichts geändert hat, ist zumindest nachvollziehbar und schrecklich. Ich glaube, dass bei den, also ich rede so vor mich hin, aber ich meine, was ich lese und was ich verstehe, ist, dass in der europäischen Geheimdienst-Community das schon zu Veränderungen geführt hat, wo es ja auch zu Veränderungen führen müsste am ehesten. Und Marc-Uwe benutzt jetzt Signal. Also das sind alles. Meine ganze Familie benutzt Signal. Ich habe alle, sie wollten eine Familiengruppe, meine Geschwister. Und dann habe ich gesagt, dann müsst ihr euch Signal installieren. Ich mache das nicht auf WhatsApp. WhatsApp benutze ich nicht. Aber Posteo ist ja auch interessant. Ich finde das, gerade wenn ich immer, ich mache so ein bisschen Google-Shaming, wenn ich eine E-Mail von einer Gmail-Adresse bekomme. Wo ich sage, Leute, es kostet ein Euro im Monat. Ich habe dir nur auf Posteo nicht zurückgeschrieben, weil ich es so anbiederend fand. Ich habe natürlich ein Posteo-Postfach. Das ist im Vergleich dazu, wie häufig und ständig man diese verfluchten E-Mails benutzt. Ist ja ein Euro im Monat gar nichts dafür, dass Google nicht deine E-Mails liest. Also das ist auch Teil der Enttäuschung. Also dass die Leute selbst zu faul sind, diesen einen Einrichtungsschritt zu machen, um von Google wegzugehen oder von was auch immer. Und es ist ja nicht nur, dass man da nicht ausspielen lässt. Ich hatte natürlich früher auch ein werbefinanziertes E-Mail-Konto am Ende am Anfang sagen. Und was da die ganze Zeit für einen Scheiß reinkam und wie viel Werbung und wie viel Nerv, das ist dieser Euro ist ja, jetzt mache ich Werbung für Posteo, aber warum nicht? Also ich meine, das ist eine der wenigen Sachen, wo ich glaube ich bedenkenlos sagen kann, greif da zu. Das ist, ich finde das, also es kann auch Mailbox-Org sein oder was auch immer, irgendein E-Mail-Anbieter in Deutschland, ein Euro. Warum machen das die Leute nicht? Warum machen sie es nicht? Ja, frage ich euch. Es gibt immer ein, also seitdem, Kein Leidensdruck. Als ich noch jung war schon, haben wir diskutiert, es gibt immer diesen Trade-off zwischen Nutzen, den etwas hat und der Privatsphäre, den du aufgeben musst, um es zu benutzen. Und weiß ich nicht, also es gab eine Zeit, als man dein Handy noch nicht orten konnte. Ich erinnere mich genau. Und dann kam die, damals dieses Location-Based Services auf und plötzlich war das super cool, weil das Handy hat gesagt, also zum Beispiel in Japan gab es einen frühen Dienstag, wo man, wenn man näher aneinander gekommen ist, hat das Ding gesagt, du, da ist jetzt Jochen, der hat ungefähr dein Profil, ihr solltet euch mal kennenlernen. Du bist so ein Annäherungsalarm. Heute lacht ihr alle darüber, aber das war damals super fancy und ein ganz tolles Feature. Und niemand hat darüber nachgedacht, dass man plötzlich der Ort, also einem Provider, nämlich Docomo, bekannt wurde. Und jetzt sagen natürlich, also und heute denkst du gar nicht mehr darüber nach, dass dein Ort permanent in deinem Betriebssystem vorliegt. Wenn du Glück hast, hast du Apple, die noch relativ vorsichtig damit umgehen. Wenn du Gmail benutzt, ist es nicht. Deswegen habe ich iOS gesagt. Ja, iOS ist einfach nur ein Datenschutz und Privatsphäregrund. Ja, Apple geht noch, ich meine auch etwas strenger mit privaten Daten um. Sie entdecken das ja so ein bisschen als Verkaufsargument. Ja, ja, aber auch zu Recht. Also so nach allem, was man von den Fachfredis hört, ist das noch ein Betriebssystem, was sehr vorsichtig mit privaten Daten umgeht und auch bestimmte Dinge verunmöglicht, die mit anderen einfach offen darliehen. Aber was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, es ist immer der Deal und das gilt auch für E-Mail zwischen dem Nutzen, den etwas hat und der Privatsphäre, den du dafür aufgibst. Und in meinem Fall, ich habe Gmail und auch Google Apps. ich wüsste gar nicht, wie ich ohne arbeiten soll bei bestimmten Dingen. Und es gibt halt keinen... Okay, aber das finde ich spannend. Also ich verstehe natürlich den Trade-off zwischen Nutzen und Datenschutz, den du gerade beschrieben hast. Aber bei der E-Mail ist mir das nicht einsichtig. Also weil ich habe... Also was verliere ich dadurch, dass ich den E-Mail-Provider gewechselt habe? Ich hoffe, ich komme jetzt in die Datenschutzhölle. Ich kann wieder in Bielefeld antanzen. Aber es ist unheimlich praktisch, ein Archiv der letzten 8000 Jahre deines E-Mail-Verkehrs zu haben. Ich kann halt in einer halben Nanosekunde nochmal gucken, wer mir 1848 damals das Ding geschrieben hat. Wann der Walter von der Vogel weitergeschrieben hat. Genau, lieber Jochen, dein Walter. Plus eins. Und das ist natürlich irgendwie Evil und so weiter. Aber allein die Performance von Gmail und was man damit machen kann, was ich mit keinem anderen System machen kann. Also wer jemals einen Exchange-Server benutzt hat, was wir auch müssen in unserer Firma. Oder auch Posteo ist toll, aber es ist halt endlich, was große Datenmengen und viele E-Mails und Filtermöglichkeiten und so weiter betrifft. Woher kommt eigentlich das Bewusstsein bei dir für all diese Themen? Wir schneiden das Schweigen im Haus. Ja, ja. Gute Frage. Natürlich nicht. Also es hat sich auf jeden Fall mit Durchsnoten verschärft, also massiv. Also ich bin jetzt der Gegenbeweis zu meiner These. Ich widerlege mich selbst. Klar, ich habe das auch alles geguckt und gelesen und die Doku gesehen und war geschockt und habe was geändert. Also insofern, es ist vielleicht doch, was passiert, vielleicht auch mehr, als ich denke. Aber ja. Eine andere Frage, die mir auch relativ schnell in den Sinn kam. Habt ihr Angst vor dem Zeitalter der Deepfakes? Deepfakes? Ich habe vor kurzem ein Musikvideo gesehen von einem Rapper, wie ich dachte und es hat mir eine Kollegin, mit der ich den täglichen Newsletter zusammenschreibe, geschickt und ich zwar früh morgens und ich schaue dieses Video an und hatte nicht genau gelesen, was sie mir gesagt hat, warum ich das jetzt anschauen soll und dachte, ach, das ist ein neues Video von dem Rapper. Und erst nach zwei Minuten dachte ich, wieso sehe ich eigentlich das Gesicht nicht so richtig genau? Und dann habe ich die E-Mail nochmal gelesen, die mir Johanna Paller, meine Co-Autorin, geschickt hat. Und dann sagte sie, schau mal, das ist ein Deepfake. und zwar hat eine Agentur alle Songs von diesem Rapper in ihre Systeme eingespeist und hat daraus ein Fake Lied produziert, das genau so klingt wie der Rapper und hat jetzt auch noch ein Video produziert, wo der Typ sich genauso dazu bewegt, als ob es ihn wirklich geben würde. Und das war jetzt wirklich einer von diesen Momenten, wo ich dachte, okay, also das ist natürlich jetzt lustig und es geht auch nur um Hip-Hop-Video, aber wenn ich das selber gar nicht mehr sehe, dann ja. Weil das kannst du natürlich genauso, ich meine, man kennt ja die Beispiele auch mit Barack Obama-Videos. Das ist klar, macht mir das Angst. Mir nicht. Ich kann nicht elaborieren. Ich würde es mal abwarten, das ist genauso wie, ich weiß es ja auch nicht, ja, und es ist natürlich faszinierend und auch erschreckend, was alles geht, aber genauso wie die Möglichkeiten wachsen, Dinge zu faken, wächst auch die Vorsicht der Leute, die das konsumieren. Und vielleicht, also diese Faszination, die davon ausgeht, dass es möglich ist, sozusagen komplett den Christoph zu simulieren oder ich bin schon simuliert, wenn das Känguru gerade mal wieder zu spät zum Dreh kommt, dass man dann halt doch das digitale Känguru schnell einspringen lässt. Das Känguru in einigen Szenen ein Deepfake. Wirklich? Also siehst du, drei, vier. Drei, vier, weil es hatte einfach zu viele Schnapps vorliehen und dann Ich meine, dass mit derselben Konnte nicht mehr aus der Hängematte aufstehen, wie das zunimmt, auch die Medienkompetenz zunimmt. Ich hoffe, du hast recht. Ich hoffe auch, du hast recht. Ich weiß noch nicht, ich weiß nicht, mich macht das immer nervös, oder so, ich reagiere mit so einer gewissen Allergie, wenn alle so sagen, ja, hier ist das große neue Ding, die Welt, jetzt geht die Welt unter, schaut euch das an. Die Welt geht ja nicht unter. Na ja, so und ja, oh Gott, und die Obama-Rede. Es wird schon jemand sagen, sorry, das ist keine Obama-Rede. Genau, aber was ich sozusagen, also worüber ich mir schon öfter Gedanken mache, ist natürlich, dass du, wenn es eine Gruppe gibt, sagen wir mal jetzt von Trump-Wählern, die nur das Fake-Video sehen und weil sie eben die Medien so konsumieren, wie sie sie konsumieren, die Korrektur nicht mitbekommen. Aber das ist doch jetzt schon so, das ist keine, das ist nicht wirklich eine neue Qualität, sondern dieselben, und das geht nicht nur für Trump-Wähler, sozusagen etwas bestätigt deine, Putin, deine Hirnfilter-Bubble, Kahnemannsche Hirnfilter-Bubble, das passt zu deiner Welt sich, dann freust du dich drüber und willst gar nicht wissen, ob das jetzt war. Dieser Mechanismus ist dadurch nicht schlimmer oder besser als vorher. Ich glaube, das ist nicht dadurch jetzt noch komplizierter geworden. Es ist so lange kompliziert, solange die Information nicht überall angekommen, dass das möglich ist. Also es wird eine, bestimmt eine wilde Übergangszeit geben, wenn jeder das machen kann, was ja de facto, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, langsam der Fall ist, bis dann alle Teenager das einmal gemacht haben und dann ist schon klar, okay, da muss man jetzt echt aufpassen, wenn Christoph Ahmend das Magazin der Süddeutschen Zeitung im Internet lobt, da gucke ich lieber zweimal hin, ob er das selber, ob er das selber gesagt hat. Ja genau, nur wilde Übergangszeit, also ich hoffe, dass du recht hast. Ich weiß ja nicht, ich bin so ein bisschen allergisch gegen diese, das ist jetzt aber das Schlimmste überhaupt, die ganz neue Technologie. Achso genau, das verstehe ich auch, das ist auch gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist nur, wenn ich selber merke, also sozusagen, wenn ich irgendwas sehe, bei diesem Obama-Video, da würde ich jetzt mal sagen, das hat man dann schon noch gemerkt. Bei dem Video habe ich es erst nicht gemerkt. Und wenn du plötzlich denkst, okay, du interessierst dich wahnsinnig für etwas, du merkst es einfach nicht. Ja, aber dann ist halt der Videobeweis ist dann halt damit entwertet und gut ist. Also sozusagen, du siehst ein Video im Internet, geh davon aus, es kann halt nicht echt sein. Das ist das Einzige, was du lernen musst. Dass du davon ausgehen musst, ich könnte damit umgehen. Und dann, die interessante Frage ist, was sind die nächsten 15 Schritte? Also es gibt ja jetzt mindestens ein Science-Fiction-Autor am Tisch. Interessant wird es ja dann, wenn, also das nächste ist ja die reale Begegnung, die dann nochmal gefakt werden kann und so weiter. Also da wird es ja dann interessant. Und ich, Medienerzeugnisse, dass die nicht immer echt sein müssen, hat jeder Kinogänger echt kapiert. Also wenn du einmal in einem Blockbuster-Film der letzten zehn Jahre warst, weißt du, dass man Sachen erzeugen kann, die nicht da sind und so real, dass man denkt, sie sind da. Ja, rational, also da spricht der Wissenschaftler in dir und das finde ich auch super. Also rational stimme ich dir total zu. Vergiftetes Lob. Nein, du hast rational völlig recht. Ich denke, nur wenn du emotional sowas siehst und dann auch nicht weiter darüber nachdenkst, ist es plötzlich in deinem Gehirn drin. Maguwe? Keine Ahnung. Wir haben ja keine Uhr an. Ich glaube, wir reden jetzt nur eine Stunde, oder? Nee, eineinhalb. Wir haben, vergiss nicht, wir haben die Eierdinger, Eierkuchen gemacht. Also eineinhalb, zwei. Normalerweise sage ich immer, lass uns jetzt noch ein Bein aufmachen, aber der ist schon auf. Wie ist der Sancerre? Ich finde den ganz gut, auch nach all der Zeit, die er hier schon eingelagert ist. Ich weiß gar nicht, von wann haben wir diese riesige Menge an Sancerres gekauft eigentlich? Ja, ich habe mehrfach Sancerres gekauft, glaube ich, deswegen glaube ich, ist der. Ich glaube, der ist London. Ich glaube, der ist London. Wirklich? Hast du den mitgenommen aus London? Ja. Ach toll. Also es ist Ian Original, der Sancerre, den Ian McGill, Kolleginnen und Kollegen, die den schönen Blog führen, schreiben. Also ein Sancerre von Hubert Prachard. Ich war gar nicht der erste, die ich gehört habe. Vintage 2018. Bisschen kurz, aber toll. Also ich bin... Ja, und das ist ein wunderschönes Ende hat er gebaut. Ja, das ist natürlich ein... Nö, aber wir sind noch ganz frisch. Ich habe das nur so mal... Nee, haben doch gerade erst angefangen. Der Christoph hat auch das Schlusswort schon vergessen. Ich bin der einzige noch Geheimnisträger, der das noch weiß. Ich habe immer Angst, dass unsere Gäste das Schlusswort vergessen. Das stimmt. Aber es ist noch nie... Nach sechs, sieben Stunden. Ist noch nie passiert. Das bringt nichts, wenn ich das sage. Nee, das ist vorbei. Das gilt nicht. Das gilt nicht. Wir sind immer immun gegen. Wie ist das so jetzt als Journalist gerade? Vor allem, wenn der Podcast jetzt länger wird. Jetzt gehen dir nämlich die Fragen aus. Oh nein, mir gehen noch lange nicht die Fragen aus. Du hast ja nur 30 Seiten... welche sind das? Du hast nichts mehr weggestrichen. Am Anfang hast du noch Fragen ausgestrichen? ich habe schon ein paar weggestrichen. Ja, aber ich habe schon noch Fragen. Wenn man jetzt Werbung schaltet im Internet über Google AdSense, dann korrigiert mich. Ich habe das nicht gemacht, aber ich weiß nicht genau, wofür ich werbe. Wie ist das bei euch? In welchem Umfeld meinst du? Nein, nein, also man kann ja Werbung auf seiner Seite schalten und das läuft ja dann oft über Google und du weißt nicht genau, welchen Banner Google da hinsetzt für die einzelnen Leute. Wie ist das bei euch? Habt ihr eine Auswahl? Wisst ihr, wer bei euch wirbt? Habt ihr schon mal gesagt, du nicht? Das passiert den ganzen Tag. Also es gibt, also das ist ein bisschen komplizierter, weil die ganze, also fast, es gibt auch Ausnahmen, aber in der Regel sind die Anzeigen, die im Internet ausgeliefert werden, werden dynamisch ausgeliefert. In dem Moment, wo du die Website aufrufst, entscheidet das Ding, was du siehst. Das heißt, wir können auch nicht kontrollieren, was du siehst. Aber ihr könntet den Pool kontrollieren. Wir können den Pool kontrollieren, wir können auch Sachen ausschließen und wir können auch sagen, wir schalten die Anzeigen ganz ab. Es gibt zum Beispiel, wenn in bestimmten Situationen wollen wir einfach sicher sein, dass nicht seltsame Anzeigen auftauchen, dann kann es schon mal vorkommen, wenn zum Beispiel schlimme Gewalttaten passieren, ist es oft so, dass wir in diesen Geschichten darum, die Anzeigen mal abschalten oder so. Das schon und es gibt auch eine lange Liste mit Blacklists, was wir alles nicht wollen und ausschließen. Und das ist dann je nachdem, woher die Anzeigen kommen, sind das unterschiedliche Systeme, wie man das filtern kann. Und habt ihr da ein eigenes System oder benutzt ihr das Google-System? Nee, das ist interessant, aber wir haben Anzeigen, also das Ding, was die Anzeigen ausliefert bei uns, also diese Banner-Ads, das heißt Double-Click gehört auch Google oder hat Google vor langer Zeit übernommen und ist jetzt ein Google-System. Und was du meinst, sind ja diese, oder ich nehme mal an, du meinst diese Textanzeigen von Google oder? Nein, nein, ich meinte die Banner. Also ich meinte alles generell, aber schon so, wenn ich jetzt auf Zeit gehe und ich sehe da eine Banner-Werbung, wo kommt die her? Ja, also das System dahinter, was sie ausliefert, ist tatsächlich ein Google-System, weil die sich sozusagen große Teile des Technikmarktes in dem Bereich auch einverleibt haben, womit Google groß geworden ist, sind aber nicht Banner-Anzeigen, sondern diese Kontext-Anzeigen. Kommt die Werbung vor dem Podcast? Kommt Werbung vor dem Podcast? Kommt grundsätzlich Werbung vor dem Podcast? Jetzt? Das ist vor dieser Folge? Das wissen wir nicht. Das wissen wir also nicht, oder? Nö. Ich weiß es wirklich nicht. Es gibt manchmal Werbung vor dem Podcast? Der Verlag. Es gibt ja so eine Redaktion und dann gibt es einen Verlag. Ein Podcast-Verlag? Nee, aber der Zeitverlag ist auch sozusagen für die Anzeigen in Podcasts zuständig und ich, also nur unsere Produzentin weiß, glaube ich, kurz vor Toresschluss, dann bevor das Ding veröffentlicht wird, die schneidet dann, Maria nickt, schneidet dann so Anzeigen rein, die sie vom Verlag bekommt. Ich habe das nie, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Nö. Sag mal du, wie läuft das? Maria? Ja. Hallo, Maria. Hallo. Wir kriegen Anzeigen geschickt, kriegen geschickt, wo die am besten hin sollen, entscheiden aber im Schnitt, wo es von der Gesprächsdynamik her passt und wenn es zum Beispiel gar nicht passt, schneiden wir die ganz vorne ran und das erfahren wir tatsächlich immer extrem kurz vorher. Ich glaube, es liegt daran, dass sie es auch extrem kurz vorher erfahren. Und weil sie auch hier immer nicht wissen, wer kommt und so. Und dann ist es manchmal leichter, manchmal schwieriger. Aber ich würde sagen, so in jeder dritten Folge vielleicht, vierten. Und dann schneiden wir es rein, also manuell. Und dann ist es drin. Für immer. Und könntet ihr das entscheiden? Könntet ihr das unterlassen, wenn ich euch darum bitten würde, das nicht zu machen zum Beispiel? Ist das eure Entscheidung oder wer entscheidet das? Also wenn du sagen würdest, im Nebenjahr, also wir reden ja so, wir haben ja unsere Telefonnummern und wenn jetzt, wir haben also diesen Marc-Uwe jetzt nach langem Zureden dazu gebracht, in diesem Podcast, er kommt aber nur, wenn er anzeigenfrei ist, dann würden die sagen, die Podcasts sind eh so schlecht vermarktet, das ist jetzt auch schon egal. Cool, dann machen wir das so. Ich versuche dich auch so ein bisschen zu kitzeln, dass du irgendwann sagst, ich sage jetzt dieses Wort, bevor das hier noch teuer wird. Weißt du, weißt du das Wort noch? Nö, ich habe es vergessen. So, ich muss mal eine Liste durchgucken. Oh, habt ihr damals Manufacturing Consent gelesen? Von Chomsky? Nein. Nein, kann ich sagen. Erzähl kurz. Ich glaube, Ende 80er, Anfang 90er. Kannst du das recherchieren? Ein Buch über Massenmedien von Chomsky. Großer, linker. Sehr kritisch natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber gut, da ist die Frage natürlich auch hinfällig. Ich fand es ein super spannendes Buch, hätte mich interessiert, was ihr dazu sagt. Du meinst das 1992 erschienene Buch von Chomsky, das du im Seminar damals gelesen musstest? Ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber ich finde es ein... In welchem Studium? Die politische Ökonomie der Massenmedien. Gut, lest das doch mal. Ich glaube, es ist immer noch spannend. Aber mich hat auch interessiert, wie sich der Blick darauf verändert. Also, weil es ja natürlich vor dem Internet, also vor den großen Wellen des Internets geschrieben wurde. Können Sie mal kurz zusammenfassen, also nur in drei Sätzen die These des Buches, die uns entfallen ist? Ja, nie gelesen. Bildungslücke. Ey, 92. 92 wurde das World Wide Web gelauncht, ne? Ziemlich sicher. 93. 93? 93. Du hast doch gerade... Ich google das jetzt nicht. Wir kriegen eine Million Mails an allesgesagt.it.de. Wer hat recht? Christoph oder Jochen? Aber genau, ich bin aber gespannt, ob man sie in meinem Gefühl sagt 93. Mosaik. Was sagst du? Sagt Marco. Wenn das Web... Also, Tim Berners Liege, das Paper kann früher gewesen sein. Ja, wir wollen es wissen. Aber Mosaik muss 93 gewesen sein. Ich sage, ich sage 92. Ja, Maria. Die Freigabe des World Wide Web zur allgemeinen Nutzung, 30. April 93. Ja! Aber das Paper war natürlich schon früher. Das war aber auch weit... Also, Tim Berners Liege, das berühmtes, wo er HTML definiert hat, das ganze Zeug. Das war viel... Also, das Buch, da wollte ich eigentlich nur darauf hinaus, das Buch, das von Chomsky erschienen ist, ist praktisch vor dem, was wir heute Internet nennen, geschrieben worden. Genau. Also, er hat zum... Reflexiere doch mal kurz. Er hat zum Beispiel anhand der Berichterstattung über den Konflikt in Kambodscha oder also den Genozid in Kambodscha, muss man sagen, und den Genozid in Osttimor, glaube ich. Heißt das so? In der New York Times quasi Vorfälle, die im Grad der Schwere vergleichbar waren, aber das eine in einem kommunistischen Feindesland und das andere in einem quasi verbündeten Land. verschiedene Filter aufgestellt, die seiner Meinung nach in Massenmedien aktiv sind, ohne dass es eine aktive, wirklich eine Zensurvorgabe gibt, die aber trotzdem dazu führen, dass wenn man die, ich übertreibe jetzt, die Artikel über Kambodscha zusammennäht, zum Mond kommt und wenn man die anderen Artikel zusammennäht, nicht mal von Washington nach New York aus der Stadt rauskommt. Und da gab es, jetzt ist es auch schon länger her, aber vier oder fünf Filter, die er da am Werke sieht und da wollte ich, hat mich eure Meinung interessiert. erstens, wie ihr das damals empfunden habt, ob ihr sagt, ja, der Mann hat einen Punkt und zweitens, wie sich das verändert hat durch das Internet. Aber ich glaube, wir sind ja ein bisschen an einem toten Punkt. Nee, 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 das ist eine interessante Frage. Das ist eine interessante Frage. Das Buch referieren soll, weil darauf habe ich mich nicht vorbereitet. Mein Fehler. Ja, ich, also, also, ich weiß gar nicht, ob das jetzt, die New York Times ist ja ein interessantes Beispiel. Wahrscheinlich ist das heute bei der New York Times komplett anders, weil die mittlerweile ein globales Medienunternehmen geworden sind, die sich früher an ein fast ausschließlich amerikanisches Publikum gewandt haben und heute das natürlich längst nicht mehr tun. Also auch, aber natürlich sehr viel Geld verdienen damit, dass sie auf der ganzen Welt gelesen werden. Also auch, warum ich das auch frage, weil ich da, ich war sehr geprägt von dem Buch und die New York Times war jetzt nicht der Feind, aber es war schon so, dass man das kritisch sehen muss und eins der ersten Sachen, die ich gemacht habe nach der Trump-Wahl war, die New York Times zu abonnieren. Also so ein Digital-Abo zu machen. Ah, der Trump-Bump. Genau. Du hast die abonniert. Ich habe die abonniert. Ich war das. Ich bin der Trump-Bump. Und das fand ich selber interessant, also das, wie sich auch meine Einstellung dieser Zeitung gegenüber zum Beispiel geändert hat. jetzt habe ich fast das Gefühl, ihr stellt die Fragen. Nee, nee, gar nicht. Nein, das ist auf keinen Fall. Aber die, also wenn man laut denken darf, ich glaube, ich habe das Buch nicht gelesen, es ist schlimme Bildungsglücke, ich war damals mit Physik und Philosophie beschäftigt und Journalistenschule und so, aber ich glaube, dass die Herstellung von Konsens in den Medien sich deutlich verändert hat seither. Also ich würde auch sagen, jetzt als aus einer Rezipientensicht war es erheblich, also gab es einen erheblich stärkeren Mainstream der Leitmedien als heute. Also da hat das Netz, das von dir viel gescheuerte Netz, unter anderem eine Rolle gescheuert. Also ich muss mal ganz kurz sagen, ich bin ja eigentlich, Du kommst ja vom Netz. Ich bin ja eigentlich Fan des Internets. Ja, also ich finde nur, also ich möchte es ja eigentlich, ich will es ja nicht abschaffen, ich will es ja verbessern, verbessern, retten. Also ich finde einfach sehr viele Entwicklungen gehen in die falsche Richtung. Es gibt auch natürlich Auffällige, die wieder in die richtige Richtung laufen, aber so, vielleicht war das Netz auch ein sehr großes Versprechen und es ist mir persönlich zu wenig davon eingelöst worden und es sind Sachen passiert, die, wir haben ja auch darüber geredet, auch jemand wie Zuckerberg vielleicht nicht bedacht hat, auch einfach, aber jetzt schweifen wir ab. Ich glaube, dass zum Beispiel diese Konsensmaschine, wo ich sagen würde, das gab es wirklich, dass die so nicht mehr funktioniert wie damals und da hat wirklich, haben die vielen Stimmen, die dazu gekommen sind, eine wesentliche Rolle gespielt. Also du kannst nicht mehr unangefochten als Leitart, ich sage es mal, als Leitartikler irgendwas sagen und alle anderen sagen im Grunde dasselbe und Krieg A ist so und Krieg B ist so. Ich glaube, da ist die Weltsicht durch die Vielstimmigkeit auch komplizierter und komplexer geworden und die Leute, also mein Eindruck ist, es gibt dann wieder einen Gegentrend, Leute sehnen sich zurück nach so einfachen Thesen, die dann auch wieder sehr erfolgreich sind, weil es halt so fehlt, weil die Welt so komplex geworden ist und so viele Meinungen und die sind ja alle nicht, also meistens haben die auch einen Punkt und dann sitzt man da und denkt, boah, ich brauche aber jetzt wirklich mal einen einfachen Standpunkt und den kriegst du dann auch und es gibt also sozusagen ein Überangebot an unterschiedlichen Konsensen, das scheint mir eher ein Zeitphänomen zu sein, aber nicht mehr den einen Konsens, den sozusagen die Medien vorgeben oder so der Mainstream der Medien vorgibt und dann muss man die Taz gründen, um das zu bekämpfen. Ich glaube, so funktioniert das schon längst nicht mehr. Ich finde es ja interessant, mir fällt nur gerade ein, das Beispiel, das du vorhin mal ins Spiel gebracht hattest, die 15 Minuten der Tagesschau. Also sozusagen, dass es eben eine Zeit früher gab, wo man sich darauf geeinigt hat, okay, das, was in der Tagesschau vorkommt, stimmt. Ich habe mich gerade daran erinnert, ich weiß nicht mal, das ist ein paar Jahre her, da hat mal jemand die Tagesschau an sich analysiert, also was kommt da eigentlich vor, was ist eigentlich die Wirklichkeit, die in diesen 15 Minuten jeden Tag da zusammengefasst wird. Und ich kann mich jetzt nicht mehr an einzelne Beispiele daran erinnern, aber es wurde sehr eindrucksvoll dargelegt, dass natürlich irre viel Sendezeit für so eine Art von Parteipolitik zum Beispiel verwandt wurde, die eigentlich mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun hatte, sondern nur mit internen Parteithemen und also vorfahrende Autos vor dem Kanzleramt und so. Also das heißt, da wurde natürlich auch eine Wirklichkeit erzeugt, die jetzt gar nicht absichtlich verfälscht hat, aber die natürlich auch einen Eindruck vermittelt hat von der Welt da draußen, die heute so gar nicht mehr durchgehen würde, wenn das die einzige Informationsquelle wäre, aus der man sich abends bedienen könnte. Und da muss ich sagen, bin ich auch sehr froh, dass das nicht mehr so ist. Obwohl, und das ist jetzt der dritte Gedanke dazu, ich angefangen habe, die Tagesschau manchmal als Podcast zu hören. Dann geht's wieder. Wenn ich mir den Marc-Uhr so angucke, dann wird dem langsam klar, dass er nicht abschätzen konnte, wie schrecklich das ist, wenn wir diese Sendung erstmals in der Hand haben. Wenn ihr sie beenden könnt. Und nur wir sie beenden können und er weiß gar nicht, was das Känguru oder er da Diabolisches gefordert haben, dass er jetzt der Gastgeber ist. Und ich glaube, er hat so das Gefühl, dass er ganz schön verarscht worden ist. Nee. Weißt du, dass es dafür ein Wort gibt? Ich habe vor diesem Wort gehört. Weißt du noch, wie das heißt? Lass mich noch eine Frage stellen. Ich habe das Wort auch vergessen, aber jetzt kannst du mir gleich sagen, wie das hieß. Was völlig anderes. Es steht nicht in meinen Fragen, aber ich finde es interessant, weil du es gerade gesagt hast, die New York Times als globaler Konzern. Habt ihr viele Disney-Filme gesehen in letzter Zeit? Ja. Ja, also, ja. Und ich habe mich gefragt, also Disney gibt sich sehr offensichtlich sehr viel Mühe, nicht mehr nur den weißen Mann als Held zu haben. Woran liegt das? Also, ist das vielleicht auch Teil dessen, dass Disney ein globaler Konzern ist und teilweise inzwischen mehr Geld in China macht mit dem Film? oder es ist natürlich wie immer eine Mischung aus verschiedenen Gründen, aber ist das ein relevanter Teil? Ich kann dir von der New York also, ist das ein, lass mich es anders formulieren, als Linker, ein kritischer, für mich kritisches, kritisches Gedankengut, ist das ein positiver Punkt der Globalisierung? Ja, ich glaube, ist was anderes, aber Christoph, du zuerst, ich habe da, ich helfe dir da eine Meinung zu. Sag ruhig. Ich glaube, also, witzigerweise habe ich es von der New York Times gelernt, wenn man die besuchen geht, die machen ja auch, also, es ist eine andere Welt, weil die sind in so einer Sättigung der Reichweite schon vor Jahren gewesen, die können halt einfach nicht mehr noch mehr Leser haben, weil die schon in einer gewissen Weise, in einer gewissen breiten Marktführer sind und die Leute, die diesen Traffic bei denen analysieren, haben vor, das ist, wir waren da auch zusammen, glaube ich sogar, Christoph, erinnert sich, wir waren auch mal zusammen in New York und wir haben einen Besuch bei den New York Times, ich weiß, ich glaube, es war sogar da, wo wir einen dieser Traffic-Gurus von den New York Times getroffen haben und die haben gesagt, ja, ich weiß noch, wir waren in der Kantine und wir haben darüber geredet, was ihre Strategie ist, um weiter zu wachsen und die haben gesagt, wir können in der Breite, das beantwortet deine Frage, gar nicht mehr wachsen, weil wir sind komplett in der Sättigung, wir können nur noch in Nischen weiter wachsen, das heißt, wir haben als Zielgruppe erkannt, Leute, die Rap-Musik hören, das werde ich nie vergessen, also Hip-Hop hören und dann machen wir Geschichten für die und dann messen, dann prognostizieren wir vorher, wie erreichen wir die und wie viel Traffic kriegen wir da raus, weil wir nur in solchen Nischen noch explodieren können, wir können global, also in diesem großen Markt, können wir gar nicht mehr wachsen, wir können nur noch in einzelnen Nischen besser werden und das könnte sein, dass das sozusagen auch das Disney-Problem ist, Disney hat ja alles gekauft, was möglich war, alles, und die können nur noch in der Differenzierung für diese Zielgruppen wachsen, weil die global, die können nicht mit Mainstream weiter wachsen, weil der Mainstream ist wahrscheinlich für die ausgeschöpft in der Größe, die sie haben, war so eine These, ich fand das nur damals fascinant, weil ich hatte noch nie das Problem, wo zu arbeiten, wo die Reichweite in eine Sättigung geraten ist, also das ist in Deutschland bei Spiegel Online und bei Bild.de wäre das so ein Fall und ich weiß jetzt nicht bei welchen Fernsehsendern oder sowas, wenn man so ein Phänomen sieht, die Tagesschau hat sicherlich so ein Problem, die erreichen alle, die sie eigentlich erreichen können, Punkt. Die können nicht mehr wachsen, die können nur noch in Spezialbereichen mehr spezielle Zielgruppen erreichen und ich glaube, so ein Phänomen ist, dass sie können nur noch Superheldenfilme machen und dann müssen sie in einem anderen Bereich was völlig anderes machen und um diese verschiedenen Zielgruppen noch zu erreichen. Ja, ich glaube auch kulturell hat sich, also zumindest in meiner Wahrnehmung, der Blick unglaublich geweitet. Also, ich war vor kurzem in der Karibik im Urlaub und traf jemanden, der auf der Straße da rumstand und wir unterhielten und der hatte so auf seinem Handy lief irgendwie so ein Lied und ich fragte den, was ist das jetzt? Und dann sagt er, ja, das ist so ein Beat, den hat ein DJ produziert letztes Jahr und dann stand ich mit ihm mit meinem Handy und der sagte, ja, dann habe ich auf Spotify nachgeschaut, gab es nicht auf Spotify, aber auf YouTube gab es plötzlich dieses Lied und ich bin dann nach Hause gefahren und seitdem gehe ich immer von diesem einen Clip aus diese gesamte Musik, die die produziert haben, durch und bin sowas von begeistert, dass das heute geht. Also, dass das sozusagen, dass das praktisch und dann klickst plötzlich mit, dass es Musik gibt, die vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren entstanden ist und da hätte ich früher nichts davon mitbekommen. Und das ist einfach fantastisch. Also, das finde ich, ist schon irgendwie toll. Was ist deine Antwort auf die Disney-Frage? Du bist ja am nächsten dran an diesem Business. Das weiß ich natürlich auch nicht. Ich habe mit Disney selber tatsächlich keinen Kontakt gehabt. Ich fand es nur, aber ich glaube ja, dass das, dass das sicherlich mit, also wie du gesagt hast, es ist immer ein Konglomerat aus Gründen. Es gibt sehr selten den einen Grund, aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon bewusste Geschäftstaktik ist oder zumindest ist Ihnen das klar. dass das gut ist für Sie auch. Also, ich weiß nicht genau, es gibt, glaube ich, demnächst auch den ersten Marvel-Held mit einer asiatischen, den ersten asiatischen Marvel-Helden. Also, das ist schon, ich meine, man müsste jetzt spoilern, das will ich jetzt nicht machen, aber, nein, nein, wenn wir, was in diesen, auch was selbst in diesen Superhelden-Filmen Weißt du was, was wir nicht wissen? Nein, nein, ich weiß, was vielleicht die Hörer noch nicht wissen und das ist das Ende des Films. Ich will das jetzt nicht total spoilern. Ich kann das jetzt einfach nicht sagen, aber, was aus Captain America wird, ach, jetzt verstehen. Oh, okay, so, um das jetzt mal, ist doch spannend. Also, wäre doch sicherlich vor, wäre das vor 30 Jahren passiert? Nein. Nein. Ist doch nicht schlecht. Aber auch ein Film, du hast Black Panther erwähnt. Ja. Wie fandst du den? Ist ja auch, also, hat mich, hat mich sehr fasziniert, dass so ein Film möglich ist. Ja, das auch. Mir persönlich war, kommen wir auf unser AB-Spiel zurück, ich mag sie ja lieber witzig. Zu sehr, also zu, mir war der, mir war der zu ernst und das finde ich bei einem Superhelden-Film immer schwierig. Also, von der Ausgangsbasis her, ist das ja eher witzig und ich mache zum Beispiel auch die, letztens hatte ich ja eine schräge Situation, ich habe einen Text vorgelesen und das Ende war, dass jemand den Bad Buchstaben-Suppen-Analysator benutzt hat und ich fand das super lustig, dass das damit aufhört und ich habe es vorgelesen und niemand hat gelacht. Ist das schlimm? Die einzigen, die einzigen zwei Leute, die den Witz verstanden haben und ihn sehr lustig fanden, saßen mit mir auf der Bühne und ich weiß nicht, ob ihr den Witz versteht, aber es gab mal diese ganz alte, cheesy Batman-Serie mit Adam West. Klar. Und da hatte er halt nicht nur ein Bad-Gürtel und ein Bad-Mobil, sondern er hat alles in Bad und da gab es einen Fall, wo eine Frau entführt worden ist und sie hat einen Hinweis für Batman hinterlassen und zwar, indem sie Buchstaben-Suppen-Buchstaben in eine Schüssel Buchstaben-Suppe gefüllt hat und Batman hatte dann einen Bad-Buchstaben-Suppen-Analysator, wo er die Buchstaben-Suppe reingeschüttet hat und der hat dann errechnet, was die Frau ihm sagen wollte. Und ich war das damals so skurril und so lustig und ich habe das in diesen Text gebaut und niemand hat darüber gelacht. Erst als ich ihn, so wie du, ich musste dann ausholen und ihm die ganze Situation erklären. Aber ist es nicht bei, ich meine, wem sage ich es, aber ist es nicht so bei solchen, dass bei vielen Witzen, dass man die auch aufbauen muss? Nein, also bei diesen, bei diesen, sage ich mal, Zitatwitzen, die funktionieren ja oft dadurch, dass du sie nicht aufbaust. Einfach, dass du so ein keine manches Wissen triggerst. Also ich glaube, das ist sogar, da gibt es von Freud so eine Schrift der Witz und seine Beziehung zum Unbewusstsein oder sowas. Und da geht es auch darum, dass das Lachen oft eine, angeblich, man nimmt eine Abkürzung und spart sich Denkstress und das löst sich in Lachen. Und so ist das, glaube ich, oft bei Zitatwitzen. Du nimmst eine Abkürzung, die die Leute kennen und löst damit ein Lachen aus. Und in dem Fall ist die Abkürzung halt nicht, hat nicht funktioniert, weil die Leute das nicht kannten. Es ist einfach zu lange her. Es ist zu lange her. Oder wer in diesem Planeten außer dir wusste von dieser Folge wirklich davon ausgegangen, dass alle wissen, dass Christian, das Wort, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie sehr man in seiner Blase stecken kann. Ja, aber es ist interessant. Ich habe das Freunden vorgelesen und die fanden das total lustig. Deswegen habe ich davon ausgegangen, dass, ja, natürlich. Ja, aber es ist interessant. In dem Moment, als du gesagt hast, als du sie, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, in diesem Moment habt ihr schon mal eine Folge davon. Ja, genau. Aber die liefen ja irgendwie vor ein paar Jahren mal auf, die ganze Zeit im Privat. Maria, ich hasse es. Natürlich kennt sie den Bad Buchstabenanalysator. Du kennst nicht den Bad Buchstabenanalysator. Doch, doch. Maria, bitte nicht. Doch, doch. Kennst du den? Vielleicht. Willst du mich verarschen? Es ist unfassbar. Ich bin wirklich am Boden zerstört. Können wir nicht Maria diesen Podcast übergeben und erstmal in Urlaub fahren? Aber in dem Moment, als du die Serie erwähnt hast, hatte ich diesen Kasper-Batman vor Augen mit seinem kleinen Robin und in dem Moment ging es los. Ja. Und jetzt kommen wir, bevor wir hier dieses, ich frage dich gleich, hat dieses Wort. Das ist wieder entfallen. Du hast einfach den Ausgang, die eigentlich skandalöse, die eigentlich skandalöse Frage. die eigentlich skandalöse Frage, die wir hier verhandelt haben, ist Breaking Bad? Besser als The Wire? Also ich meine, ja. Also ich, The Wire ist so. Habt ihr beides gesehen? Ja. Ja, ja. Also jetzt nicht alle Staffeln. Aber alle Staffeln von beiden? Ja, von beiden. Aber ich finde eben The Wire, also The Wire ist natürlich fantastisch und großartig und war eine der ganz frühen Serien, die von dem, was man heute als Serien versteht und so, wirklich toll und große Leistung und ich finde es auch, aber ich finde halt Breaking Bad von dem ganzen Ansatz halt irgendwie, es ist so, dass man daraus irgendwie so eine Serie so machen kann, finde ich so super. Das ist im Grunde ein Genre erschaffen worden, das ich vorher gar nicht gesehen habe. Genau. Nämlich? Naja, sozusagen der Schuld, also schon eine Tragödie, also der Schuldlos Schuldige, mit dem du völlig mitleidest und der dann zum Drogenbaron wird, natürlich ist es ein Torbus, der schon mal, noch schon mal erzählt worden ist, aber wie, wie, wie diese Geschichte losgeht und auch wie absurd die erzählt wird, das fand ich schon ziemlich cool. Und es gibt halt so Bilder, die sich eingebrannt haben. Ja, ja, also ich finde ja, auf der Anfang von Breaking Bad ist wirklich besser als das Ende. Fantastisch. Aber ist das Ende nicht oft, also ich meine, ist meistens die erste Staffel besser als die. Wollen wir noch über Game of Thrones reden, meinst du? Soll ich dir etwas ganz peinliches sagen? Ich habe nie eine einzige Folge von Game of Thrones gesehen. Hast du das gesehen? Erzählst doch, Chris. Ja, ich habe alles, also nee, ich habe nicht alles gesehen. Ich schlaffe immer, wenn das so lang geht, also wenn es so, 500 Staffel sind, überhaupt nicht interessiert. Dann gucke ich ein halbes Jahr nicht oder ein Jahr und wenn es dann, wenn alles sagt, so jetzt geht es zu Ende, dann gucke ich wieder und das Lustige ist, es ist so, als wäre nichts, also man kann, man kommt sofort wieder rein. Ich glaube auch, das gibt so eine fraktale Geometrie der Serien, die müssen eigentlich sich permanent selbst ähnlich sein. Also ich schreibe ja keine Drehbücher, du vielleicht, und das schaffen es irgendwie, du kannst da 40 Folgen später einsteigen und dann sind alle noch da oder halt ist es so, der Kontext ist noch klar und es hat sich eigentlich nichts getan und doch alles verändert. Und so habe ich, sogar habe ich Game of Thrones geguckt. Ich habe die erste und die zweite Staffel, glaube ich, geguckt und dann lange nicht, weil ich es einfach, ich fand es dann irgendwann, hat es sich so wiederholt und dann am Schluss wieder, fand ich. Also da kam ja eigentlich die These, die ich vorhin unterstellen wollte, dass man sich mit jedem über Serien unterhalten kann, weil ich war zu spät, also Bahn genommen, zu spät gewesen, schnell noch zum Auftritt, Taxi genommen und der Taxifahrer hat beim Fahren Game of Thrones geguckt. Beim Fahren? Beim Fahren. In welchem Bundesland? hier. Also in Berlin. Ja, ja. Und beim Fahren? Beim Fahren. Wie noch nie gehört. Und jetzt kommt aber das eigentlich Spektakuläre. Mein Problem damit war, nicht, dass er beim Fahren Game of Thrones guckt, sondern dass er die Folge noch nicht gesehen hatte. Und du so? Und dann musste ich mit ihm diskutieren, dass er bitte die Folge ausmacht. Wie absurd. Also du hattest keine Sorge, dass er gegen einen Baum fährt? Natürlich hatte ich auch Sorge, dass er gegen einen Baum fährt, aber mein erster Gedanke war, fuck, ich habe die Folge noch nicht gesehen, jetzt macht das aus. Jetzt habe ich fuck gesagt. Darf man fuck sagen? In diesem Podcast? Wer hat ein Rezo da? Oder hat die ganze Zeit fuck gesagt? Öfter. Gelegenheit. Das wäre die Wire-Episode mit Rezo. Fuck. 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 Ja. Auf Deutsch hat er es auch gesagt. Ich habe tatsächlich, also ich habe eine Zeit lang wahnsinnig viele Serien geschaut und dann irgendwann, letztes Jahr, vor zwei Jahren, es hat nachgelassen, muss ich sagen. Ich gucke fast. Ich habe echt nachgelassen. Es gab mal so eine Zeit, wo ich gedacht habe, wow, schon wieder eine neue Serie, die ist super. und irgendwann, vor, ja, letztes Jahr oder vor zwei Jahren, da fing das so an, dass ich dachte, okay, es gibt praktisch jede Woche gibt es irgendwie eine Serie. Es ist einfach zu viel. Verstehe ich total. Es gibt auch so wenige brillante Serien oder irrig. Ich habe noch nicht behauptet, es gibt im Moment keine interessanten Kinofilme, das ist falsch, ich wiederrufe das. Eddie Murphy. Es gibt einen halben ersten Film, den ich leider nicht gesehen habe. Parasite. Ach, super. Ja, 1917 habe ich noch nicht gesehen. Ja, der ist auch nicht so gut. Der ist wirklich nicht so gut? Der ist also gut? Nein. 1917? Ist der nicht gut? Nein. Marc-Uwe? Hast du gesehen 1917? Kein Ding gesehen. Und? Ich finde ihn ganz gut. Aber ist es nicht, was macht es so nicht? Nur wahre Wunderdinge davon gehören. Ah ja. Also ich finde, also ich finde, okay, es ist natürlich, es ist mal eine technische, eine Einstellung, eine technische, Überwältigung, sage ich mal, so und klar, auf einer inhaltlichen Ebene kannst du sicherlich viel, viel, Habt ihr Once Upon a Time in Hollywood gesehen? Ja. Und? Habe ich noch nicht gesehen? Und? So and so. Ja, genau. Vielleicht habe ich doch nicht gerne, außer Parasite nichts Gutes gemacht worden die letzte Zeit. Ich fand Jojo Rabbit super. Interessant. Das höre ich jetzt zum, ich auch, 15. Mal. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen und ich muss, ich habe den Trailer im Kino gesehen und dachte so. Wir müssen jetzt abbrechen, damit wir heute noch ins. Und dachte, ja, und dachte irgendwie, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das schaue ich mir sicher nicht an. Beim Trailer, interessanterweise. Ja. Und jetzt habe ich aber schon, du bist der Dritte diese Woche, der jetzt sagt, der muss man sich anschauen. Ja? Ja, ich fand ihn ganz toll. Also, sehr lustig. und danach könnte jeder Nazi dieses Wort rufen, wenn man merkt, dass man ganz schön verarscht worden ist. Ich habe vergessen, wie das war. Welches Wort denn nochmal? Wie hieß das denn? Mit R. Keine Ahnung. Razzupaltuf? Neues R Neues R Neues R Neues R Neues R Vielen Dank.